So, da bin ich wieder. Man sollte mich jetzt wieder hören. Streamlabs hat sich gerade ziemlich zurückgenommen. Momentan wird es aber wieder aufdringlich. Oh Gott, noch ist es von der Auslastung her unter Slime Range, aber trotzdem immens hoch. Ich verstehe es nicht. Auch die GPU gerade abgefahren hoch. Unglaublich. Naja, ich versuche es jetzt so mal weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weiter. Man merkt, es läuft ein wenig flüssiger. Ein kleines bisschen flüssiger läuft es jetzt. Oh Gott, oh Mann. Naja, komm, machen wir mal weiter. So, das Spiel spielt sich ja nicht von allein, nicht wahr? Drücke I zum Aktivieren. Das war was? Das sind die komischen Herzrüben. Die nehmen wir mal. Spuck, Spuck. Okay. Das sind alles nur Herzrüben, nicht wahr? Die saugen wir raus. Oder wie geht das jetzt? Irgendwas anderes? Ich sammle die ein, oder? So funktioniert's und dafür kommen dann hier diese Pogo-Früchte rein. Und ja, ach, kommen wir mal kapacke. Geil, ne? Da passt mir jede Menge rein. Das sollte ich da rausnehmen. Dafür kommt das jetzt da rein, die Herzrüben. Wow. Da ist richtig Platz. Okay, okay. Äh. Da kommst du raus. Wie der so davor hängen bleibt. Gibt's ja gar nicht. Na okay. Okay, haben wir das. Hier waren keine Rüben mehr. Da vorne nicht. Haben wir noch irgendwas? Zum Einsammeln. Das Feuerornament. Das werden wir nicht los, ne? Oh, oh. So. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Gibt's doch schon ein bisschen her, ne? Was wir das letzte Mal gespielt haben. Und warum, warum, warum krieg ich das nicht hin? Das ist die Pogo-Frucht. Und ich hab hier einen Slot schon voll mit Pogo-Frucht. Und deswegen darf ich's hier nicht mehr reinpacken, ne? So war das. So war das. Oh Gott. Okay. Na verdammt. Mag jemand Früchte? Hä? Pogo-Frucht? Ui. Oh, einen stolzen Gockel. Wo? Worauf steh ich denn hier? Holy moly. Cool. Da werden sich die Kätzchen freuen. Die gucken schon so hungrig. Ich glaub, ihr esst keine Früchte, ihr esst nur... Oh Gott. Ich darf hier nicht stehen, ne? Das fliegt mir so völlig aus. Aber Früchte mögt ihr nicht, ne? Einmal so. Nope. Nope. Die mögen nur Herzhaftes. Die mögen nur Hühnchen. Na, komm her. Na? Wollt ihr mit den Kätzchen spielen? Du auch mit Kätzchen spielen? Ja, du magst aber Kätzchen spielen. Na, komm her. So, hier bitte. Hühnchen, Hühnchen. Esst. Oh Gott, oh Gott. Nein. Katzending fast. Achso, ich hab noch einen Huh. Ich hab noch einen. Ja, bitte. Esst. Hau rein. Ach, come on. Du Mietz. Huch. Das ist egal. Komm. Hüpft. Ihr seid frei. Mietzblot. Köstlicher Mietzblot. Für 566 haben wir jetzt. Wow. Ja, halbe Miete, ne? Von da hinten. Das kostet ja über 1000. 500 hätten wir jetzt schon mal. 566. Dieses Feuerornament. Kann man das hier verkaufen? Ich würde es gern. Lademarktpreise. Ach, wie viel haben wir? 0 Uhr. Okay. Cool. Na, hier. Das Zeug ist hochgegangen. Blau mit Stacheln dran. Ja, der Rest ist irgendwie gleich geblieben oder runter. Das ist ja echt herrlich. Den Rest haben wir noch gar nicht. Hier vorne das vielleicht noch. Und das ist auch runtergegangen. Okay. Feuerornament verkaufen. Spuck. Saug. Mist. Wofür war das noch gut? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir denn keinen hier, der sich mit dem Spiel auskennt? Wo ist dann der Sheeter, wenn man ihn braucht? Mensch. Ach, die blöden Pogo-Früchte. Wolle ich denn nicht hier reintun? Oder was habe ich jetzt hier reingetan? Ach, stimmt. Da ist noch... Oh, frei. Gut. Pogo brucht. Ach, wunderbar. Weil wenn ich hier ein bisschen warte, kommen sie ja von selbst aus. Ach, machen wir es ordentlich. Machen wir es nicht. Später sind es. Ach so, nee doch. War jetzt am 18. Immerhin streamst du. Ja, jetzt ist die GPU zu 100% ausgelastet. Und Streamlabs läuft jetzt zu 40% über die GPU. Aber darauf können wir uns, glaube ich, gerade ganz gut einigen. Das Spiel läuft. Es läuft. Sodass ich damit spielen kann. Und ich schätze, ihr könnt es auch gut anschauen. Dann soll mir das recht sein. Und nachher gibt es ja eh Minecraft. Und ich glaube, Minecraft ist noch etwas ressourcenschonender als das hier. Sind die ganzen Kitzchen dann da wieder rein? Und noch nicht ganz, ne? Egal. Ich glaube, die bleiben eh so da vorne in der Ecke. So weit kommen die ja eh nicht. Und bei Gelegenheit kann man sie ja wieder einsammeln. Also, alles gut. Hier, das kann man nicht mitnehmen. Dafür muss ich erstmal so. Ähm, Pogifort. So. Dann. Die habe ich gerade nicht. Heute ist der schlimmste Tag vom Jahr. Bei der Arbeit ging alles schief. Nebenbei beim Spiel. Und jetzt sind meine Tollys weg. Und noch andere Probleme. Du munterst mich wenigstens ein bisschen auf. Deine Tollys sind weg? Hast du wieder verzockt alles? Ach, komm schon. Der Badi war so stolz, als er dich überholt hat. Das ist alles verzockt. Oh Mann. Ich geht da da. Nee, nee, nee. Moment. Vielleicht kann ich ja... Sekunde. Ähm. So. Du bekommst ja noch deinen... Du bekommst ja noch deinen, ähm... Deinen Mod-Lohn. Äh, in Tollys. 46,5 Stunden. Wow. So lange guckst du schon. Das ist viel. Länger, als ich streame. Laut Anzeige. Aber ich glaube, er zählt meine Zeit nicht mehr. Nachdem ich mich selbst hier geblockt habe. Ähm. So. So, ich glaube, du hast jetzt andere Anzahl von Tollys. Mir wurde hier noch eine ältere angezeigt. Aber ich habe jetzt einfach mal draufgeklickt. Ich kann dir nicht sagen, dass du irgendwelche bekommst. Sondern ich kann deine totale Anzahl von Tollys... Kann ich festlegen. Und du hast deine alte Anzahl wieder. Und, äh... Für das Payday. Ja. Damit du nicht so weit von Buddy weg bist. Damit du Buddy noch angreifen kannst oben. Von Platz 1. Der wollte nämlich gleich auch nochmal dazu kommen. Und dann wird er wahrscheinlich wieder laufen lassen. Um die Tollys zu kriegen. So. Ab ins Spiel. Weiter. Der Herzrüben weg. Und dann gehen wir mal. Ich weiß nicht. Mitten in der Nacht. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach. Ähm. Karotte. Nein. Habe ich nicht. Herzrüben habe ich. So. Genug. Früchte gesammelt. Das reicht. Ja, ja. Runter, ne? Auf 6. Was ist das für ein... Das ist doch... Das gibt's nicht. Ja. Und ein Feuerornament, was uns einfach den Platz blockiert. Sowas dämliches. Sowas dämliches. Ähm. Tja, hier kann man nichts mehr reintun, ne? Feuerornament. Gab's denn nicht hier noch irgendeine Möglichkeit, irgendwo irgendwas wegzutun? Ich meine nein. Feuerornament. Ist das hier sowas? Ist das hier so ein Slimy oder so? Ist irgendwas anderes? Ne? Ich weiß es nicht mehr. Was war denn damit? Und wo haben wir das her? Ich... Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es einfach mal da. Ich... Ich... Schätze, es macht ein bisschen Licht. Ja. Es kümmert sich vielleicht. Naja. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen Sachen sammeln. Geld verdienen. Ein paar neue Schleims vielleicht sammeln. Ja, nicht unbedingt die hier. Die lassen wir mal... Einfach außen vor. Früchte? Ne. Ja, euch geht's hier gut, ne? Gott. Wie ihr euch vermehrt und esst und vom Kackiet. Ah, der sieht so lecker aus. Zu dem könnten wir eigentlich mal gehen, ne? Oh, das ging gut. Und zurück kommen wir wahrscheinlich auch. Hallo, großer Schleim. Du siehst auch voll lecker aus. Oh. Er freut sich, oder? Er bietet ihm ein Küsschen an. Da, komm her. Ich kriege nicht eingesogen, nicht wahr? Ich kriege nicht eingesogen. Auch nicht angespuckt. Der will vielleicht Sachen haben. Den muss ich füttern. Ich glaube, den muss ich füttern. Na, Pukofrucht. So. Großer. Mund auf. Oh ja. Mh. Oh, du bist glücklich. Ja, nimm das. Na, verdammt. Ist doch was hier? Krass. Auch nicht. Verdammt. Wir haben nicht mehr... Wir hätten doch mitbringen können, ne? Weißt du was, Großer? Ist mal hinten. Haula. Die Welt ist riesig. Ich bin echt mal gespannt, was hier noch alles gibt, ne? Wir müssen mal ein bisschen exploren. Okay, ich hol dir was. Ich hol dir was. Was ist, wenn ich da runterfalle? Ins Wasser? Was dann? Ich glaube, dann bin ich einfach tot, nicht wahr? Ja. Okay, haben wir das getestet? Versuch macht klug. So. Ja, der nächste Morgen oder sowas. Ich weiß auch nicht. Sowas dämliches. Na ja, komm. Ah, kaputt. Wir hatten viel nichts im Inventar. Also, das war nicht klar. Genau. Wir gehen mal wieder zum Großen und machen die mal so richtig satt. Dass er noch größer... Oh, das war's schon. Oh, Gott. Auf dass er noch größer und stärker wird. Und vielleicht irgendwie explodiert oder so. Und wir können Sachen einsammeln, die voll wertvoll sind. Und uns leveln. Oder so. Was? Was machen die denn alle? Hühner! Ohne Ende Hühner! Oh Gott, ich muss zuklafen, ne? Nein, nein, nein. Gebt mir meine Hühner! Okay, wir haben vier Stücke gekriegt. Gemein. Gemein. Das kann ich nicht mehr nehmen. Oh, die ist knapp. So, Mund auf. Man sieht hier keine Anzeige oder so. Das heißt, der wird echt immer größer, ne? Ich glaube, der wird echt immer größer. Oh Gott, Alter. Ah, du bist von innen so cremig. Ja, ja, ja. Okay. Ja, komm, die können sie auch noch gerade haben. Oh, da weiß ich nicht. Wupp, wupp. Die Hühner nicht, die Hühner nicht. Aber vielleicht magst du die noch haben. Oh, ne. Da ist er wählerisch. Also nicht runterspringen, nicht runterfallen. Hier. Hier geht's hoch. Bei diesem komischen Ding hier, ne? Okay. Oh, die Scheiße. Oh, hier sind die Hühner. Hühnchen. Das sind meine. Pink Lords will ich eigentlich nie nicht haben. Die Hühner nicht haben. Den Mietsplot. Der ist mir was wert. Kleine Hühnchen, die kann ich mal liegen lassen. In die Höhle müssen wir mal gehen. Unbedingt. Der Text schon gelesen hier eigentlich? Dieses gesamte Höhensystem war durch einen Einbruch von allem abgeschnitten, als ich es das erste Mal entdeckt habe. Vielleicht sind die Kerlchen dort vorne deswegen so sauer. Die hatten Ewigkeiten nichts zu beißen. Jedenfalls achte darauf, dass der langersehnte Bissen nicht von deinem Körper stammt. Bringe ein wenig Futter mit, um sie zu beruhigen. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Also, Futter mitbringen könnte man theoretisch auch bei denen hier machen, ne? Die ein bisschen füttern und dann lassen die einen. Da vorne sehe ich noch irgendwas Blaues. Das kann jemand nicht mitnehmen, ne? Oder? Oh, Felsblot. Das ist Manni, Manni. Preise sind zwar momentan im Keller, aber besser als nischt. Juhu. Jaha. Oh. Die sind nicht mehr gut. Die gehen komplett kaputt, wenn man die einsaugen will. Das ist interessant. So, haben wir noch irgendwas cooles, was ich mitnehmen kann? Nö, ne? Ich hab nichts. Ich hab einen Meetsblot. Nur einen. Drei Felsblots. Ein paar Huhuns. Und ein Go-Gockel. Oh, gosh. Geht ja ab, ne? Dieser Go-Gockel. So, ein bisschen Konkurrenz. Beliebt. Beliebt. Das brauchen wir halten. Und noch ein paar Mädchen. Viel Spaß. Ja, ihr alle, ne? Nicht nur ihr zwei. Ja, hier Miezen. Die lass ich mal. Na, verdient mal ein bisschen Geld. Manni, Manni. Meetsblot. Was ist ein Meetsblot denn wert? Ich glaube, war das hier unten der Meetsblot? Nee, 33. So ein Mist. Und der Felsblot? 36. Der ist gestiegen. Oh, schön. Und davon haben wir drei Stück. Na, also. 779. Upgrade oder neue Welt. Ich weiß nicht, was das denn überhaupt ist. Bloody. Hey. Wir spielen wieder Slime. Slime Ranger. Die Grotte. Eine dunkle, unheimliche Höhle über die Seen. Passend in das erste Kapitel. Persönliche Geschichte. Ah. Wenn ich denn überhaupt die Grotte will? Will ich... Will ich... Das ist... Das ist mir vielleicht zu grottig. Das... Was denn hiermit? Das ist doch zum Forschen. Nicht wahr? Das Labor. 10.000. Ach. Und wieder weg. Und wieder weg. 10.000. Ist ja albern. So viel verdient auch niemand. Das ist ein richtig schönes Spiel. Das macht auch voll Spaß. Wir füttern jetzt den super dicken Mega-Slime da hinten. Und dafür brauche ich ein bisschen Futter. Ich nehme Karoffen mit. Ich nehme was hier mit. Ich habe es mit. Ich weiß nicht, ob der uns dann irgendwann mal was rausspuckt oder so. Oder einfach nur satt wird irgendwann. Das werden wir erleben. Oh. Die nehme ich auch noch mit. Die kriegt einfach alles. Ich weiß nicht, wie ist die die überhaupt. Okay. So. Ich mache jetzt alles voll. Ähm. Herzblühen. Oh. Oh. Kacke. Das war too much. Dass er dann nicht einfach aufhört. Mann. Eins. War hier nicht nur eine Herzblühe? Ah ja. Okay. Wollte schon sagen. Bogo-Frucht machen wir auch mal voll. Ja. Karotten. Ich habe jetzt einige ausgespuckt. So. Eins. Zwei. Ich glaube, das war es. Und jetzt Bogo-Frucht. Ich habe eine Star-Mail. Mache ich irgendwas nicht gut? Seven Sea Corporation? Ach. Will ich diese Star-Mail denn jetzt überhaupt... Ja, komm. Ich will sie lesen. Komm. Okay, Star-Mail. Okay. Ahem. Miss Lebeu, die Seven Sea Corporation, würde Ihnen gerne... Ein sehr spezielles Angebot machen, eine Einladung in den äußerst exklusiven, höchst begehrten Seven Sea Belohnungsklub. Der Seven Sea Belohnungsklub erlaubt es Ihnen, Ultra-Premium-Ränge innerhalb eines exklusiven Clubs zu verdienen, zu einem nur Semi-Ultra-Premium-Preis. Ja, es ist so einfach. Jeder Rang verleiht Ihnen einen neuen Club-Titel. Zusammen mit einzigartigen Belohnungen, wie wunderschönen Upgrades für Ihre Range, inklusive Anpassungsmöglichkeiten und mehr. Wir freuen uns auf Ihren Beitritt. Die Seven Sea Corporation eröffnet Ihnen einen Weg zur Größe für eine große Summe New Bugs nach der anderen. Die Seven Sea Corporation. Das ist ja voll nett. Gott. Verdammt. Und man kann hier draufklicken. Und was passiert dann? Neu-Mitglied? Nächster Rang? Aktueller? Keiner. Okay. Belohnungen, Go-Gockel, Wetterfahne. Kosten 750. Verdammt. Und ich hätte es, ne? Ach Mist, ich wollte doch sparen. So viel zum Sparen, oder? Kannen wir kaufen jetzt die Go-Gockel-Wetterfahne. Ich verspüße mich, wo ich das... Ach, okay. Nächster Rang wäre Pionier 1. Und dann gibt es einen Zaun-Upgrade. Für 29 kann ich es mir nicht leisten. Gut. Ja, das schöne Geld ist weg. Oh Mann. Und jetzt kann man den hier... Ich gucke mal gerade. Der Vitaminizer. Oder Vitamizer gibt es nicht. Hohe Wände. Frühlingsgras. Und wo kann ich das jetzt für diese Go-Gockel da einstellen? Oder was mache ich denn da? Keine Ahnung. Thunder Cheater, wo bist du denn? Der kennt sich doch aus. Er hat das Spiel noch so viel gespielt. So viele Stunden. Und hat darüber ein bisschen berichtet. Also, dass er es gemacht hat. Ähm, ja doch. War richtig. So. Big Mama, ich bin wieder da. Und ich habe ein bisschen Essen mitgebracht. Wie sieht es aus mit Karotte? Das war es wirklich? Das war es wirklich? Oh Gott, schlägt mit. Achso, ich muss nur drüber laufen. Slime-Schlüssel. Ein alter Schlüssel für ein altes Schloss. Hey. Nicht so aufdringlich, Kleiner. Ja, das passiert ja mit Leuten, die aufdringlich sind. Mann wird geschossen. Okay. So, ich hätte gerne die Kisten noch mit. Oh, das geht ja echt. Cool. Ist hier irgendwo ein Rätsel? Muss ich da hoch oder so? Ach nee, die kann man... Oh, platzen lassen. Armer. Wo ist mein verdammter Gockel? Wer hat den gerade gefressen? Wer hat meinen Gockel gefressen? Okay, du bist es. Ja, erstmal gehe ich mal wohin, wo keine anderen sind. So, mein Stuff. Mein Huhn. Mein Huhn. Ich kann es nicht nehmen, ne? Ach, du Sack. Ihr Fressecke. Mann. Na gut. Okay. Diese Hühnchen sind ja eigentlich für die Kätzchen, ne? Für die Kätzchenschleimis. Mann. Oh. Hier schon, ne? Wow. Okay. Nur nicht ins Wasser. Das ist instant tot. Das sieht so aus, als könnte man hier hoch, ne? Aber ich traue mich kaum. Ah, es geht nicht so. Nicht so wirklich. Na gut. So viele Hühnchen. Kann ich irgendwas loswerden? Verdammt. Ne, ich muss schnell zurück. Ich muss meinen Kram wieder regulär ablegen. Oh Gott. So viel Kram. Oh, Felsblaus kann ich mir nehmen. Na, ich bin. Na gut. Digger. Und jetzt? Schießen wir, schießen wir gegen die Latte. Na, knapp drunter. Tor. Oh, da fallen die reifen Früchte vom Strauch. Köstlich. Danke, Bloody. Und schön, dass es dich entspannt. Jetzt, jetzt habe ich, äh, glatt vergessen, dass ich hierhin wollte. So, weg damit. Herz rüben. Und Karotten. Für schlechte Zeiten. Gut. Und das ist nicht mal ansatzweise voll, nicht wahr? Nicht mal ansatzweise. Und ach da, links sieht man übrigens den Schlüssel. Fällt mir jetzt erst auf. Tja, wo, wo, wofür wir den wohl brauchen werden? Bin ich mal gespannt. So, Felsplots. Wir verkaufen sie für 36, Preis ist gestiegen. Das Einzige, was gestiegen ist. Und wir haben's. We got it. 229. Naja, das ist natürlich nichts. So, schnell mal runter. Die Sonne geht schon unter. Wir müssen uns beeilen. Keine Zeit. Keine Zeit zum Kuscheln. Ah, geht weg. Ich kann irgendwie nicht mehr sprinten. Na, jetzt wieder. Da oben die Quelle wollen wir nicht. Aber das will ich. Das will ich haben. Ich will, ähm, das da. Aber nur das. Wie fummel ich denn das zwischen diesen Karotten raus? Sehr schön. Ähm, die Höhle müssen wir mal reingehen. Autsch. Du Sack. Hühnchen. Lady Tyburn, moin. Oder einen Abend. Nachher gibt's auch wieder... Ach, spiel ich wieder Minecraft. Aber jetzt erstmal das hier. Das ist so ein schöner Spiel. So schön. Na, komm, die weg. Oh Mann. Die sind so verkuschelt. Und es tut mir immer so weh. Oh. Nein. Ach, Mann. Eins. Ah, die sind vergammelt. Ach, bisschen Wasser, ne? Nö. Nö. Schleimig seid anstrengend. Ähm, okay. Wir haben jetzt Gühnchen, Gockel. Ich würde mal sagen, wir gehen unsere Kätzchen Schleimis füttern. Ach, ja. Magst du mal eine Zusammenfassung geben, worum es geht in diesem Spiel? Das mache ich doch sehr gerne. Also, in diesem Spiel geht es darum, wir sind von unserer Firma, oder wir sind generell, sind wir hier hin. Und, äh, übernehmen jetzt die Ranch von einem Typen, der hier vorher war und der momentan unauffindbar ist und unterwegs ist. Der Kerl hat uns hier überall so kleine Nachrichten hinterlassen. Ja, und, und schreibt uns das hier. Äh, der Typ heißt H. Und, ähm, sowas zum Beispiel. Der Name ist Hopson, oh, der Name ist Hopson Twilligus. Er heißt also Hopson Twilligus. Rancher, Erforscher und früherer Besitzer von dieser Ranch hier. Und wir übernehmen das Ganze jetzt hier, ja. Wir haben jetzt hier vorne dann diese Ranch, das ist die erste, die wir jetzt übernehmen. Und dort müssen wir Schleimis sammeln. Die packen wir dann hier in diese kleinen Käfige rein. Ja, dasselbe geht dann auch mit den Hühnchen. Die Hühnchen werden verfüttert an zum Beispiel diese Katzenschleimis, die ich gesammelt habe. Und die gucken auch schon so ganz hungrig hier hin. Und wir müssen dann also diese, diese Schleime füttern. Die Schleime kacken uns was Tolles aus. Und das, was die auskacken, ist wertvoll. Das schicken wir über diese Maschine an die Seven Serb Corporation, oder wie sie heißt. Ich schaue nochmal. Ich will ja Seven Sea Corporation. Und die geben uns dafür Geld. Das Geld sehen wir unten links, diese Coins. 229. Und mit diesem Geld kann man sich dann hier wieder so Forschung und so ein Kram freischalten. Hier vorne. 10.000 kostet der Spaß. Und dann wird dieses Forschungsklabor da hinten aufgebaut. Dann können wir wieder neue Sachen machen und irgendwann dann neue Ranches oder so in Besitz nehmen. Da muss ich aber sagen, das weiß ich nicht so genau. Das werden wir dann herausfinden. Deswegen spiele ich heute weiter. Also, letztes Mal kamen wir halt nicht sehr weit. Die ganzen Slimeys, die ich hier eingesammelt hatte, sind irgendwie über die Gatter gesprungen. Aber waren alle voll zu schreck. Und das könnte uns hier auch genauso passieren. Ach, komm schon. Abgeprallt und drüber. Oh, oh. Ja, esst. Esst. Obwohl, das ist ein Hahn, ne? Das ist doch ein Hahn. Naja, und jetzt hat es rausgekackt. Das haben wir wieder ein. Das sind die Nietzplots. Und jetzt kommen die Hühner. So. Huhn. 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 Und Huhn. Esst. Ich müsste eigentlich hier die Wände ein bisschen höher machen. Aber es kostet alles Geld. Und ich habe irgendwie kein Geld. Das geht alles so schnell weg. Ja, komm. Kack. Was ist denn mit? Ich habe irgendwas... Ich glaube, ich habe auch einen Nutz in einem. Die Nutz hier eigentlich nicht. Okay. Alles klar. So, die ist schnell weg. Dann regen wir es auch nicht so auf. Dann springen die auch nicht rüber. Ach, verdammt. Ach, kommt schon. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh Gott. So. Ne? Es hat geklappt. Ja, ich glaube, jetzt beruhigen sie sich. Sie haben gegessen. Gut. Die Nietzplots verkaufen wir mal. Die Felsplots. Felsplots sind echt was wert momentan. Ähm. Ah, cool. Die Grafik sieht echt toll aus. Ich habe das Spiel letztes Mal knapp verpasst. Ja. Das ist schade. Der Anfang war, äh, war echt irre. Wenn man so gar nicht weiß, was einen hier so erwartet. Ich hatte mal kurz vorher reingeschaut und wusste, dass zumindest diese Dinger dann halt die Käfige darstellen sollen. Wenn man das mal weiß, ist es echt, ist putzig. Einfach nur noch süß. Es gibt hier noch so, so fiese Slimes. Die können wir uns jetzt mal anschauen. In der Nacht kommen die raus. Ähm, was kriegen wir hier vorhin nicht? Oh, geil. Mehr. 33 ist gestiegen. Das ist auch gestiegen. Alles gestiegen. Boah, Schweine reich jetzt, oder? Hm, naja. Oh, nein. Egal. Weiter. Geld verdienen. Ach so. Aufträge können wir auch annehmen hier vorne. Was will er denn? Ich arbeite an einem neuen Rezept. Kannst du mir helfen? Ich bin mir nicht sicher. Org den Ortiz. Ach so. Das ist auch das. Ich bin dir mir dermaßen sicher, dass ich dir das liefern kann. Und dafür bekommen wir dann blaues Hühnchen. Oder graues, braunes Hühnchen. Ganz. Und 500 Ocken. Oh ja, super. 13 Minuten, 56 haben wir Zeit. Ja. Das ist mal überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt holen sollten. So. Ach komm, schon fällt der Rest drunter. Kann ich es nicht mal aufsammeln, richtig? Richtig. So. Okay. 5, 5, 4. Joa. Ne? Da muss es rein. 5. Party. Party. Kommt her, ihr Hühner. Die dunklen kann ich nicht einsammeln. Schnell bevor die... Die Kätzchen kommen. Oh, hier sind Kätzchen drin oder... Oh, what? Ach, geil. So. Kommt mal her. Das ist ein Steinhuhn. Hat eine Felsenfestüberzeugung, was Hühner angeht. Oh Mann. Felshühner. Das ist so cool. Und du musst aufpassen, du darfst deinen Seines jeweils nur einen anderen Lord geben, beziehungsweise sie an einen anderen Lord ranlassen, sonst werden sie auch böse. Ach so. Ja, ja. Das ist ganz schön... Eine ganz schöne Fummelei hier. Vor allem, wenn der Zaun so niedrig ist. Steinhühner. So. Steinhühner, bitte sehr. Jetzt habe ich einen Mietsplot und Herzblut in so'n Scheiß. Die müssen mal loswerden, schnell. Oh Gott. Gut. Das ist wertvoll. Und noch ein paar Hühnchen. Altes Huhn? Oh Mann. Ich hatte echt Skrupel, die Hühner da reinzuschmeißen. Und jetzt noch ein altes Huhn. Guck mal, wie alt und süß es aussieht. Oh Mann. Lebealtes Huhn. Lebe. Mann. Ihr werdet nie so alt werden. Oh Gott, ist das grausam. Vielleicht könnt ihr ja friedlich in der Natur existieren, oder? Ach. Ja, ich will, dass ich gar nicht bin. Die sind alle aufgegessen worden. Oh Gott. Errungenschaft freigeschaltet. Bub. Ich habe Bub freigeschaltet. Ah. Bub. Ah. Okay. Ach so. Und verwittert die Hühner schnell. Ah, Blati, du kennst dich aus mit dem Spiel, hä? Oh Gott. Das ist so grausam. Ja, komm, wir verwittert uns nicht schnell, wie du das sagst. Na, komm, wir haben uns egal, kann man das auch sagen. Oh, das alte Huhn. Das alte Huhn, das alte Huhn bekomme ich nicht. Das ist das. Das darf man nicht. So, haut rein. Gut, Meetsplots. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben zwei Uhr. Ach, das war schon... Ach, nee, jetzt ist runtergegangen. Verdammt. Ach, verdammt. Ach, das ist gemein. Über 1000. Errungenschaft freigeschaltet. Betucht. Wir sind betucht. Mit 1343. Ein bisschen auf jeden Fall kein Profi, aber ich habe am Anfang so viele Hühner gesammelt und dann waren es nur noch drei und ich war verdutzt. Dabei sind sie einfach alle gestorben. Tja, ich glaube, die leben, um verfüttert zu werden. Da vorne sind noch ein paar übrig. Ich glaube, sind die ja nicht mehr langsam seit hier. Die fressen wirklich alles, ne? Ständig. Ich kann mich ja alle einsammeln. Ich kann mich ja nicht mehr einsammeln. So, seid ihr ein bisschen in dieser Maschine drin? Oh Mann. Dann kann ich euch in Ruhe mal einsammeln. Genau. So, die Steinhühner. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Ich mag sie trotzdem mal kurz wieder hier rein. Die werden vielleicht steinalt. So, und jetzt. Hühner hier rein. Ein paar Mietzen. Ein paar schleimige Mietzen. Und die Mietzboards werden zu Geld gemacht. Oh, geil. 1604. Boah, ey. Das ist mal Knete. Tja, hier das kostet. Was war das hier? 1795. Könnte man bald, ne? Eine Rancherweiterung. Jetzt hier eine dunkle, also eine Grotte. Eine dunkle, unheimliche Höhle. Über der See und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. Mehr Info. Die Grotte ist eine Weiterung für die Ranch, die sich in einer, ein klein bisschen gruseligen Höhle befindet. Und dem Rancher erlaubt, sich um lichtempfindliche Slimes zu kümmern, ohne dass ein Sonnenschild von Nöten ist. Noch nie hat sich ein Phosphor-Slime so freigefühlt. Boah, das ist ja cool. Ah, jetzt verstehe ich. Also es ist für die dunklen Slimes, also für die lichtempfindlichen. Hm. Das, das klingt gut. Das klingt gut. Forschung können wir eh nicht machen. Jetzt mal schnell hier schauen, was war das eigentlich noch? Wenn du einen Goldschmied siehst, wir befinden ganz schnell mit irgendeinem Essen. Dieses Spiel ist so weird. So weird. Plotmarkt. Füttere Slimes, sammle Plots, wer du bezahlt hast. Das habe ich verstanden. Achso, das ist einfach nur die Info. Das Info-Terminal. Nur Info. Und hier vorne. Dieser, der klappt noch nicht. Den müssen wir wahrscheinlich auch erst freischalten. Ein Goldschleim. Also kein Goldschmied, ein Goldschleim. Okay. Den bewerbe ich sofort mit Essen. Mach ich. Ich laufe jetzt auch nachts los. Sollte man eigentlich nicht machen, aber... Ich könnte auch mal in die Höhle gehen. Hier, die hier sind nichtempfindlich. Gott, was geht hier ab, ne? Das ist schon so dermaßen... Hier wird es wirklich sehr bunt getrieben. Das kann ich nicht gut heißen. Das kann ich nicht gut heißen. Au, ah. Jetzt bin ich falsch abgebogen, glaube ich. Aber was war hier eigentlich noch? Needsplots, nehme ich alle mit. Needsplots. Kriegen, nehme ich auch mit. Ja. Na, hier ist jetzt nichts so Spannendes. Nur ein Needs. Needs. Naja. Ach, diese Pinkplots, die schmeiß ich auch weg. Also die lohnen sich ja echt überhaupt nicht, ne? Die verploten einfach nur das Inventar. Boing. Hier liegen zwar viele rum. Also für den Anfang sind sie ja ganz nett, aber nachher irgendwie gar nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt. Wann das jetzt... Wann das sechs? Mittlerweile nur noch? Sechs Coins. Diese. Errungen schon freigeschlaut, die ganze Nacht auf. Das war das erste Mal, dass ich die ganze Nacht auf war hier? Tja, ich... Bin schon so ein wilder Typ, ne? Oh. Needsplot. Komm's mal weg. Ich hab... Das sollte reichen, oder? Was ist denn das eigentlich? Phosphorplot. Ich leg dich einfach mal da rüber für schlechte Zeiten, nicht wahr? Mann, 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 diese Viecher. Wünsche mitnehmen. Ah, wo kann ich? Geh ich mit? Gut. Oh, joa, du... Du kannst hierbleiben. Lebe dein Leben. Oh, geil. Phosphor. Und das könnten wir alles in dieser Höhle dann richtig selbst abernten, ne? Da könnten wir die... Diese Nachtviecher reinpacken. So, ich hab nichts zu essen dabei. Deswegen geh ich da jetzt mal grad nicht rein. Taschen sind voll. Au. Hm, schön, wenn die Heilmusik einsetzt. Zimmerputzig. So. Ähm, jetzt hab ich Mietzlein eingesammelt und wollte... Ach, sicher, Applauts hab ich auch. Okay. Jetzt gehen wir das dicke Geld verdienen. Er ist runtergegangen, aber darauf kann man ja nicht wirklich achten. Ich mein, man kann's ja nicht die ganze Zeit plötzlich rumschleppen. 2.173. So reich war ich in diesem Spiel noch nie. Okay. Wollen wir das mal machen da hinten? Und was war das eigentlich noch? Wassertank? Aha. Jetpack. Ach, verdammt. Greife nach den Sternen mit deinem eigenen erstaunlichen Jetpack. Das... Das ist ein Upgrade oder... Oder was ist das hier? Ich hab's gekauft. Es funktioniert. Zum Teil. Oh, wie geil ist das denn? So, wenn ich jetzt gedrückt halte... Ah, bis die... Bis die Ausdauer weg ist. Ah, okay. Ne, versteh nicht. Okay. Aber... Aber er reicht nicht lang. Also ich komm so hoch. Das Jetpack ist super. Ja, okay. Upgrades, ne? Ja, okay. So, und jetzt mal versuchen. Wie hoch komm ich? Okay. Alles klar. Ein bisschen. So, Jetpack haben wir. Sprinterstiefel. Oh, verdammt. Füge deinem Werkpack einen Schockwellengenerator hinzu. Boah, ist das toll, ne? Mehr Herz. Ein bisschen mehr Herz. Energiemodul. Das ist fein. Auf 150 erhöht. Was haben wir denn jetzt? 100, ne? Boah, das müsste ich eigentlich holen. Das müsste ich eigentlich holen. So, ich kann den Chat momentan nicht lesen. Ich weiß, da wurde was geschrieben. Ich sehe es auch, aber ich kann es nicht... Moment, Energie kannst du, glaube ich, auch noch verbessern. Ja, genau das hier. Also ich kann nicht lesen, weil meine Katze sich davor gelingt hat. Genau, vor dem Chat. Und putzt dich gerade. So, Tankbooster. Verbessert nanotechnologische Speicherzellen. Erlaubt ist deinem Werk. Tanks 30 Einheiten, was auch immer du einsaugen kannst, aufzunehmen. Boah, ich muss die Sachen kaufen, ne? Kann ich ja anders machen. Ich darf... Ich kann nichts anderes machen. Ich muss... Ich muss das machen. Ich muss das hier auch machen. So, und jetzt können wir uns die Grotte zwar noch nicht holen. Mhm. Süßwasser zu speichern. Das brauchen wir, glaube ich, auch für einige Slimes. Aber ich... Ja, diese Sprinterstiefel, ne? Für das Sprinten. Boah, ich muss das auch... Ich muss das alles kaufen. Das ist einfach zu cool. So, gucken wir mal. So, erhol dich mal ein bisschen. Und dann mal sprinten. Oh, jetzt können wir sprinten. Jetzt können wir abgehen. Wahnsinn. Super. Okay, go. Ah, by the way. Ach, was? Ich muss erst irgendwas an... So, offline. Nennen. Irgendwas mit Mieze-Katze. Hallo, Mieze-Katze. Hast du gehört, Mary? Du wurdest gegrüßt. Interessiert sie nicht. Aber ich glaube, sie ist im Herzen sie dankbar. Sie putzt sich unbeirrt weiter. Oh, nichts zu essen mitgenommen. Aber kein Thema. Da oben ist Essen. Das nehmen wir jetzt mal mit. Dann gehen wir in die Höhle. Das kommt mal durch. So, und ab in die Höhle. Wen müssen wir denn hier füttern? Das heißt wahrscheinlich, dass hier lustige, runde Wesen unterwegs sind, die mit Knochen spielen. Habt ihr denn alle gegessen? Alles gut? Euch geht's gut, ne? Ich glaube, die Sachen, die ja nicht essen gehen, sind die sauge ich nicht wieder ein. Zu dieser Höhle passt diese italienische Gondelmusik nicht so richtig. Oh, das war's schon im Moment. Da kamen wir her. Doch. What? Das geht schon wieder raus. Oh, und dafür braucht man einen Schlüssel, ja? Holla. Stiefel sind wichtig, Wasser nicht so. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Stiefel sind geil. Jetzt kann man mal so richtig durchsprinten hier. Okay. Meins, alles meins. Errungenschaft. Indigo Steinbruch. Alles, was von einem Grabungsprojekt übrig geblieben ist, dass schnell den Bach runterging. Okay. Cool. So, besuche das Range House, um sie zu lesen. Naja, genau. Da laufe ich gleich hin. So, was sagt der denn? Ich war immer am glücklichsten, wenn ich für mich alleine war. Orte wie dieser alte Steinbruch lagen mir wirklich. Schön ruhig und fast vollkommen leer. Also ging ich davon aus, dass das Leben auf der fernen, fernen Weite mir genauso liegen würde. Und als ob ich es nicht gewusst hätte. Ich komme den ganzen Weg bis hierher und die erste Person, die ich sehe, naja, sie hat verändert, wie ich die Dinge sehe, schätze ich. Ruhig war nicht mehr genug. Ich mochte ihr lachen. Achso, sie hat... Okay, alles klar. Okay, das ist ja beeindruckend hier. Das ist ja eine richtige Story. Huch! Ach, Holla, und da unten sind uns ein paar rote, ne? Die sind bestimmt auch ganz, ganz cool. Aber ich wüsste nicht, wie man wieder hochkommt. Von daher lasse ich es mal. Der Instant-Tot, wenn man da runter springt, will ich nicht. Ach, Mann. Ich nehme dich einfach mal mit. Aber was ist jetzt hier eigentlich? Man käme hier nicht wieder weg. Da vorne ist zwar eine Höhle. Geht es da zurück oder so? Naja, jetzt sind die ja alle gefressen. Danke für deinen Horst, Bloody. Euch ist noch alles cool hier? Okay. Oh, oh. Oh, mit? Dich nicht weh, weil du so süß bist. Hühnchen kann ich nicht mitnehmen. Pogifrucht. Ich hätte doch Pogifrüchte. Die will ich gar nicht hier nehmen. So, und das Huhn hätte ich. So, schön. Und wie sieht es hier drin aus? Wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich. Aber hier geht es weiter. Mal schauen. Da sind Kätzchen vom Baum gefallen und noch mehr. War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ich meine ja, aber... Ich weiß es nicht mehr. War ich schon hier? Ich weiß nicht. Wir schauen mal hier. Ich glaube schon. Ich hatte einen großen, hohen Baum, wie diese hier am Rande meines Grundstücks, zurück auf der Erde. Er stand da länger, als jemand sich zurückerinnern konnte. Er überlebte alle möglichen Veränderungen um sich herum. Und eines Tages habe ich festgestellt, dass er am Sterben ist. Das war nichts Unnatürliches. Und seine Zeit war wohl einfach gekommen. Und dann habe ich erkannt, dass wenn ich nichts machen würde, ich enden würde wie dieser Baum. Ich würde mein ganzes Leben am gleichen Ort verbringen. Das konnte ich nicht geschehen lassen. Also habe ich am nächsten Tag ein Ticket zur fernen Fernweite gekauft. Ja, und da war sie hier und war Stranger und alles war gut. Ganz viele Slimes. Die machen, die machen gute Laune. Oh, sowas. Gute Laune. Das ist auch gute Laune. Oh, Fails-Limes, ne? Ja, mal schauen, ob wir die bändigen können. Und hier vorne ging es, glaube ich, jetzt in dieses böse Gebiet. Ich entsinne mich. Hier bin ich noch nie gewesen. Das weiß ich. Und da vorne brauchen wir dann also auch wieder einen Schlüssel. Ach Gott hier. Tja, den brauchen wir noch. Ja, habe ich nicht. Gut. Gut. Gut, dass die Kisten durchsichtig werden, wenn man sie so trägt. Und ich muss trotzdem hin und wieder mal gucken. Wo war das noch? Ja, so nah. Ah. Ah, war hier vorne. Ähm. Wow. Das ist echt, das ist Mist. So, Kapsel verschlossen. Aber. Du hast Hunger. Ich weiß jetzt, wie ihr funktioniert. Reicht nicht. Reicht die Kapsel mitnehmen? Da kann ich gar nichts machen. Deswegen liegt die wahrscheinlich noch hier. Ach. Jetzt hätte ich gerne meine Hühnchen zurück. Spuck sie aus. Spuck aus, Asshuhn. Mist. Na, ich schätze mal, er hier lässt dann den nächsten Schlüssel droppen. für diese böse Area. Na gut. So, noch irgendwas, was Geld bringt. Ja. Ihr Süßen. Zum. Ach, komm schon. So, ich weiß, was dir schmecken wird. Und zwar ein schönes Bad. Mann. Ähm. Ach. Ach. Oh, oh. Okay. Meatsplots sind gut. Meatsplots nehme ich. Okay. Mäh, trau ich mich noch nicht. Ich weiß nicht, wie hoch ich mit dem... Ich check nochmal. Also wirklich hoch kommt man damit nicht, ne? So richtig hoch kommt man damit nicht. Es wird auch langsam dunkel. Hier ist nichts, aber hier das könnte man vielleicht mal testen. Da so hoch kommt. Ja, ja. Wow. Cool. Oh Gott. Ich. Oh, ja, geschafft. Oh meine Güte. Ich glaube, man kommt hier irgendwie dann doch bis ganz nach oben, ne? Cool. Ja, das ist doch mal was. Moin. Tja, das ist cool. Das ist wirklich toll. Aber ich geh trotzdem mal wieder runter. Das ist langweilig oben. So. So. Irgendwas schönes. Es ist nichts dabei. Aber dann gehen wir mal langsam wieder zurück. Genau. Das kannst du nicht fallen lassen. Das ist richtig wertvoll. Da vorne sind auch noch ein paar. Man kann den einfach nicht böse sein, ne? Das ist mir zwar weh, aber... Das ist mir zwar weh, aber... Allein. Und eigentlich eben noch ein... Hab ich den schon eingesammelt, den Part? Ich weiß es nicht. Oder hast du dich... Hast du ihn gegessen? Esst ihr Plots? Hier ist doch alles. Ich glaube, ich habe ihn eingesammelt, oder? Ich bin mir fast sicher, dass ich diesen Part eingesammelt habe. Wer geht da? Den habe ich eingesammelt. Oh, was... Was ist denn hier passiert? Eww. Huch. Was habe ich gerade rausgespuckt? Meatsplot. Nee, ach Gott, hör auf. So. Gehen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, die Felsslimes. Packen wir gleich mal rein. So, wie sind denn die Preise? Wir haben 20 Uhr. Also Meats ist gesunken. Das ist gesunken. Phosphor ist gesunken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Felsslimes in das Gehege bringen und warten mal Mitternacht ab. Vielleicht tut sich ein bisschen preislich noch was. So, Felsslimes. Autsch. Au. Oh. Naja, ne? Okay. Was soll denn das? Gelästigt hier schon Jünger? Ah, das sind schon ein paar neue... Neuere zugekommen, ne? Oh, das sieht doch gut aus. Ich nehme da jetzt keins von weg. Lassen wir es mal so. Gut. Was das hier ist, Bloody, weißt du das? Das Ding hier. Ich saug es mal ein. Das ist ein Feuerornament. Was macht man damit? Man kann es da so... Leuchtet es einfach? Vertreibt das vielleicht diese bösen Viecher oder so? Vertreibt das böse Viecher? Und wenn ich das hier so hinpacke, dann kommt hier nichts Böses mehr hin oder sowas? Das wäre toll. So, was machen wir denn bis mitternacht? Mal gucken, was es noch so gibt, ne? Schockwelle. Füge deinem Backpack eine Schockwellengenerator hinzu, der Slimes wegstößt, wenn du etwas mehr Platz für dich brauchst. Praktisch, aber darauf kann man erstmal verzichten, ne? Wassertank ist nicht so wichtig, Herzmodul. Ja, vielleicht wenn wir dann in dieses böse Areal gehen oder so, dass wir dann vorher nochmal das Herzmodul holen. Das könnte man machen. Das ist halt auch witzig, dass die reifen Möhren so rausplöppten. Das wusste ich gar nicht. Achso, ne, wir sind ja voll. Wir sind einfach voll. Tja, man kann in diesem Spiel auch noch was lernen. Ist die Möhre reif, plöppt sie einfach aus dem Boden raus. Und liegt da. So, 22 Uhr. Das dauert noch ein bisschen. Da können wir in der Zeit noch ein bisschen rund gucken. Ja? So. Oh Gott. Ist das nicht schön. Ein bisschen rund gucken. So viele Mietsplots. Phosphorplots, 8. Und Felsplots, 4. Ich glaube, das gibt gut Geld. Ich nutze diese ruhige Minute, um meine Kehle ein bisschen zu benetzen. Ich weiß nicht, warum ich so geschwollen rede, aber irgendwie dieser Mond. Dieser Mond. Oh, wir haben ja noch eine Nachricht. Oh, wir haben eine Nachricht. So, Moment. So. Schauen wir mal an. Was schreiben sie denn Schönes? Ach, kein Betreff, dass diese Mails, die landen doch sofort im Müll, die kein Betreff haben. Was ist denn das für ein Mist? So, schau an, schau an. Es sieht doch glatt aus, als hätte sich ein weiterer Möchtegern-Rancher für eine einsame Existenz auf einem weit entfernten Felsen im All gefunden. Gratuliere Beatrix. Ich bin Mochi Miles. Miles. Wie in Tatsuya Miles. Der Milliardär. Ich bin hier, um wichtige Geschäfte für meinen Vater zu erledigen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht all die Hinterwäldler da draußen im Zuge dessen alt aussehen lassen werde. Keiner erobert den Blort-Markt, wie ich es tue. Tag ein, Tag aus. Mein Vater gibt mir Insider-Wissen, also stell dich darauf ein, dass ich nach Blorts verlange, von denen ich weiß, dass sie mir später große Profite bescherten werden. Ich wünsche dir viel Glück, Beatrix. Vielleicht schaffst du sogar den zweiten Platz. Zumindest kannst du deinen Freunden erzählen, dass du der große Mochi Miles bei ihrer Eroberung der fernen Ferneweite helfen durftest. Tschö mit Öl. Mochi Miles. Top Ranger. Okay, die ist also der Arsch, ja? Die ist der Arsch. Wissen wir Bescheid. Ach, dieses Spiel hat sogar Story. Ihr Kleinen. Oh ja. Also dem das Ding hier ist, ja, sehe ich hier nichts Böses. Alles gut. Keine bösen Snimes. Den Hühnern geht's gut. Das ist die Wunderwaffe schlechthin, ja? 23, 35, 36, oh Mann. Also ich schätze mal, die Preise können ja nur hochgehen. Alles andere wäre komisch. Ach, da ist ja auch noch Kram, ne? So. So. Das ist's. Florida. Find's. Ja, das ist ein schlechter Scherz. Boah, das sieht aber schon das lecker heute aus. So herzlich. Jam, jam. Okay. Ihr isst doch Herzrüben, oder? Oh ja. Au, au. Das tut weh. Schmerzlich werdet ihr geherzt. So, und diese Pogo-Frucht isst ihr wahrscheinlich auch. Ne, ist doch alles, oder? Die isst ihr natürlich nicht. Ist ja nicht schlimm. Die sammle ich wieder ein. Komm schon. Aua. Nein, die Viecher sind übel. Hm. Ja, gerne mit. Da ist kein ungefährlicher Job hier. Was, die so gemein explodieren, wenn man sie einsaugt. Oder einfach sich in deren Nähe befindet. Das ist so fies. Halt auf damit. Boah, komm schon. Okay, die Mietsteile, die... Die gehen tierisch ab. Manchmal. Die meiste Zeit hocken die da so ganz still, aber manchmal. Achso, ich hab noch so ein Felsi, ne? Wie viel hab ich denn? 1200. Boah, kann ich hier bei euch? Moment. Ähm. Hohe Wände. 350. Warum kostet irgendwie alles 350? Hohe Wände bei einem Gehege stellen sicher, dass sogar die am höchsten springenden Slimes Probleme haben, sie dort zu entkommen. Okay. So. Also, das war's für euch. Und bei denen hier geht's, glaube ich. Die rollen nur extrem fies. Sonst machen die nichts, ne? Explodieren. Aber springen nicht so hoch. Die kommen dann nie wieder raus und bei euch ist eh alles gut. Okay. Gut. Felsblots 28. Boing. Auch wenn die momentan auch wieder im Preis gesunken sind, ne? Ja, hier hinten im Preis gesunken sind. Wollte schon grad sagen, 76 bekommen wir aber nicht. Naja, aber trotzdem, das passt schon. So. Herzrübe. Zwei Damen. Alter, es waren... Moment. Drogofrucht. Gut. Boah, ist das total super. So, was war hier eigentlich noch? Das erweitert ja auch nur das Gebiet, ne? Der Ranch ganz eigene Wildnis. Kosten 1795. Eine Info. Der Wildwuchs ist eine Erweiterung der Ranch, die von Moos und hohem Gras bewachsen ist. Das so entstandene Dickicht erlaubt es Früchten und Gemüse ganz natürlich zu wachsen. Und es zieht auch das ein oder andere freilebende Huhn an, was es zu einem idealen Platz für Ranger macht. Die Freilandhaltung für ihre Slimes bevorzugen. Ah, Freilandhaltung für die Slimes. Auch nicht schlecht. Das will ich auch haben, ne? Freilandhaltung finde ich noch viel besser als diese blöden Käfige hier vorne. Käfige sind doof. Ich laufe auch so gerne hier einfach durch, weil hier so frei rumhüpfen, denen geht's gut. Ja, Pinkblood. Mann, geil. Wenn wir die Höhle haben, dann können wir die hier auch mitnehmen, ne? Die Phosphors. Der Zittert ist kalt. Oh, oh, oh. Nice. Ja, hier wird's wieder lustig. So, Hühnchen nehm ich mit. Nehm ich immer mit. Pinkbloods könnt ihr behalten. Kauft euch was Schönes davon. Ihr Süßen. Oh, noch ein Hühnchen. Nein. Hier. Du Sack. Ich höre hier doch irgendwo was flattern. Das ist aufgefuttert. Ach, keine Ahnung. Ja, ja. Oh Gott, schnell weg. Autsch. Nope, hier ist nichts. Ich nehm mich noch mit, weil ich Katze habe. Die waren irgendwie ein bisschen anstrengend gerade. Ich sag mal, wo kommst du hier hin? Ja, Süßen. Achso, warte mal hin. Das sind jetzt echt nur noch diese Steinhühner, ne? Oder Felshühner. Ich muss mal kurz gucken. Was heißt hier? Äh, Steinhuhnen. So, mal gucken, ob sie wie ein Stein im Magen liegen von den Viechern hier. Ob sie die auch fressen. Ja, ne? Oh, ne? Ich kann mich ja förmlich zwingen, die zu essen. Ah, super. Ja, ich sauge jetzt einfach mittlerweile irgendwie einfach alles ein, weil es ist zu schwer, an den Viechern vorbeizusaugen und nur die Brots zu kriegen, nur die Plots. Na gut. Okay. So, 17 Mietsplots. Oh Gott. Geld, Geld, Geld. So, Phosphor ist auch gesunken. Es ist einfach alles gesunken. Es sinkt nur noch. Diese Millionärstochter macht wahrscheinlich die Preise kaputt oder so. 2000. Uh, 2000. Was holen wir? So, was holen wir? Was soll ich nehmen? Wer ist gerade klar dabei und möchte Antwort geben? Und zwar entweder das hier. Ja, hier das Felsending. Das Grottenteil. Wo wir denn diese, diese Nachtviecher sammeln können. Oder hier vorne diese Erweiterung und können dort noch mehr Hühner und, und andere Slimes freilaufen lassen. Worauf hat er, was soll, was soll ich machen? Worauf habt ihr Bock? In der Zeit sauge ich mal diese Herzblumen rein. Grotte oder Freilag? Oh Gott, es gibt die Klamm rum. Oh Gott, es ist einfach voll. Befreit die Schleime. Du bist also für Freiland. Hätte ich mir, hätte ich mir denken können, dass du da bist. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Freiland, Freiland ist schon mal gut, ne? Aber Grotte, dann können wir halt, äh, auch mal ganz andere Slimes haben. Das ist so der Vorteil von, von Grotte. Und da sind die, glaube ich, auch frei. Vom Sinne nicht geschützt. Anstrengung hier. Ich warte bis hier runterfallen. Ja, du kennst das Spiel nicht. Ich hab auch nicht. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Keine Ahnung. Aber wir können es ja mal machen. Wir können einfach mal das Freiland. Mich interessiert es ja auch, was da zu sehen ist. Ich bin echt mal gespannt. Das sind echt eine Menge Karotten. Gut. Gehen wir mal rein. So. 1795, ein Schnäppchen. Rancherweiterung kaufen. Tja. Jetzt sind wir Großgrundbesitzer. Ja, das ist, das ist nicht schön hier. Oh, das, das ist ja schön. Oh Gott, ist das, oh Gott. So, was haben wir hier noch? Ach, ich. Kann mich nicht zurückboarden oder so? Kann man, kann man das Port-Ding nicht benutzen? Da muss man wahrscheinlich auch erst irgendwas freischalten. Dann kann man sich direkt hier hinboarden und. Das ist ja mal cool hier. Oder? Das ist ja riesig. Wow. Und hier können wir jetzt kleine Gehege aufbauen. Oder einen Garten machen noch. Noch Hühnerstall. Noch ein Silo. Brauchst du es nicht verbrennen? Wasser herstellen. Weiß ich noch nicht. Für manche Slimes braucht man es ja, das Wasser. Wo geht es denn hier hin? Gehört das noch alles zum Grundstück dazu? Ich glaube, das hier ist dann irgendwie ein neues Abenteuer, nicht wahr? Ich gucke erst mal hier vorne noch, was wir noch alles haben. Boah, krass. Eine Nachricht? Schauen wir gleich mal. Okay. Also das Port-System scheint gut verteilt zu sein. Boah, was war denn hier? Die Docks. Tief, tief unten in der großen blauen See sah ich tausend Slimes mich anlächeln. Kosten 5000. Ihr seid doch verrückt. 5000. Aber es interessiert mich schon, ne? 5000. Ich glaube, wir müssen jetzt mal die Geldverdienststrategie ein bisschen verbessern. Wir brauchen ein paar wertvollere Slimes. Die müssen wir uns jetzt irgendwo mal hinpacken. Tja, nur welche. Ich schaue mal, was hier noch so ist. Jetzt will ich alles wissen. So, hallo. Okay, Kätzchen können wir eigentlich. Nehmen wir das Bett, komm. Ja, du kannst hier bleiben. Das ist in Ordnung. Was ist denn das? Hier ist ein Ball. Wie cool ist denn das? Oh Mann. Ich jetzt, ich kann diesen Ball werfen? Und dann, und dann spielen? Oh gosh. Das ist das verdammt cool. Den, den trage ich mir nach Hause. Mein Ball. Entweder müssen wir damit spielen. Boah. Funktioniert der gut. So, Starmail erhalten Besucher das Ranch House. Ach, komm schon. Wer schreibt denn hier ständig? Da will man seine Ruhe haben, ja? Geht hier in die feine, feine, äh, ferne, ferne Weite? In die feine, feine Weite? Ach komm. Was schreibst du denn? Wen haben wir denn hier? Casey? Natürlich erinnere ich mich an den Tag. Für mich war das der Zeitpunkt, wo wir beide eine echte Verbindung zueinander gefunden haben. Es hat so stark geregnet, dass die Straßen überflutet waren und wir haben Zuflucht in diesem Café gesucht. Es war wie eine Szene aus einem Film, nur dass wir beide wie erseufte Ratten aussahen. Und der Kerl, dem das Café gehört hat, war ein richtiger Tyrann. Wir durften nur drinbleiben, indem wir einen Kaffee nach dem anderen bestellt haben. Ja, so ist das in Cafés, ne? Ich finde, wir haben an diesem Tag mehr übereinander erfahren als jemand sonst. Als jemals sonst. Vielleicht war es der Café, weil wir beide so richtig, richtig schnell geredet haben. Ich habe dir von meinen Träumen erzählt, Musik zu machen und all das. Jedenfalls erinnere ich mich so daran. Auf dem Heimweg hat mir mein Herz bis zum Hals geschlagen, als es wieder anfing zu regnen und du dich näher an mich gedrückt hast. Aber das lag dann nicht am Café. Casey. Au. Ja, voll die Love-Story. Ach, dieser Casey. Diese Casey, dieser Casey. Ich weiß es gar nicht. So. Ja, weg damit, ne? Alles einfach weg. Ah, die sind ja Slimes. Nee, das war okay. So, ihr dürft leben. Hier kommt eine Blühmaschine. Oder auch. Aber das hier. Soll ich mal. Einmal damit spielen. Nee, das geht nicht. So, ihr Kätzchen. Habt am Ball zum Spielen. Machen sie es. Stützen sie sich gerade auf den Ball und nutzen das und haben Spaß. Ist das mal geil? Oder? Oder meine ich das jetzt gerade nur? Es kann auch sein, dass es Zufall war. Dass die alle in die Ecke gesprungen sind. Naja, gut. Wieder so ein altes Huhn. Naja. Oh, oh, oh. Hier, altes Huhn. Ich hab was für dich. Nein. Hier ist alles. Klappt aber noch nicht. So. So. Altes Hühnchen. Okay. Ich wollte eigentlich, dass sie hier oben sitzt. Aber da unten ist es auch gut. Du darfst dich selbst entscheiden. Bitte. Mach's dir gemütlich, altes Huhn. So, lesen wir mal, was hier steht. Ich habe dieses Areal selbst angelegt, indem ich Erde aus der Moosdecke überall verteilt habe. Nur um zu sehen, was passieren würde. Ich hatte gehofft, es würde ein oder zwei Jägerslimes anziehen. Aber damit hatte ich leider kein Glück. Vielleicht muss ich hier stattdessen eine dieser großen Pilze zum Wachsen bringen. Es scheint auf jeden Fall, als würden sie gerne in der Nähe abhängen. In der Nähe. Diese Jägerslimes. Okay. Ich verstehe. Hierbei sind es nichts. Die Kortsklappen nicht. Soll ich ein Glücksspiel spielen? Kannst es nicht sein lassen, oder? Spiel, aber setz nicht immer alles. Du musst das so machen. Du musst es ein bisschen geschickter angehen. Zum Beispiel immer 50 setzen. Wenn du gewinnst, setzt du weiterhin 50. Wenn du verlierst, setzt du 100. Und so weiter. Und so weiter. 244 ist natürlich null Geld. Das reicht nicht. Hinten und vorne nicht. Soll ich nochmal zurück? Nee, aber wenn du immer zum Beispiel das Doppelte setzt, dann kannst du gar nicht verlieren. Weil irgendwann gewinnst du mal und dann verdienst du direkt so viel, dass du deine ganzen Verluste wieder reingeholt hast. Das heißt, du musst immer 50 setzen, dann 100, dann 200, dann von mir aus 400 und so weiter. Dann musst du nur eins davon gewinnen und hast alles wieder reingeholt. Ohne Verlust. Oh, da hinten ist wieder so ein Katzi, ne? Da muss man so rüber hovern. Und die dann wieder füttern. Hm. Okay, okay. Was hat er denn hier? Ich bin immer an diesen Strand gekommen, um nachzudenken. Ich bin hier gesessen und habe diese entfernten Ringe angestarrt. Und habe mich gefragt, wer sie gebaut hat und für welchen Zweck. Tja, jetzt wo du das sagst, frage ich mich das auch. Aber hauptsächlich bin ich hier gesessen und habe über sie nachgedacht. Wieso sind die da? Rechter da, jetzt frage ich mich das auch. Jetzt sitze ich auch hier und wer hat diese Greise hier gemacht? Das frage ich mich jetzt auch. Sind nicht hier irgendwo die Jäger? Kätzchen, äh, Mietz lasse ich hier. Ne, das finde ich nicht. Oh, was sehe ich denn hier? Reiz. Oh, hier, okay. Brauchen wir den nächsten Schlüssel. So. Au, 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 au. Tut mir nicht weh. Ja, das war das hier. Mehr gibt es nicht. Also da vorne ist jetzt wieder so ein Ding mit Schlüssel. Problem, Buddy muss weg. Hahaha. Au, au, au. Mann. Ja, ich weiß nicht, Buddy wollte auch noch dazu stoßen später, hat er gesagt. Also, dann verdient er auch wieder. Also ich glaube, dir bleibt eigentlich nur... Kiste. Dir bleibt nur Blut. Ja, viele Coins, Rüben. Ach, interessiert mich alles nicht, ne? Habt ihr, habt ihr mehr? Es geht's. Ach ja, da hinten das Kätzchen. Ich würde zumindest mal gerne gucken. Überlebe ich das, wenn ich hier rüberspringe? Wohl schon. Nochmal rüber, oder kann man es rüberschießen? Ich schätze, man schießt den Rest. Boah, das kommt ja herrlich. By the way. Diese Kapsel ist verschlossen. Muss man da irgendwas draufschießen oder so? Man kann sie nicht aufnehmen, man kann damit irgendwie gar nichts machen. So eine Kapsel. Was? Oh, oh. Ja, komm, lass dich drücken. Lass dich drücken. Juhu. Oh, oh. Oh Gott. Jetzt, ich stehe voll auf dir. Ach komm, ab nach Hause, es wird dunkel. Der Ranger muss ins Bettchen. Na, Hühnchen. Alles gut. Na, lebt ihr noch glücklich? Auf eurer... Auf eurem Freilandgebiet hier? Na? Ja. Ach Gott. Ich glaube, ich hole die anderen Hühnchen auch hier hin, oder? Ich hole sie auch hier hin. Ich hole sie alle hier hin. Bye bye, Buddy. Hast du gewonnen? Hast du es geschafft? Hast du ihn vom Thron gestoßen? Ich sehe es ja nicht. Ich kann es ja nicht gucken. So, Plots. Ganz viele Plots. Oder warte ich auf Mittag? Nein, ich warte nicht. Die Lektion habe ich gelernt. Das bringt alles nicht zu warten. So, 430 ist gut. So, euch sauge ich mal ein und dann nehme ich euch mit. Muss ganz sicher gleich messen. Oh, das alte auch noch. So, hier mit. Du noch. Ähm. Na ja, gut. Ihr kommt jetzt hier rein. Ja, das alte nicht. Das alte nicht. Also, alter Gockel. Und ein paar normale Gockels. Wow, du hast 663 Tollys. Damit bist du Stammy. Ich habe diese Ränge wirklich einfach nur eigentlich mehr gewürfelt als irgendwas anderes. Ich muss die Ränge irgendwann mal überarbeiten. Ich finde Stammy klingt... Ich habe es von der Darnie geglaubt. Ich kriege es zu. Ich glaube, ab 600 Tollys oder... Ja, ich glaube, ab 600 ist man ein Stammy. Ich könnte es auch mit der Zeit machen. Ja, die View Time. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, ich schaue mal. So, eine Bogo-Frucht. Und ihr habt ein Kätzchen da drin. Das ist doch kacke. Wie kommen die da rein? Was... Was stimmt denn mit euch nicht? Oh Mann. Ich meine, muss da oben noch ein Dach drauf oder so? Ach, gosh, denkend. Fangnetz, ne? Oh, 425. Ich könnte es mir leisten. Ja, ab 50 Stunden könnte man Stammy werden. Ja, genau. Die hättest du ja bald. Nach dem Streamen hast du die doch. Wenn du durchhältst. So, mache ich ein Fangnetz drüber oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach verdammt noch eins. Weil es nervt, dass die ständig da rauskommen. Nicht wahr? Hier seid mir ein paar. So, und ihr? Das Geld holen wir jetzt wieder, ne? Ihr müsst jetzt ordentlich essen. Ich brauche... Daddy Ranger braucht ein paar neue Schuhe. Okay, hau rein. So. Oh Mann. Was stimmt denn mit euch nicht? Da läuft Blut aus eurem Mündlein. Das ist doch nicht richtig. So unzufrieden könnte er doch gar nicht sein. Ihr habt Hunger, oder? Und ich habe hier alles. Oh. Vielleicht sollte ich doch hier so ein paar Hühner vielleicht doch noch hier halten, ne? Damit ich sie mal füttern kann. Das ist ja jetzt gerade... Doch gerade ein bisschen nervig, oder? Ach, zum einen möchte ich, dass die Hühner ein gutes Leben haben. Ja, hier schön in dieser... In dieser wundervollen Welt. Mit diesen roten, gefährlich aussehenden Fackeln. Aber zum anderen will ich sie auch verfüttern. Ja, und die... Die Kätzchen groß und stark werden lassen. Das ist doch alles. Was ist das denn? Spiel? Und ich sehe nicht, wie viele Hühner wir eigentlich noch haben. Eins. Da ist noch eins. Das ist eine Frucht. Ach komm, okay. Portal. Platz jetzt. Achso. Ne, noch nicht. So, wer guckt denn hier so böse? Du bist böse. Jetzt guckst du... Jetzt guckst du wieder gut. Ähm. So, einfach mal alles ein. Gut. War eine gute Ernte hier vorne noch. Ach. So ein einzelnes Ding rauszukriegen ist wirklich immer... Ein Gefühl. Ja, okay. Ah, okay. Alles klar. Die sind runtergegangen. Werden die jetzt wieder hochgehen? Um Mitternacht? Ich warte jetzt. Und gucke Mond. Und trinke dabei was. Ach, das ist so herrlich im Livestream. Das ist nicht so wie eine YouTube-Aufnahme. Da muss man dann in der Zeit immer 100% dabei sein. Im Stream ist das einfach mal egal. Man kann sich mal den Mond anschauen und mal 10 Minuten einfach nur in Richtung Mond gucken. Nicht wahr? Da stimmt die mir noch alle zu, oder? Da stimmt die mir noch alle zu, oder? Dass wir einfach nur Mond gucken. Und ich erzähle euch einen Schwank aus meiner Jugend. Lang ist her. YouTube-Videos kannst du sowieso nicht mehr so lange machen. Naja. Mond, 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 Mond. Ich mache YouTube-Videos. Die Spielehersteller müssen mir ja dann schon verbieten, dass ich... Oder müssen ja dann irgendwie ihre Spiele so taggen, dass sie nicht hochgeladen werden dürfen. Ich glaube, das machen die meisten gar nicht. Ja, Artikel 13, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Spielebranche da jetzt... Cutten wird. Ich denke nicht, dass sie es machen. Let's Plays und so werden immer gehen. Ansonsten mache ich andere Videos. Keine Ahnung. Mal gucken. So Vorles-Videos. Dann lese ich halt Geschichten von Leuten vor, die sie mir einschicken oder so. Einschlaf-Geschichten. Weil meine Stimme ja so einschläfert ist. Hm. Ich habe hier übrigens wieder ein Getränk, was voll mit Eiswürfeln war. Und die sind jetzt komplett geschmolzen und... Und es ist jetzt so dermaßen verwässert wieder. Es ist... Ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nicht. Okay. So, genug. Mond, Mond, Mond. Der ist wunderschön. Der ist wirklich wunderschön. Aber... Ah, das wird immer weniger. Es wird immer weniger anstatt mehr. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Das ist ein schlechter Scherz. Schaut doch mal her. Jedes Mal, Frank. Jedes Mal. Ja. Das ist jedes Mal. Ich ärgere mich so. Wäre doch echt dumm, von denen ihre Spiele nicht promotet bekommen zu wollen. For free. Ja, genau. Das ist der Punkt. Also ich denke, die Spielehersteller, die werden... Werden sich da nicht... Nicht querstehen. Werden sie erbaut. So, es gibt so viel kein Geld mehr dafür. Nichts. Gemein. 422. Das reicht gerade für... Was weiß ich? Nichts. Naja, gut. Die Kätzchen sind versorgt. Hinten das Ding so als nächstes ist. Also ich würde sagen, wir sparen noch ein bisschen und sammeln einfach noch. Ihr futtert? Ah, hier ist er, glaube ich, satt. Aber ich könnte Hühnchen gebrauchen. Wir können jetzt einfach mal gucken, ob wir noch ein paar Hühnchen finden. Und die werden verfüttert. Du meinst, dass YouTube niemanden mehr Videos hochlernen lässt? Dass YouTube sich hier wahrscheinlich irgendwo einfach querstellt? Das ist was wert. Oh ja, das ist richtig was wert. Also ich glaube, wir brauchen wirklich diese Kruft. Also ich kann mir vorstellen, dass YouTube schon reagieren wird. Auch recht heftig. Aber dass die jetzt den... Ah, komm schon. ...den Betrieb behindern werden oder einstellen werden zum Teil, das glaube ich nicht. Die werden schon ihre Wege finden, da gute Deals zu machen. Das wird YouTube schon machen. Ich glaube, der Verlust wäre einfach zu immens. Und gerade YouTube Deutschland lässt sich das nicht nehmen. Die machen natürlich am Anfang... Ja, ne? Die reden dann groß und machen ordentlich Stunk. Da haben sie auch recht. Aber im Endeffekt wird man schon einen Weg finden. Es ist trotzdem eine Frechheit, wie... ...wie jetzt mit dieser Kritik umgegangen wurde. Und wie die Leute ignoriert wurden, die sich... ...die sich da auf die Straße gestellt haben. Aber das ist so typisch momentan. Das... Das ist so irgendwie ein typisches Verhalten. Oh ja, dich! Dich mag ich! Da oben sehen! Oh Mann, der kommt eh gleich wieder runter. Aber da war ja nicht noch irgendwas Schönes da vorne. Naja, das ist so. Lass mich da hin. Okay, ich glaube, ich muss nur dieses Herz Upgrade oder so holen. Ich hoffe, du wählst nicht mehr die CDU. Ich glaube, so viel kann ich politisch verraten. Nein, die wähle ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Möchte jemand einen Pinkplot? Na, ich lege da oben hin für schlechte Zeiten. Hier geht es ja hinten zu dem. Da waren wir ja alles schon. Ist hier noch ein Hühnchen? Vielleicht. Ja. Oh yeah. Schön. Da haben wir ein Eins. Ah, hier noch was. Hier noch eins. Ah, da können wir die Kätzchen wieder füttern. Oh! Meine, nein! Oh Gott, die geht weg. Ah, weg. Ja, das konnte ich nicht mehr nehmen, ne? Das Steinhin nicht mehr, glaube ich. Ach, hör auf. Oh. Weg. Wo? Hier. Kätzchenplot. Was mache ich da? So habe ich eigentlich eine Karotte. Oder drei. Wie fressen diese Viecher eigentlich meine Plotts weg? Nee, kommst du nicht über die Klippe? Ja, die fressen die tatsächlich. Die fressen diese Plots. Jetzt habe ich aber... Also. Alter. Was ist denn da in der Haus? Spielst du da mit? Das Teil spielt mit diesem Essen. Was ist das? Eine Quaderbeere. Köstlich süß und rollen nie vom Tisch. Das ist toll. Das ist eine Quaderbeere. Ach. Ach man, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ach komm, ich bring die Quaderbeere mal zurück. Ich weiß nicht genau. Ach so, ich kenn mich ja schon. Ach, so anhänglich. Aber weil dieser Kram hier bringt Geld, ne? Die Quaderbeere wahrscheinlich einfach überhaupt nichts. Wen kann man denn damit füttern? Die Großen? Ach, ich probiere es mal. Ich nehme mal mit. Und nicht der Stuhl. So, hier sind alle fröhlich und vergnügt. Was soll das sein? Das ist mit mir. Das ist mit mir. So, Home Sweet Home. Hier sind wir. So, lecker Hühnchen. Du guckst böse, du guckst böse. Und wir haben dann auch wieder böse guckt. Ja, dann. Ja, du guckst böse. Tja, du guckst böse und hast nichts bekommen. Das ist nicht gut. Das tut mir schlecht. Ich leid. Ach. Ach, eins. Ich bring mal schnell die Mietsplots weg. Und die Felsplots. Phosphor. Okay, ja. Gar nicht so schlecht. So. Wie kommst du da raus? Ist dieser Zaun aufzug? Was? Was zum? Also, ich glaube, wenn die unglücklich sind, dann kommen die da auch so raus. Das ist dann ein Problem mit denen. Und hier bei denen hier auch. Steht ihr denn auf so eine Quadratbeere? Überhaupt nicht. Hab doch Essen. Darf ich nicht. Nahrung, Gemüse. Ist das Gemüse nicht mehr gut? Oh, what? Schneuziehen auf. Autsch. Okay, das wollt ihr nicht essen. Das wollt ihr nicht essen. Ihr seid mega angepisst. Warum? Was nehmt ihr denn? Diese, diese, diese hier? Das liegt da nicht rum. Ne, ihr habt hier diese Frucht von oben. Neue Aufrüstung verfügbar. Autsch. Ist die hier? Die mögt er, ne? Die mögt er. Oh Mann, hör doch auf. Ja, den Kram futtern sollt ihr im Westen nicht so. Na gut, dann gibt's halt Herzrüben. Und ich räume ein kleines bisschen auf. Oh, gosh. Oh, gosh. Wollt ihr mich jetzt alle rammen oder geht das jetzt gerade? Oh, 26 Felsblots. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Und habt ihr was fallen lassen? Vollerter Dankbarkeit. Ein Blot. Ich hab da aber müde Därme. Oh Mann. Na gut. So, Felsblot 13. Transporter. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, er dreht sich oder nee? Nee, ich hab ja schon gerade gedacht, das sei hier ein bisschen... Aber ich glaube, das klappt nicht, ne? Das klappt nicht. Möp. Wirklich. Ich dachte schon. Ähm, Tankbooster MK2. Oi, oi, oi. Energiemodul MK2 für 650. Boah, ey. Tja, das ist natürlich fantastisch. Tolles Energiemodul. Oh, ist das toll. Tja, wir haben nur 1093. Und ich hätte wirklich gerne diese Gruff da hinten. Also ich will die jetzt auf jeden Fall haben. Die wird gekauft. Kann man nur Songs wählen, die in deiner Playlist sind? Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das müsste eigentlich auch aktiv sein. Also du musst meine Playlist anschauen und dann die Lieder dementsprechend wählen. Ach, hier liegen ganz viele, ganz viele Möhren rum. Ich könnte sie denn eigentlich da reinfeuern, ne? Ach, das mache ich dir ja. So. Und jetzt gibt's lecker, lecker Herzchenrüben. Lieb, lieb. Oh Gott, haben die einen Appetit. Errungenschaft freigeschaltet, lecker. Denen schmeckt's wirklich. Komm, ich sammle einfach. Dann haben wir, glaube ich, fast schon zu genügend zusammen, ne? Wenn wir das jetzt verkaufen, das sind nochmal 20. Wow. Die brauchen nichts mehr. Es wird dankend abgelehnt. Na gut. Und die haben cool dankbar. Oh Gott. Ich glaube, ich muss noch Hühnchen züchten. Das geht nicht anders, ne? Wollte nur fragen, ob du Sängerin Stefanie Heinzmann kennst. Namentlich. Aber eventuell die Musik. Also persönlich kenne ich Stefanie nicht. Aber ich kenne ihre Musik, ja. Ein altes, hohenhaftiges Land. Du bist völlig verwirrt. Au. So, Hühnchen, du kommst mal mit. Für ein neues Zuchtprogramm hinten. Ich bräuchte noch einen Gockel. Sind die Gockel ja mittlerweile alle so alt? Weil es bringt ja nichts. Ich dachte eigentlich, man könnte sie hinten so ein bisschen züchten. Aber es funktioniert ja nicht, ne? Die Gockel. Ihr seid echt alles so alt. Oh, hier haben wir noch einen. Schön. Oh. Zack. Also du fragst echt, äh... Also ich kenne sie nicht persönlich. Vielleicht habe ich mich gerade falsch ausgesorgt. Also ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht persönlich. Aber ich... Weiß, wie du meinst. Hühn und Gockel. Oh, guck... Oh, das... Das ist wahre Liebe, ne? Oh. Und die Kätzchen sind wahre Romantiker hier hinten. Die gucken sich das an, dieses... Dieses... Love-Spektakel... Äh, Spektakel. Spektakel. Na? Ja, liebe... Was solltigen? Oh Gott, Hilfe. Ganz ein bisschen Dach drüber. Karsch. So. Payday. Aber dass du sie kennst. Ja. Ja. Die kenn ich. Es reicht nicht. Es reicht... Reicht nicht. Irgendwie reicht es nicht. Es reicht nie. Was... Was war denn der Preis? Waren das wirklich diese 1750? Ach, sie ist Schweizerin. 1795 sogar. 1800. Buuh. Buuh, Grotte. Buuh. So, wo gehen wir denn mal wieder ein bisschen sammeln? Hm. Also in die Richtung... Das fand ich jetzt nicht so ergiebig. Da brauchen wir ja den Schlüssel. Hier in die Richtung nochmal. Brauchen wir auch den Schlüssel. Eigentlich müssten wir mit ganz vielen Hühnchen hinten hin und mal die Katze füttern. Und uns den nächsten Schlüssel holen. Ich laufe einfach mal hier durch nochmal. Da ging es ja auch nochmal ein bisschen weiter. Seid ihr wieder schwer hungrig und fies drauf? Oder geht's noch? Ja, sind fies drauf. Einfach weiter. Hatte ich hier eigentlich schon gelesen? Ich glaube schon, oder? Alter Steinbruch, ja genau. Hier war nichts. Nope. Aber die hier, ne? Die wirken so, als könnte man irgendwas machen. Das ist so... Ich will sie abbauen. Mit meiner Spitzhack. Ach, die lasse ich hier. Ja, man kann hier runter, ne? Man kann hier runter. Aber was dann ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt nicht. Es könnte sein, dass man vielleicht hier nochmal hochkommt. Aber ich... Mit dem... Mit dem... Wie hoch kann ich denn fliegen? Ich teste es nochmal. Das ist echt nicht hoch, ne? Das ist echt nicht hoch. Die haben hier diese... Diese... Diese Magma-Slimes. Ich wende so einen. Werft ihn hoch. Mann. Und da vorne ging es dann auch nochmal in eine Höhle rein. Also... Mich würde es ja schon jucken, ne? Mich würde es schon jucken. So. Ich habe es getan. Jetzt bin ich hier. Es gibt kein Zurück. Oh, eine Kiste. Das... Das ist doch... Das ist doch... Ach ja, komm. Oh nein. Nein. Jetzt sie küsst mich. Aber du... Du, Sack. Ein Knallzler. Oh Gott. Ein Knallzler wird dich. Ach so. Das war schon so ein Großer. Warte. Ich bin mal gespannt, was deren Pool nachher wert ist, ne? So 70 Herzen noch. Ich sollte mich mal ein bisschen drauf konzentrieren. Da bin ich glatt eingepennt. Dann sag mal ganz schnell, jetzt wo du wieder da bist. Was macht man mit diesen Schatzkapseln? Ich habe irgendwas dahin geschossen. Ich wollte es nicht. Das holen sie mir an. Was macht man denn mit diesen Schatzkapseln? Ich kann echt nichts machen. Die sind verschlossen. Brauche ich dafür auch einen Schlüssel? Und hier geht es hoch? Hier geht es echt hoch? Und hier kommt man... Hier kommt man wieder zurück. Ah. Oh, ich verstehe. Und hier ist sogar noch eine Truhe. Oh, da. Noch mehr von diesen Querbären. Oh, Quaderbären. Jetzt wird es Nacht. Ich glaube, ich sollte nicht mehr... Oh, da vorne haben wir so einen großen wieder. Und wieder so eine Schatzkapsel. Keine Ahnung. Freigeschaltet. Freigeschaltet. Okay. Indigo-Steinbruch. Hier sind wir gerade. Was für ein Riesenareal. Da oben ging es dann theoretisch weiter. Hier ist die nächste Kapsel. Können wir auch nichts machen. Mann. Aber hier geht es weiter. Oh Gott. Ich kann nicht aufhören. Ich bin... Wenn ich einmal am Exploren bin. Ich will einfach nur noch weiter. Das ist so schrecklich. Und was ist denn das da? Was ist das? Tja, Huhn. Das ist eine schöne Gegend hier. Bitte mach es dir gemütlich. So, ich habe nun einen Ratzleim. Und die gehen kaputt. Was ist das? Ich hatte gerade einen Felsen. Ich kann den Felsen bewegen. Ist ja Wahnsinn. Okay. Ich habe jetzt drei Ratzleims. Und dieser Counter ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Oh, eine Quelle. Ach komm, ich bin jetzt so weit. Hier bin ich immer hergekommen, wenn ich mal so richtig einweichen wollte. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen. Ach, der hat hier gebadet. Schau an. Manchmal habe ich einen Fützleim beim Rotwerden erwischt. Und ich konnte nie sagen, ob das war, weil ich meine Badehose anhatte oder nicht. Patsch, da keine Badehose anhatte eigentlich. Das ist ja ein perverser alter Typ, ne? Huch, ich bin jetzt voll da. Schön. Ne, es ist echt angenehm. Also du kannst mit so einem Treasure Cracker, den du aus dem Backpack-Upgrade-Terminal bekommst, habe es nur in Englisch gespielt, öffnen. Einen gibt es im Labor für 4.500, zum Beispiel. Wow. Okay. Und da hüpfe ich jetzt nicht rüber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Ich glaube fast nicht, ich brauche da noch einen Upgrade. Na gut. Oh, ich liebe diesen Jetpack. Ist das toll. So, ihr seid alle happy. Voll glücklich. Ich bin nicht mit. Ich glaube, die machen Schaden, wenn man da reinkommt, oder? Tja, und du willst gefüttert werden, aber wahrscheinlich nicht mit diesen Bären hier, ne? Hm. Natürlich nicht. Also irgendwann wird es auch echt wichtig, dass man diese Ports hat, ne? Sonst rennt man ja ewig. Die Karte ist ja super groß. Sind sie alle am Futtern. Naja. Die Karte ist ja super großartig. 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 Ja, genau. Oh Mann. Da hat mich dieses runde Ding echt abgepasst, ne? Nicht genau erwischt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt haben wir diese Knallslimes. Felslimes. Äh, Felslimes. So, hier kommt ihr rein. So, seid glücklich. Ist ein Befehl. Tja, und jetzt hier. Knallslimes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hause einfach mal hin. Ich vermute, dass sie am Tage Probleme kriegen werden. Dann lege ich wieder hin, Blatty. Schlaf gut. Aber ich wollte schon sagen, du hast den Hahn gefressen. Nee. Der ist ja noch. Ganz gut. Ganz gut. Oh, die sind so hungrig. So hungrig. Ich brauch Ten Dyna. Ich weiß nicht, was ihr esst. Ich hab keine Ahnung. Ihr seid unangenehm. Ihr seid. Tut mir leid. Ihr seid fies. Oh, alter Schwede. Gibt's denn irgendwas anderes, was man nutzen kann? Empfangnetz, Musicbox, hohe Wände, besonders dicke Explosionsschutzwände? Die gibt's natürlich nicht, ne? Plortsammler. Oh, so ein Plortsammler ist schlau. Aber ich sammle jetzt einfach noch ein bisschen Geld. Ich will erst hinten noch die Kruft machen. Also die Kruft freischalten. Und dann werden so Sachen noch gekauft für Tautomat. Ja, weil vielleicht kann man in der Kruft dann auch diese Knallslimes mit reinbringen. Und, 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 ne? Ich vermute, hier gehen die kaputt. Auch die Ratslimes. Ja, ich vermute es einfach mal. Ich weiß es nicht. Muss man herausfinden. Heute noch Minecraft? Oh ja, wir spielen gleich noch Minecraft. Es ist schon 22, 21, ja. Ich würde sagen, noch eine Viertelstunde hier. Ich will noch auf jeden Fall hinten noch die Kruft freischalten. Und ja, die Kruft freischalten. Das ist, ja, mein Ziel für heute noch. Und dann können wir gerne Minecraft ein bisschen spielen. So. Tja, ich kann hier nichts verkaufen. Was mache ich hier eigentlich, ne? Ratslime und Knallslime. Die habe ich jetzt hier im Inventar. Ach, gosh, dinget. Verdammt noch eins, ne? Ich glaube, ich muss jetzt hier ein neues Gehege kaufen. Und die erstmal da so zwischenparken. So, hier kommen die ganzen gefährlichen Viecher rein. Gehege kosten 250, 250. So, ihr dürft jetzt hier rumknallen. So, aber Gelegenheit checken wir mal, was die so fressen. Tja, und die Ratslimes. Gibt es denn Schaden? Gibt es denn Schaden? Ich. Oh. Ah, okay. Ich bin jetzt radioaktiv verseucht. Auf 75 hoch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist bestimmt nicht ungefährlich. Okay, es ist wieder weg, ne? Mann, Mann, Mann. Ihr seid gefährlich. Und ihr habt einen Huhn gefressen. Ihr fresst Hühner? Oh, ja. Das ganze gute Geld ist weg. So, hier geht mir ein Slime. Tja. Und ich muss noch was sagen. Und zwar hier bei denen. Plotsammler. 500. Kau. Es tut mir leid, aber ich kann da nicht jedes Mal hin. Ne, gehen sie nicht. Die überleben das. Was überleben die? Oh Gott. Ist das übel. Habt ihr, wieso sammelt ihr diesen Plot nicht ein? Das ist ein Plot. Hier, Säcke. Oh, Mann. Diese kleinen Knallslimes. Aber diese Idee von diesem Spiel. Das ist so toll. Du bist immer noch mein einziger Käufer in meinem Minecraft, der eine Blume gekauft hat. Ich bin echt der Einzige, der eine Blume gekauft hat? Das gibt es doch nicht. Unverschämt. Du altes Huhn. Du wirst niemals verfüttert. Niemals. Hier sind echt nur alte Hühner. Ne, du bist doch der Gockel hier, ne? Morg. Ah. Zwei Hühnchen? Zwei Hühnchen ist gut. So, Huhun. Mal gucken. Die dich mögen. Alle essen gern Hühnchen. Aber hier ist wahrscheinlich Querbeeren. Auch nicht. Wie die Querbeere. Oh, Mann. So. Hier waren noch ganz viele Hühner. Warte, ich bin nicht. So, wir füttern jetzt Slimes. Knopf drücken, dann sammelt der. Ach so, ach so. Ausverkauft. Da hinten muss man wahrscheinlich drücken, ne? Boah, wie gemein ist das denn? Ich glaube, ich habe ihn aktiviert. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt hat er gesammelt. Sehr schön. So. Okay, das ist fantastisch. Super. Gemüse, kein Fleisch oder Obst. Steht immer oben rechts. Nahrung, Nahrung, Fleisch. Ah, okay. Da hast du recht. Boah, hier leuchtet so schön. Nahrungstyp Fleisch. Ne, die nehmen auch Fleisch. Moment. Das Huhn nimmt Fleisch. Okay, alles klar. Und die Arzleims, die nehmen Gemüse. Gut. Oh ja, das schmeckt. Das ist gut. Mach es mal mit. Oh Gott, ich muss das ja ganz mit einsaugen. Oh Gott. Das war dämlich. Das war dämlich. Komm. Ach. Ich hätte, ich hätte, ich hätte die gern. Ich hätte die gern. Geh mal auf Seite, Mann. Das ist ganz schön fummelig, ne? Das ist ganz schön fummelig hier mit diesen Special-Schleims. Ähm, ja. Nein. Der hat aber auch keinen Appetit darauf, ne? Noch nicht. Naja, mal schauen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist er nur noch satt. Und gerade so. Zwei Wuppungs. Da können sie explodieren. Ohne Ende. Super. Super Platz. So, okay. Dann schauen wir mal, was die Viecher... Was deren Puh hier so bringt. Dass das nicht funktioniert. Also, Radblorz sind gerade. Oh, 62. Holla, die Waldfee. Die sind ja richtig was wert. Und 47. Uiuiui. 790. Gut. Schon wieder. Oh, Wahnsinn. Ja, da füttern wir die jetzt nochmal ordentlich, ne? Vor allem die Ratz. Mit dem Zeug. Ich glaube, das haben wir eben nicht gefressen. Ich glaube, da kommst du mit Enter hin. Kannst du das Lieblingsessen der Slime nachgucken? Dann gibt es mehr Plorts. Enter. Enter, enter. Klappt nicht. Enter. Klappt nicht. Aber ich glaube, das Wiki ist hier vorne, ne? Ja, bei dem hier. Ist das hier? So, Liebling Gestrüpphuhn. Was zum... Gestrüpphuhn, weiß ich nicht. Ist das ein normaler Huhn? Wohl nicht, ne? Knallslimes hört man oft, bevor man sie sieht. Die Schleimzellen eines Knallslimes vibrieren ständig, was dazu führt, dass der Slime mehr und mehr vor Energie knistert, bis er schließlich explodiert. Der Knallslime übersteht das aber immer unbeschadet, wenn auch ein wenig benommen. Ist das süß. Gefährlich. Unglaublich gefährlich, aber voll süß. Liebling Oka Oka. Nahrung Gemüse. Das reicht mir. Die kriegen jetzt Gemüse. Äh, Pogofu... Moment, by the way. Oh, den Scheißmütchen doch. Ne, den wolltet ihr einfach genau nicht haben. Das war ja das Ding, ne? Deswegen musste ich den ganzen Mist wieder einsammeln. Niemand will diese blöden Früchte... Ach, kommt schon. Autsch. Okay, okay. Ach ja, stimmt, ihr mögt die Herzen richtig, richtig hinsehne mich. Aber diese blöde Pogofrucht, wer mag das denn? Niemand mag das. Okay, Karotte und die Quaderbeere. Weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, die schmeiße ich irgendwann einfach weg. Knallis sind Beste. Ja, ja. Aber ich glaube, mehr bringen momentan hier die hier. Die bringen richtig, richtig Knete. So. Ja, hau rein. Ist das. Ups. Ich klatsche einfach mal rein. Ihr könnt essen, so viele wollt. Werdet groß. Und stark. Okay. Wie kommst du da raus? Ist das gefährlich? Ist da noch einer? Radioaktive hast du auch, ne? Die sind super. Also das... Momentan verkaufen wir deren Plorts, deren Kack, für 60. Das ist echt gut. Ein sehr guter Preis. So, Hühnchen, du stehst hier schon so. Als hättest du Bock drauf. Aber ich guck mal. Oh, Mann. Zwei Stück. Gutes Geld. Wie viele Hühnchen haben wir denn hier noch? Oh, hier sind... Oh, okay. Ja, das alte nicht. Das versteht sich von selbst. Du bleibst auch hier. Ich glaube, dann haben wir da noch ein Hühnchen. Kein Hahn. Oh, Mann. Und? So. Errungenschaft freigeschaltet. Gagaga. Oh, Gott. Spar mal auf 10.000 und hol dir das Labor. Dann kannst du dir Hilfe holen. Drohnen. Oh, geil. 10.000? Oh, Mann. Oh, Mann. Wie soll ich das hier schaffen? Komm. Alles rein da. Ich muss nichts mitnehmen. Sag mal, ihr wart doch auch mal mehr, ne? Oder nicht? Vier Stück? Mehr wart ihr nicht? Ach, jetzt verdammt. Ich muss hier, glaube ich, auch den Plortsammler mit reinbringen. Sonst ist das zu umständlich, ne? Bei denen. Das ist sehr nervig. Ist der immer genau entgegengesetzten Ende? Wie ungemütlich. Das ist so praktisch. Also, radioaktiv. 62. Oh, yeah. Und zack, hat man das Geld schon wieder, ne? Wahnsinn. Cool. Niemand mag Quaderbeeren. Niemand mag sie, ne? Hm. Das ist natürlich... Ich leg sie mal hier hin für schlechte Zeiten hier vorne. In die Aufbewahrungsecke. Wir könnten hier noch so ein bisschen blau füttern. Die bringen zwar nicht sehr viel, aber das geht ziemlich einfach. So, die Kätzchen sind genau da, wo das alte Huhn steht. Ach, ihr zwei. Könnt ihr euch überhaupt noch vermehren ohne Gockel? Das ist ja jetzt... Ich weiß nicht. Sieht komisch aus. Ich sammle einfach mal ein paar Hühner. Ey. Oh, Mann. Na, kommt schon. Ach, komm. Ich sammle jetzt einfach mal... Alles. Auch. 28 Felsboards. Na, gucken, was es dafür gibt. Also, 12 und sinkend, ne? Das ist ja... Aber immerhin noch 12. Oh, hier, guck mal, die schon wieder auf 9. Wow. Könnte sich fast lohnen, die einzusammeln. Aber es geht ja auch immer nur bis 30. Das ist ja... Naja. Also, wie muss ich es denn? Wobei, mal gucken. Ich versuch's mal schnell. Na, theoretisch müsste ja hier alles randvoll mit dem Zeug sein, ne? So langsam. Gerotten das sich mal. Geht das denn schnell? Bekomme ich hier schnell 30 zusammen? Dann... Das ist ja okay. Dann könnte man so auch ein bisschen Geld verdienen. Das war's. Ja, ist das? So, und jetzt die 30 voll, dann könnte sich das tatsächlich lohnen. Ja, das war ein Slime. Ja, tatsächlich. Ich hab die 30 voll. Ist ja krass. Cool. Also, Pink Blots. Für 9. Ja. Für einfach mal gerade so ein bisschen eingesammelt war das schon lukrativ, ne? Man muss sie nicht füttern. Gar nichts. Not bad. Gar nicht übel. Tja. Ich glaub, man braucht einen rechten Hahn. Verdammt. Ich schau mal hier, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Hahn ist, da hinten. In der... In der Ecke hier. Der man mitnehmen kann. Weil die spawnen ja immer wieder. Bei der Ray, ich bin mal schnell. Autsch. Boah, schon wieder vier Stück. Normales Hühnchen, normales Hühnchen und hohes Gras nervt. Wie alt werden denn die alten? Und bei euch so? Vier Stück. Sehr gut. Hühnchen, Hühnchen, ganz viele Hühnchen. Oh. Hier muss ein Nest sein. Ja, dich nehm ich auch mit. So. Aber einen Hahn hab ich jetzt nicht gefunden. Oh, Gott sei Dank. Einer ist wenigstens da, ne? Kommst du mal mit? Ich glaub, hier spawnen die ja auch so. Aber deine Dienste brauchen wir da hinten, wo sie nicht weglaufen konnten. Können die Damen. So. Bitte sehr. Viel Vergnügen. Oh, Gott. Ich hab schon gerade gedacht, das Alte sieht aber schon wirklich, wirklich alt aus. Oh, Gott. Es hält sich kaum auf den Beinen. Oh, oh. Na, bevor hier alle wieder verbrückt werden. Ich geh schon, ich geh schon. Es wird dunkel. 1736. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir werden es uns jetzt gleich leisten können. Wir kaufen uns das gleich. 1795. Okay, das wird dann das Letzte sein. Und dann schalten wir um zu Minecraft. Oh, ja. So. Wo kriegen wir jetzt diese Kohle her? Wo? Hernehmen und nicht stehlen. Die hat man nicht, ne? Aber sie sind sehr glücklich. Wenn man die Gesichter sieht, ne? So dermaßen am Smilen. Das ist toll. Ach, komm schon. So. Vielleicht kriegen wir gleich auch ein bisschen Stuff her. Hier haben wir ein Hündchen, nur eins. Da fahren wir auch das Alte, ne? Nö, doch. Wieso werden die nicht aufgesaugt? Na, komm schon. Gut. Oh, yeah. Kohle. Und hier lag hier noch irgendwas rum, was ihr nicht aufgesaugt habt? Ich teste es nochmal. Einfach nichts. Sie sind satt. Aber die Knallports sollten eigentlich reichen. Die sollten reichen. Oh, 2065. Oh, Mann. Bedeutet, wir gehen jetzt hier hin und... kaufen uns die Grotte. Bam. Oh, Mann. In der Nacht in die Grotte. Das, äh... Okay. Hier ist wieder so ein Teleporter, der nicht funktioniert. Das ist ja schön hier. Mann, ist das schön hier. Ja, und da können wir doch... Also, das ist doch cool. Okay. Vielleicht ziehen wir die Explosionsteile jen um. Ich hab die Grotte gekauft. Ikidala, ich hab sie. Bevor ich die Ranch verlassen habe, habe ich oft hier in dieser Grotte geschlafen. Ich habe sie voller Phosphor-Slimes gefüllt und ihn beim Tanzen zugesehen. Beim Weckdämmern habe ich oft so getan, als würde ich in einem Meer aus Sternen treiben. Über die grenzenlose Schwärze des Alls hinweg. Es ist schon komisch, wie man, wenn man träumt, ein Verlangen nach dem Unmöglichen entwickelt. Jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin und mich wieder in der Grotte wiedergefunden habe, fühlte ich ein wenig Traurigkeit. Aber dann musste ich wieder an die Arbeit. Es gab immer etwas zu erledigen. Oder es gab immer etwas, was zu erledigt werden musste. Was erledigt werden musste, so. Ja. Okay. Oh, komm schon. Hier ist wieder zu. Ach, das geht. Wahrscheinlich hier auch wieder so ein neues Areal, ne? Ah. Teleporter hierhin. Mit einem kleinen Spezialweg in die Richtung da vorne. Okay. Also, was uns da hinten erwartet, wenn wir da so hertingeln, ja? Und ich glaube, man kommt da ganz gut hin. Vielleicht da vorne hin oder so? Ich weiß nicht. Das sehen wir dann einfach in der nächsten Runde, die wir dann hier spielen. Im nächsten Stream vielleicht. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Oder wenn Interesse daran besteht, mache ich auch mal ein Let's Play oder so. Mal schauen. Also, ich könnte mir fast ein Let's Play hierzu vorstellen. Das Spiel bietet ja schon eine ganze Menge. Ist vielleicht manchmal ein bisschen langatmig mit den Slimes und mit dem Geldverdienen. Ja, so gesehen. Aber das macht ja auch irgendwie den Charme von dem Game hier aus. Was? Hier geht's auch runter, ne? Verdammt, ich kann's nicht sein lassen jetzt hier und... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, da vorne geht's dann weiter. Ne, ich lass es jetzt mal. Ich lass es jetzt mal. So, und hier könnte man sich zurückbauen, wenn es klappen würde. Mensch, aber es klappt nicht. Okay, ich renne jetzt mal zurück und dann mache ich das Spiel aus und dann schalten wir mal um. Auf Minecraft. So, haben wir doch einiges erreicht heute. Und, ja, das mit den Hühnchen. Da sehe ich kleine. Oh, schön. Es klappt. Bald gibt's wieder was zu essen, ihr Kätzchen. So, ich mag meine kleine Ranch. Ich mag sie wirklich. Ach Gott. Ah. Noch mal ein bisschen rund gucken. Oh, schön. So. Jetzt muss ich aber so machen. Und... Ich schalte mal um. Und mache das Spiel jetzt im Hintergrund mal aus. Speichern und beenden. So. Und... Beenden. Ich schalte mal auf Musik. Was machen wir denn? Was hören wir uns denn? Happy. Wie immer happy. Ich mag happy. So, ich denke, von der Lautstärke müsste das so in Ordnung sein. Ne? Jetzt mal wieder wach werden nach diesem chilligen Game. Ich muss ehrlich sagen, also dieses Spiel entspannt einen so unglaublich. Es ist nicht wirklich bedrohlich. Auch wenn da diese düsteren Slimes sind und die Musik so ein bisschen düsterer wird oder man in so eine Höhle reingeht. Das ist überhaupt nicht bedrohlich. Es ist mega putzig, das Spiel. Das macht Spaß. So. Streamlabs verbraucht immer noch irgendwie 30% CPU, ne? Und 40% GPU. Irgendwas stimmt mit dieser Software nicht. Ich bin mal gespannt, wie Minecraft jetzt darauf reagiert. So. Noch ein bisschen rumstellen hier. Okay. Und dann starte ich mal Minecraft. Brauche ich auch mal ein bisschen. In der Zeit kann ich was trinken. Buddy. Und schwupps ist der Freijag weg. Bier und schwupps ist der Freijag weg. Ich komme jetzt. Minecraft. Buddy. Ich meine, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich darf bei dir momentan dein Monkey Island nicht zu doll gucken. Weil ich will das selbst spielen. Ich habe, alle Teile habe ich mir auch schon zurechtgelegt. Und ich dachte, irgendwann mache ich mal so ein, weiß nicht, so ein 12 Stunden Stream. Und dann werden, werden die Teile gespielt. Deswegen darf ich mich bei dir nicht so arg spoilern. So, Minecraft. Keine Rückmeldung. Wach jetzt, hör auf. Ah, jetzt kommt's. Mehrspieler. Adania. Das gute alte Adania. Oh ja. Ich bin grad am gehen. Hab noch mein Profilbild geändert. Danke an Lady Tyburn an dieser Stelle. Hat Lady dir ein Profilbild gemacht? Ja, die kann das, ne? Die kann das gut. Was hab ich denn hier im Inventar? Was hab ich denn hier? Okay, ich seh grad, ich hab mich grad in so ein Bye-Bye, äh, Bye-Bye rein gepusht. Zeig es der Welt. Ich kann's der Welt jetzt nicht zeigen, glaub ich. Ich hab nichts dafür vorgesehen, dass ich irgendwo ein Bild einblenden kann. Man muss das ja in diesem, in diesem, in dieser Stream-Software muss man da ja irgendwie so ein Ding für anlegen, so ein Layout. Das hab ich grad gar nicht. Aber ich schätze mal, wenn man bei dir aufs Profilbild geht oder so. Ah, ich seh's, ich seh's. Das ist ja, das ist ja cool geworden. Boah, die kann das ja gut, ne? Richtig fein. Lady, lady. Sehr schick, sehr schick. Okay, ich bin jetzt in Minecraft drin. So, ich schalte mal um, dass das Spiel zu sehen ist. Ist ja ein bisschen spannender. Musik ein kleines bisschen lauter noch, äh, leiser noch. So, Minecraft jetzt. Wo bleibst du? Oh Gott, es ruckelt. Ach, Streamlabs, ne? Sollte aber gehen. Sollte gehen. Oder mal hier. Ah, Bild ist da. Am Kira. Hi. So, mal gucken, ob das hier so arg ruckelt oder... Rumgucken erlaubt. Ach, ich bin runtergefallen. Na, verdammt. Ich komm nicht mehr zurück. Doch, ich komm zurück. Oh Gott sei Dank. Ist schon ein bisschen ruckelig. Ich hab nichts dabei. Ich kann mich nicht verteidigen. Okay, okay. Bei mir ruckelt grad nix. Ja, bei mir liegt's wirklich an Streamlabs OBS. Also Streamlabs OBS ist bei mir... Wirklich jetzt bei 30% CPU-Auslast... Ne. Ne, momentan runter auf 18%. Na, Gott sei Dank. Das war eben mal schlimmer. Zeitweise hatte ich 60% CPU-Auslastung. Und 40% GPU. Moment, ich guck mal schnell. Jetzt sind es... Ja, 40% GPU. Dieses Streamlabs-Verbrauch. Irgendwas stimmt damit nicht. So ein Mist. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist so eine... Schade. Leider nichts. Spielmarke. Gleich ein Spiel. Autoplay vorhanden. Ich werfe da jetzt nicht einfach so irgendwas ein. Falsch eingeworfene Sachen. Kriege ich die sofort zurück, wenn ich hier die Madcaves geschenk... Ne, das werbe ich hier nicht. Das werde ich hier nicht. Das mache ich hier mal. Jetzt verzaubertes Buch. Effizienz. Oh, oh. Das ist wirklich nur ein Gebraten. Den habe ich auch wirklich rein. Bekomme ich das wieder? Klappt das schon? Ich bekomme es nicht wieder. Huh. Dieser einarmige Bandit hat mir mein Kabeljau geklaut. Am Kira. Ach komm, hier bitte. Ich bin ja nicht so. Was haben wir hier noch? Noch ein einarmiger. Okay, mit den Spielmarken. Das ist ja... Oh, das Server wird in einer Minute neu gestartet. Ist das irgendwie Standard? Ja, ach komm schon. Immer wenn ich hier... Wenn ich hier draufkomme, ne? Wird er neu gestartet. Mann. Aber schön. Nice. Sieht echt gut aus, ne? Auch hier mit dem Glas davor. Tolles Design. Gefällt mir. Der Decke sieht auch so merkwürdig aus. Krass. Okay. So. Hey, bist du da troll? Salü. Hi. Ach. Oh, Junge, Junge. 75 CPU, 37 GPU. Ist okay. Müsste eigentlich alles passen, ne? Wieso ruckelt es trotzdem so ein bisschen? Wie ruckelt es denn? Ich weiß nicht. Ein kleines bisschen. Naja. Die Mall ist eröffnet. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon vorgelesen, ne? Bei Interesse an einem Shop. Ja, dafür müsste man aber Sachen natürlich auch produzieren, ne? Man müsste Sachen haben und... Ich habe so Sachen nicht. Ah. Ich könnte... Ich könnte mir ein bisschen was holen zum... Zum Bären, ne? Kann man dir helfen? Ähm. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich habe... Ich habe... So wollte ich. Nicht Tee. So, ähm... Das liegt daran, dass sich ein Admin einen Scherz erlaubt hat und bei dir ein Befehl zum Triggern bringt, wenn du online kommst. Würde ich jetzt so behaupten. Das... Ja, da kommt der Server jetzt, ne? So frage ich, ich bin ja doch online. Du wurdest gekickt? Das... Was für ein Timing, Mann! Yay! Wir sind jetzt alle hier! Hey! Ja! Große Party! Da ist Buddy! Und die Sina. Das sind... Das sind freundschaftliche Kläpse. Stewayn! Hey! Ich war die ganze Zeit online. Du Schuft! Du Schuft! Mit dem so coolen Skin, Alter. So ein cooler Skin wie die Zwergmutter. Und den Bart. So cool. Okay. Ja. Ich mag diesen alten Spawn. Ich weiß nicht. Ich mag ihn. Ich hab mich so dermaßen an ihn gewöhnt. Ich find's so schade, dass er eigentlich nur noch da ist, wenn der Server down ist. Er ist so schön. Ach, mit diesem kleinen Markt hier hinten. Da liegt Fleisch. Da liegt Fleisch. Wieso liegt da Fleisch? So. Wer mag denn etwas rohes Essen? So. Moment. Sina. Bitte sehr. Ich bin so schüchtern. Ob Sina mich mag? Ich weiß nicht. Vielleicht magst du mich jetzt, wo ich ihr das Fleisch gegeben habe. Oh Gott. Oh. Ich bin so schüchtern. Ach herrlich. Es tut mir leid, wenn ich mich immer wieder ducke. Es tut mir leid. Ich will immer sprinten und ich verwechsel diese doofen Tasten. Ich kann's mir nicht merken. Ich denk immer halt, okay, jetzt ist es die andere Taste. Und ich glaub, ich skipp mich damit ständig selbst. Weil ich dann die richtige Taste drücken will und denk mir, nee, nee, die andere Taste ist es. Das war ein Russisch-Ständer. Scheiße. Was ist denn hier? Was haben wir? Alle versuchen, sie aufzuheben. Aber es geht nicht. Ach so, ich kann ja, ich, oh Gott, ich kann ja ein bisschen üben, ne? Fliegen üben. So. Ja, oh Gott, ich, ich bin gestartet. Oh, ist das geil. Oh Mann. Okay, ja, das ist jetzt heftig. Hallo, Leute. Gibt's denn hier übrigens noch diese, diese Hüterin für alle? Darf hier jeder fliegen? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon, ne? Ich schieß eh nur Frejak. Man schießt mich? Juhu. Oh Gott, macht das ein Spaß. Oh, Hilfe nicht, Land nicht. Starte so schlecht. So, und hier kann man dann... Oh, das war knapp. Oh Gott, ich muss echt noch üben. Also, ich bin sauschlecht hier drin und ich merke auch richtig, wie das hier ruckelt, ne? Ich selbst merke's schon. Ich schätze, meine Aufnahme wird man jetzt auch halt so ein paar Einzelbilder sehen teilweise. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber es liegt momentan wirklich an OBS. Das ist heute so ein Arsch zu mir. Ich weiß nicht, warum es so dermaßen die Last hier zieht. Hallo, Leute. Sind alle schon wieder weg? So, wieder da? Oh Gott. Na, ich will nicht landen. Oh Gott. So, Moment, und... Ah. Okay, man kann durchfliegen. Oh. Ah, so. Okay, das reicht. Das hat Spaß gemacht. Cube Master Rubix. Auch ziemlich, ziemlich cooler Skin, Mann. Hallo. Hallo. Bitte sehr. Und wieder zurück. So. Here we go. Ah, da bin ich wieder. Richtig. Stimmt, ich war ja hier. Ich wollte... Das Schwert ist gut. Das tue ich mal weg. Matt Kalfs Geschenk. Das muss ich in Ehren halten. Das kommt in so einen Rahmen oder so. Ich werde es einrahmen. Dieses Blümchen. Ich behalte... Ja. Also, ich ziehe keine Rüstung an. Ich bleibe so, wie ich bin. Brauche ich nur irgendwas? Nö, ne? Aber Schwert. Kriegst du mal ein Schwert. Und Essen. Gut. So. A-Virus-Shop. E-K-Shop. E-K hat immer gute Preise. Gucke ich direkt mal. Verkauft er denn auch Rahmen? Ich hätte gerne einen Rahmen für das Blümchen. Das ist natürlich... Das heißt nur so Porsches. Das ist natürlich nicht das, was ich... Achso, das ist eine Art Kneipe hier. Ah, ich verstehe. Also, A-Virus. Ich habe mich gerade schon wieder geduckt. Mann. Ähm... Rahmen? Ein Rahmen. Ein Rahmen. Ach, braucht man für einen Rahmen denn Leder? War das so? Ich könnte ja ein bisschen Leder kaufen und selbst Rahmen herstellen, ne? Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube... Oh, ich glaube schon, ne? Du erwirbst 16 Leder von A-Virus für 45 Euro. Okay. So habe ich auch was gekauft. In der Mall. Ja. Man kann es einfach nicht sein lassen. Wenn man schon da unterwegs ist, muss man auch shoppen. Ja, hier ist richtig düster. Das... Das ist eine ganz miese Nachbarschaft hier, ne? Ich habe 0,01 Euro von Buddy erhalten. Oh, Wahnsinn, Buddy! Juhu, Buddy! Yay! Ich darf das Tier nicht reiten. Juhu! Danke, Buddy, danke! Na, ich gehe gleich wieder in den Laden und gucke mal, ob ich irgendwas für 0,01 Euro finde. Darf ich die? Nein, natürlich nicht. Naja, aber man muss ja trotzdem, ja? Wer den 0,01 Euro nicht ehrt, ist den 1 Euro nicht wert. Mäh. Schönes Dörfchen. Wirkt nur ein bisschen veraltet, ne? Das kostet einen Autohost. Ach, du meinst bei Twitch, ne? Du meinst bei Twitch. Ja, ja. Das kostet einen Autohost. Ich habe sowas noch gar nicht eingestellt. Ich bin da noch gar nicht. Muss ich mal gucken, wie das alles funktioniert mit den Hosts. Weil ich glaube, man kann ja auch, wie du sagst, diese Autohosts einstellen, ne? Also generell einfach eine Hostliste anlegen von Leuten, die man hostet, wenn man nicht online ist. Und das macht ja schon Sinn, das macht ja schon Sinn. Das ist ja richtig, ja? Wenn man selbst nicht streamt. Ich hatte letztes Mal das Problem, ich hatte mal, ähm... Ähm, ähm, ähm... Erik Range, äh, Gronkh hatte ich gehostet. Auf Wunsch eines Zuschauers dann, nach dem Stream. Und ich bekam ihn irgendwie gar nicht mehr so richtig raus. Als ich dann selbst streamen wollte und Erik Range auch parallel gespielt hatte, war er die ganze Zeit zu sehen. Und ich, ähm, fand das dann doof, ja? Ich wollte dann, dass zumindest mal vorher mein... Mein Warte-Stream zu... äh, äh, Bild zu sehen ist. Dass man da sieht, dass ich um 20.15 Uhr starte. Und das mittwochs der Stream ist. Und deswegen musste ich das mal irgendwie ausstellen. Und da hatte ich ganz schön zu kämpfen mit, weil dieses temporäre Ausstellen hatte nicht funktioniert. Jedes Mal, wenn ich wieder hin bin, hatte ich wieder Gronkh gehostet. Ganz komisch. Deswegen wollte ich dann nochmal nachschauen, was ich da falsch gemacht habe. Okay, ich könnte jetzt hochliften und meine Bude finden. Aber ich mach's mal anders. Ich hab ja einen Humpunkt gesetzt. Levi. Ah, das war falsch. Ich mach's falsch. Jedes Mal falsch. So, jetzt. Ah, ja, das, äh... Hier muss ich mir was einfallen lassen. Hier muss ich was bauen. Oh, Mann. Hier draußen darf ich nicht bauen, ne? Aber nur hier drin. Immerhin. Ich teste mal. Hier nicht. Hier auch nicht. Die Tür dürfte ich aber, oder? Auch nicht. Das darf ich also auch nichts dran machen. Aber das darf ich. Okay. So, freu dich, wenn du die Befehle für deinen Bot erweiterst. Das macht teilweise echt Spaß. Vor allem die Minigames. Okay. Also ich hab... Bot-Befehle hab ich ja schon erweitert. Ich hab ja so eine Bot-Befehlliste. Da hab ich ja unten bei mir alle stehen. Oh, Gott. Hier kann man auch aktiv fallen. Meintest du das, oder...? Ah, ab 500 Tollis gibt's den Rang Stammy. Du schaust 25,33 Stunden schaust du jetzt schon Mainstream. Das ist ja schon fast verrückt. Okay, okay. Also ich brauch... Ich brauch Stuff. Ich brauch Stuff. Ich will hier was bauen jetzt. Ja, ich müsste jetzt natürlich modern bauen. Und modern bedeutet ja irgendwie immer weiß, ne? Aber weiß will ich nicht, denn ich hab so viele Quarzblöcke einfach nicht. Ich hab zwar neulich in der Hölle ein bisschen eingesammelt, aber das reicht nicht. Ich könnte mit weißem Trockenbeton arbeiten. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dann Bilderrahmen. Wie funktioniert nochmal Bilderrahmen? Oh ja, Schwarz-Eichenstamm und weißer Trockenbeton. Eine ganz hübsche Kombination. Ja, und Selaterne natürlich. Diablöcke, damit mach ich den kompletten Boden. Ne, lass ich mal, aber ich mach Blöcke. Das ist... Hab ich übrigens alles geschenkt bekommen. Also ich glaub nicht, dass ich da irgendwas von abgebaut habe. Irgendwoher kamen die, ich weiß auch nicht. Plötzlich ist das Zeug da. Ich bin ja dankbar drum, ne? Ich bin dankbar drum. Kann man was mitmachen oder weiter verschenken? Weil ich wüsste jetzt nicht, wofür man zwei Stacks Smartbrücke bräuchte. Er schließt sich mir grad nicht so richtig, ne? Naja, ich lass mal. Eisen mitnehmen? Ach, keine Ahnung. Melde nehme ich auf jeden Fall mit. Schilder auch mal. Das, das reicht doch nicht. Das will ich benutzen. Mann, Mann, Mann. Oh, das ist, das sind gratis Holzscheit. Das ist was anderes. Okay. Na dann. Das kann ich mir leisten. Entschuldigung. Dann kommt Matt Kalfs Geschenk hierhin. Und wir hauen dieses Blümchen ganz, hm, ganz ehrenhaft hier vorne irgendwo hin. Neben die Elytra. Oder hier auf die andere Seite. Hier so hin. So, Matt Kalf. Matt Kalfs Geschenk in Ehren gehalten. Hier vorne. Oh ja. Das sieht richtig schön aus mit den Ranken drumherum, ne? Herrlich. Nicey. Ach ja. Okay. Okay. Neue Bude. Was brauchen wir dafür? Bunt. Wir brauchen Bunt. Rot. Ach. Ich bin ja kein großer Rot-Fan eigentlich. Aber komm. Hauen wir es rein. Hauen wir es einfach rein, weil wir es haben. Rote Wolle, rote Wolle. War noch Wolle. Keramik. Türkis. Was ist das? Das ist eine... Was für eine ganz wilde Farbgebung, ne? Aber wir machen es einfach. Ich such gerade einen Wassereimer für den Trockenbeton. Damit wir ihn auch... Ich hatte doch viele. Ne, ich... Ach, mal im Ernst. Wo habe ich denn immer meinen Kram? Was stimmt denn mit mir nicht? Was stimmt denn mit mir nicht? Ich meinte eigentlich, ich hätte hier mal so einen Wassereimer drin gehabt. Gefühlt mit Wasser. Für Hölle und so ein Kram, aber... Also, also für, für, wenn man mit der Lava zu tun hat. Und Höhle unten, ne? Da braucht man immer mal so einen Wassereimer, aber... Er ist weg. Einfach weg. Na, verdammt. Aber die nehme ich mit, die gelbe Laterne. Die ist schön. Die nehme ich auch mal mit. Sind das normale? Ach, Schneeblock nicht. Wir könnten auch ein paar Rahmen machen. Ach, ich hätte Leder gehabt. Closed on nack ich nicht. Wir könnten ein Bad machen mit dunklem Prismarine. Das klingt gar nicht so schlecht. Gut. Naja, das mit dem Wasser lassen wir mal. Und dann geht es mal zurück. Ach, komm. Home. Livy. So, also der Boden ist ja schon weiß. Und die Wände, da hat man ja nicht viel Möglichkeiten. Wir können also ein bisschen was dazwischen einziehen. In weiß. Dann haben wir weißen Boden und... Und alles irgendwie weiß. Und ich hätte mir auch Werkzeug mitnehmen sollen, oder? Oh, Mann. Ja, und zurück. Ich... Moment. Ich nehme auch noch so eine Endertruhe mit. Wuh. Hey, Buddy. Moin. Ja, ich... Ich reise direkt wieder in meine neue Bude. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Bewusstsein nehme ich nicht mit. Endstäbe. Oh, die nehme ich mit. Die sind toll. Ähm, by the way. By the way. Wo wir gerade dabei sind. Ich gehe mal in... Ich gehe einfach mal in Discord. Ich habe das ganz vergessen, aber... Ich gehe mal rein. Und wer mitreden will, darf einfach mitreden. Jetzt, wo ich gerade Buddy gesehen habe, dachte ich mir auch so einen Moment. Das ist doch Quatsch, dass ich der Einzige bin, der hier quatscht. Sau schönes Bild, Buddy. Ich sehe es ja auch wieder. So schön. Richtig gut geworden, Lady. Ein richtig tolles Bild. So, Adania, äh, Raum 7. Ich bin mal in Raum 7, so. So, wer Bock hat, ist herzlich eingeladen, mitzureden. Ich muss mir gerade hier noch alles ein bisschen... Ne, das habe ich falsch gemacht. Das wollte ich gar nicht. Ach, ich bin mir gerade alles am zurechtrücken. Okay, so. Und jetzt zurück ins Spiel und... Freyag ist Raum 7, Buddy, Mr. Trolle, PD. Richtig. Okay, ich bräuchte noch die... Ja, die Spitzhacke mit Behutsamkeit, ne? Nein, Freyag ist in Raum 7. Was? Was? Ich habe keine... Wo habe ich den hingetan? Oh, noch mehr dunkler Prismarinen. So viel dunkler Prismarinen. Oh Gott, ist hier ein Kram. Wieso habe ich das alles hier? Wieso ist das hier? Was habe ich denn... Ich habe hier reingemüllt, ne? Ganz wild. Ich könnte... Die Truhe könnte ich gebrauchen. Die zwei Redstone lasse ich mal weg. Die brauchen wir nicht. Vielleicht zum Kuchen, aber wahrscheinlich erst zur Einweihung. Einen Knut nicht. Enderkristall. Boah, drei Stück. So Schleimblöcke zieren auch ungemein, aber die lasse ich auch jetzt erstmal weg. Aber sehen recht modern aus, finde ich. Vielleicht kann man damit auch was machen. Na ja, mal gucken. Okay. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Na, hier noch. Oh Gott. Hm. Pilzstiel. So, und ich verpiesle mich jetzt mal. Gute Nacht, liebe Leute. Gute Nacht, lieber Stream. Follow BuddyDeathJog auf Twitch und Twitter. Nacht, Buddy. So, ich habe Werkzeug, ich habe Endertruhe, ich habe keine Behutsamkeitsspitzhacke. Und die finde ich aber wahrscheinlich nicht so schnell nicht. Brauchst du eine? Und Freik hat es vorgelesen. Hi, Mr. Treu. Noch nicht, noch nicht. Ich bereite aber schon mal meine Arbeit vor und ich will irgendeine Endertruhe halt hinplatzieren und die werde ich nachher wahrscheinlich abbauen müssen. Und die brauchen, dafür brauchen wir ja Buchsamkeit, ne? Ja. Ja. Ich habe eine. Ich weiß, dass ich eine habe. Ja, wo? Ach, keine Ahnung. Aber du hättest theoretisch eine, falls ich eine bräuchte, ja? Ja. Okay, gut. Dann komme ich vielleicht drauf zurück. So. Home, Levi. Okay, so. Fangen wir mal an. Ich kann... Doch, ich kann drauf sein. Gut. Also die Frage, wie man hier sowas Modernes aufbaut. Das ist... Oh Mann, modern bauen, ne? Das ist nicht unbedingt meine Stärke. Was ist denn eine schöne Wunde? Also eigentlich kann man hier... Darf man hier keine Wände reinziehen, ne? Das darf man nicht machen. Eigentlich schon. Weil wenn ich hier Wände reinmache, dann geht diese wunderschöne, große, offene, helle Optik eiskalt verloren. Das geht doch nicht. Naja. Kommt immer auf den Geschmack drauf an. Aha. Also... Hm. Ich mag beides. Ich mag dieses offene Konzept. Ich mag es aber auch, wenn es schön klein und verwinkelt ist. So richtig gemütlich. Also jetzt ist es schwierig, ne? Ich hau ja einfach mal... Ich fang einfach mal an und setz hier mal irgendwas irgendwo hin. Ist es symmetrisch? Wahrscheinlich. Huch. Das ist... In welchem Tower bist du denn, du Graue? So in einem Tower? Ja. Ja, hier in diesem Leviathan oder was von dem Film? War das das? Ja. Dieser wunderschöne Moderne. Ja, drüben ist ein Neuer. So. Hier einfach mal eine Wand reinziehen. Vielleicht Bogen oder so. Das Doofe ist, das Teuch ist ja wie Sand. Das fällt ja runter. Du kannst hier auch erstmal Wolfsor annehmen und die Raum unternehmen. Shiro, du hast recht. Hi, Shiro. Du hast recht, Shiro. Ich muss das ändern. Oh Gott. Nicht, dass ich das immer vergesse. Oh Mann. Ich muss Minecraft einstellen. Ach. Ach. So, jetzt habe ich mich selbst nochmal gehört. Oh Mann. Schnell, 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 schnell. Sehr Spaß. Gott, ist die Musik laut. Ich glaube, die ist auch gerade ein bisschen lauter geworden, Shiro. Kaum kommst du, wird die lauter. Hier steigt sofort die Party. Okay, also. Wir spielen Minecraft. So. Und was für eine Live-Benachrichtigung schicke ich an die Welt raus? Kuchen essen in Minecraft. Ja. So. Das ist ein guter Tipp. Machen wir so. Minecraft, alles eingestellt. Und aktualisieren. Und jetzt sollte, wenn man aktualisiert, da unten stehen, dass ich Minecraft spiele. Oh Mann. Ich vergesse das immer wieder. Okay, zurück zum Spiel. Hast du vielleicht einen Eimer mit Wasser? Weil dann können wir das ganze Zeug mal nass machen. Ich habe mir jetzt irgendwie nichts gefunden. Ich hätte einen craften können. Jetzt wo ich so gerade drüber nachdenke. Aber dann könnte ich hier wenigstens mal so einen Bogen bauen oder so. Das sieht dann vielleicht ein bisschen besser aus. Ich gehe mal in den Bogen. Okay, danke dir. Rote Wolle. Ich darf den Boden auch nicht abbauen. Das ist schon schwierig hier, ne? Mit den Wohnungen. Man kann wirklich nur ein bisschen Innenausstattung machen. Ja, ja. Das ist nicht so einfach. Tja, 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 tja. Äh. Äh. Wenn es so weit ist. So, dann kommt hier das Bett hin. Ach, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Und da oben sind Half-Slaps an der Decke. Oh, what? Nein, das ist ein vollwertiges Glück. Ja, okay, gut. Einmal. Ah, vielen Dank. Wie klappt das? Ach so, klappt das. Okay, so. Und dann werden wir hier mal... Oh, hast du schon zwei einmal hingepackt? Oh, okay, das ist viel. So. Es wird nass und dunkel. Sehr ungemütlich. Gut. Okay, haben wir das schon mal? So. Ich könnte auch die hier mal aufstellen. Nein, die sind vielleicht ein bisschen besser, ne? Ah, die, cool. Okay, die halten sogar an Glas. So. Das ist natürlich auch dekadent, ne? Wenn man die Teile hier, die Endstäbe, so inflationär nutzen kann hier. Anstatt Fackeln im Stack mit sich rumführt. Weißt du, wenn du mich in deinem Chat ignorierst, komme ich halt einfach her. Wie geht es dir denn so? Hat sie gefragt. Mir geht es gut, Chiro. Mir geht es gut. Und dir? Also, bis ich hier gerade ignoriert wurde, gut. Hat sie doch eiskalt wieder hingeschrieben. Das Krasse ist, ich habe unten den Tollibach gesehen. Ihr seid beide blau. Das ist irritiert voll. So als Ausrede. Ja, natürlich. Ja, spielst du eine Runde mit hier? Was machst du denn da gerade eigentlich? Ich weiß nicht. Meine Bude einrichten. Was für eine Bude? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier in so einem von Avirus. Der hat hier so einen riesen Tower gebaut. Und ich glaube, du auch, ne? Mr. Troll. Ja. Du baust ja auch mit, ne? Ich habe einen zweiten Tower geholfen. Genau. Also, und hier diesen Tower, da kann man halt so Apartments mieten. In Anführungsstrichen. Also, man bekommt sie gestellt. Und man kann hier dann so ein bisschen was bauen. Guck mal, hier geht er auch mal. Cool. Ja, und da bin ich gerade dran. Sieht das was aus? Sieht schick aus. Und hier noch einer? Woher ist es? Einmal kleine Werbung. Blau 23. Jetzt macht sie aber noch Werbung dafür. Genau da wollte ich hinsetzen. Ja, ich bin Dekoration. Ich gehöre hier zu. Du bist meine Gargoyle-Statue. Bin ich so hässlich? Ach, Freyek, deinen Stream habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Ach, Stella. Und ich habe so gut über dich geredet. Ich gucke es ja meistens auf YouTube-Aufnahme. Bisschen spannender unterwegs. Ja, dafür lade ich es ja hoch. Ja. So. Okay, also es leuchtet alles. In der Mitte vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch bauen soll. Es ist fertig. Ne, ich mache die Wand noch dicht. Guck dir doch Spektrum 7 an. Die Musterwohnung. Ja, ich glaube, hier habe ich sogar schon gesehen. Ich habe schon unten. Ich sehe ja, wie gut ihr das macht, aber ich muss das auch irgendwie nachmachen. Ja, klau einfach das Design. Einfach klauen, andere Blöcke benutzen. Okay. Das ist ein Geheimtipp von mir. Ja, okay. Ich gehe gleich mal runter und gucke mal, was ich klauen kann. Der wird geklaut. Ich brauche noch irgendwo Blöcke. Okay, den muss ich auch noch klauen. Du musst nach oben gehen. Du bist in Stockwerk 4 und die Musterwohnung ist in Stock 7. Darf man doch auf Pisten zugreifen von anderen? Ah. Nein. Nein, ich glaube nicht, aber ich brauche halt irgendwie noch so ein bisschen coolen Stuff, den ich hier so einclunchen kann. Ah, das geht alles nochmal. Oh Mann. Dann kann ich mal eine geile Werbung machen. Geh doch einfach in die neue Mall und kauf paar Blöcke. Da habe ich eben Leder gekauft. Zu super günstigen Preisen. Man sieht es nicht, aber ich halte gerade beide Daumen nach vorne und grinse ganz doll. Warst du denn? Du hast super Preise hier drin gefunden. Das würde ich erstmal sehen. Das ist natürlich nur so dahergesagt. Die waren sau teuer, aber man sagt das ja, wenn man gut über den Shop redet. Ach so. Ja, habe ich alles kaputt gemacht. Na, na, das wäre es gewesen. Der Werbeboost. Ich bin nicht schuld. Ich habe nichts gemacht. Na, du warst nur ehrlich. Genau. Ich war frocken. So, und so. Gott, sieht das kacke aus. Ich... So, ich mache jetzt einfach mal Wasser hin. Ich spare mir mein Kommentar, okay. Ja, das... Diese Wände sind so hoch. Ach komm, schon Wasser. Ich glaube, ähm... Neueren Tower sind die noch höher, oder? Ja, noch neueren Tower? Ach, du meinst, sind die Mall? Ja, die Mall. Und dann oben drauf ist ja auch neue Wohn-Tower. Äh, nur unten der, der, ähm... Kreis. Ist die Mall. Ja, also drüber geht der schon wieder zum neuen Tower. Und alles im Killer gehört zum Casino. Ich finde die Idee hier von diesem, ähm... Zeug gar nicht so schlecht, ne? Von dem Trockenbeton. Aber zum Bauen trotzdem immer so ein bisschen anstrengend, wenn man... Wenn man erst mit dem trockenen Zustand arbeitet und danach dann mit dem Wasser drüber geht. Ach, Mann. Warum bist du eigentlich so dämlich? Dafür gibt es eine Maschine. Tja, ich habe sie nicht. Hast du ihn gerade dämlich genannt? Nein. Tja, das muss ich mir morgen auf YouTube nochmal anschauen, Mr. Troll. Das muss ich mir... Mach doch. Ja. Apropos dem, ich... Freya, da denke ich doch direkt an dich. Nein. Äh, da denke ich gerade an mich. Ähm, sagen wir mal, es hätte jemand Werbung gemacht, wo ihr gerade zu finden seid. Und jemand hätte nicht zugehört, wo das ist. Äh, bei A-Virus sind wir gerade. Ähm, Troll holst du sie ab? Oder sagst du dir welches Portal das ist? Klein. 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 Blau. 23. Das hast du eben schon gesagt. Das hast du eben schon gesagt, richtig. Genau. Ich habe aber gut gesagt, wenn man nicht richtig aufpassen würde. Das ist halt absolut, ja, du fragst halt auch nur für den Freund, ne? Ja, natürlich. Ja. Weil ich habe nicht aufgepasst, du fragst für mich. So, jetzt kann man, guck mal her, hier haben wir eine Karte. Wunderschön, ne? Wow. Sehr grün. Ja, stimmt, du kannst dir doch mal gerade alles ein bisschen zeigen hier, ne? Es gibt ja echt viel zu sehen. Ist echt schön. Haben sich alle viel Mühe gegeben. Ja, einmal hier, direkt hier vor, stehen wir gerade, ist der neuere Tower. Der untere Teil ist die Mall. Da drüber ist der neuere Wohnkomplex. Und im Keller entsteht momentan noch ein Casino. Also, Glücksspiel. Ja, cool, oder? Und das klappt sogar. So, klär ich. Mittlerweile ist schon die dritte Variante der Automaten. So, wirklich. Es geht doch nicht. Ikiglada, was heißt du denn dazu? Nichts, sagt er. Er toleriert es. Dann haben wir hier noch den etwas alteren Tower, wo er gerade am Arbeiten ist. Schön, schön, schön. Der hochmodern ist natürlich, ne? Ja, klar, aber gegen den neuen Tower etwas kleiner. Ja, ne? Okay. Aber der neue Tower, den sieht man ja von dir ganz schön. Der hat ein Zombie-Problem. Ja, ne? Wirklich übel. Du musst hier bei Waffen drum laufen, anders geht's nicht. Noch ist noch im Umbau. Und ein Skelett-Problem. Ja, ich kann ja ein paar Seelaternen spenden für draußen. Man könnte sie ja schon mal hinstellen. Du brennst. Ja, momentan ist noch hier hinten, weil jetzt momentan noch die Bäume stehen, eine Therme geplant. Okay, wie lange baut ihr schon da dran? Ähm, nicht so lange. Also der Tower gab es schon vor mir. Also der alte Tower. Ja. Ja. Wo kommt der Zug kommt? Monat, zwei? Das geht ja tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt sowas wie von Freyagd. Ja, ich bin schon seit einem Jahr an meinem Haus dran. Nee, nee. So lange sind... Nee. Wir machen ja auch was. Wir machen ja auch weiter. Ja, die sind fleißig. Die sind fleißig. Ach, wie das... Jetzt bist du Freyagd. Also wir machen auch was. Ja, jetzt wo du sagst, klingt das wirklich schon ein bisschen gehässig, Alter. So, ähm, ja, hier hinter, hinter dem Tower. Na ja, Frage, wie wir beide zusammen hier sind, sind wir auch immer so toll produktiv. Ja, wirklich. Oh Mann, ich hab jetzt eine Wand reingezogen. Das war's. Sorry, mein Handy. Ikidada hat gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, glaube ich. Nein, das war schon davor, Draner. Das war, das ist davor schon gesagt. Du achtest aber schön auf deinen Chat. Also ich achte ja sogar mehr auf deinen Chat, Alter. Ja, deswegen. Ich gebe gerne Arbeiten ab und auf den Chat achten. Ich weiß nicht. Ach, verdammt. Ich bin so eine Mühe. Aber das ist halt das Problem, ne? Wenn du am Arbeiten bist, du bist in Minecraft hier am Fummeln, am Werkeln und sonst was, und dann achtet man halt nicht so auf den Chat. Das ist... Ich will das ja nicht. Verdammt. Okay. So, hier hinter, wo es noch ganz viele Bäume sind, soll noch ein kleiner Freizeitpark mit Streifel zu entstehen. Ah, gibt's auch Häschen? Die sind zu gefährlich. Wir werden... Wir wissen noch nicht ganz, was für Tiere reinkommen. Es ist noch eine Idee. Ich hätte gerne Schlangen. Ja, die sind in Ordnung. Wir stellen Feuerkrall in die Dreistung. Ja, es stimmt auch wieder. Orgs. Es ist schon Tier genug. Ja, Tier genug, genau. Hallo, lieber Zopp. Ich glaube, sie wurden noch nicht bezahlt. Ja, ist fit nach Beleuchtung. Genau. Hier unten ist halt die Mall. Hier kann man dann Sachen kaufen auch. Ja. Na, da muss ich mal Preise vergleichen, ne? Ja, immer vergleichen. Ist immer klug. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Der Shop von Avirus ist teuer. Da gehst du lieber zu... Sei dem von der Karte gegenüber. Dir hast du die Preise bezüglich. Du machst aber gut Werbung für die Sachen. Ja, hey. Danke. Kommst du mir zu helfen, Stela? Wirklich? Und weg ist sie. Oh, Mann. Heißt das Stela oder Stella? Ich hätte jetzt Stella ausgesprochen. Also das sind zwei E. Und nicht zwei L. Von daher sage ich Stella. Okay, dann bin ich doof. Ja, und jetzt grenze ohne Fehler zu lesen ins Kasin runter. Wow. Noch im Bau. Ja, einfach rüberspringen. Umgucken ist halt... Und wie komme ich die da rauf? Ja, einfach... Nie mehr. Das war's. Da müsste eigentlich eine Rampe sein. Also eben war sie da. Ja, ja, ja. Habe ich auch gesehen. Aber ich wollte nicht erst runterspringen und dann gucken. Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Tachchen. Hallo, Stela? Stella? Stela, Tachchen. Ich habe es fast gleichzeitig mit ihr gelesen. Fast. Weil ich auf meinen Chat achte. So ein Typ bin ich halt. Ach, Mann. Was ist der Lust? Ich kann die Boden nicht austauschen und ich will doch hier ein Klo hinmachen. Einarmiger Bandit. Ah. Ja. Spielmarke 1 in Autoplay vorhanden. Es wird ein Hoseklo. Falsch eingebrochenes Seiten. Ich bin als Spender ans Kasiner. Das ist gut. Spende. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was ich reingekauft habe. Da müsste jede Menge Crab drin sein, oder? Ich habe eben auch ein bisschen Kabel hier reingemüllt. Ich kann gerade sagen, weil wir jetzt wissen, was von mir ist. Ich kann ja raten. So, Stela, was hältst du denn jetzt hier von meiner Bude? Hast du Tipps für mich? Ich bin tatsächlich. Was man ja machen könnte. Beziehungsweise. Kannst du das machen? Weißt du, wie das in eine Richtung geht? Ich hasse in eine Richtung. Aber hier vorne, um es kurz zu erklären. Ja, um es kurz zu erklären. Das hier wird ein Bad. Und ich hatte mir vorgenommen, diesen Boden hier zu nehmen, weil der so schön ist. Und in der anderen Wohnung habe ich das ja auch so. Aber man kann hier den Boden nicht wegmachen. Das geht nicht. Darf ich nicht? Weißt, gleich hat es die Decke der anderen Wohnung los. Boah, wie es schon wie in eine Richtung geht, schreibt Stela. Die gute Stela. Die beste Stela. Ich habe dir einfach mal die Blöcke da so hingelegt. Kann eher in eine Richtung als aus. Echt jetzt? Das ist ja beeindruckend. Ja, hier. Och. Mit dir müsste ich Rechte geben. Du darfst nicht. Ich glaube, Stela darf. Du bist ja Mod. Du darfst das alles. Ich darf das hier nicht. Oder? Bestimmt nicht. Da siehst du mich. Ich kann nicht. Du darfst hier gar nichts. Ich darf es aber auch nicht einstellen, glaube ich. Darf ich... Oder? Kann ich... Du kannst noch nicht mal. Ich darf... Shiro darf ich nicht Rechte geben, ne? Darf ich nicht. Ich glaube, du kannst das nicht mal, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin halt nur ein Besucher. Ja, jetzt bist du nur ein Besucher. So, und ich kann bauen. Hehehe. Du kannst. Ja. Soll ich hier... Ah, Stela kann Rechte geben. Ja, gib Shiro Rechte. Dann muss sie. Dann hat sie keine Ausrede mehr. Juhu. Was? Du kriegst Rechte. Du musst hier alles bauen. Moment, ich gebe dir all meine Blöcke. Oh Gott, ich kann mich um den Chat kümmern. Dann muss ich auch mal anfangen, Stream zu gucken. Den kann ich jetzt voll vollladen. Hilfe. Ich meine, ich bin immer noch für den Killer von Dings am Kange, ne? So, ich habe da mal rote Wolle hingelegt. Ich weiß nicht. Ach, rote Wolle ist kacke. Wieso habe ich die mitgenommen? Es war noch Wolle. Die ist voll kacke. Auch das hier ist voll kacke. Und mein Schlafzimmer ist auch nicht gut. Jetzt sollst du sie bauen können. So, Shiro, es gibt keine Ausreden mehr. Ach, den Chat liest du also? Natürlich. Komm her. Und jetzt auch mein. Jetzt habe ich ja die Zeit. Also, ich kann nicht. Also, es ging nicht. Ja, wir testen, ob es geht. Komm, teste mal. Nimm mal in die Hand. Nimm den Block mal in die Hand. Ja, nur Mut. Und jetzt klick mal hier so drauf, rechts. Geht nicht. Nochmal. Andere Maustaste. Andere Maustaste. Juhu. Juhu. So, ich bin aber weg. Mädels, ich komme in einer halben Stunde wieder und da ist die Bude blitzeblank. Hä? Ich meine blitzeblank aufgebaut. Und hier wird zugemacht. Ja, das können die aber auch wegmachen. Und mach keinen Schindluder, Mann. Weißt du, wie schwer Wolle wegzumachen ist, Mann? Die ist nicht einfach. Mit der Schere ganz schnell. Ja, mit der Schere, ja. Ja. Aber was hast du denn hier überhaupt so vor? Hier bekommst du eine Treppe. Da. Mami. So, arbeite. Hupsch. Sowieso hat Minecraft keine Schere. Oh, Shiro. Shiro, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Was da neu kommt? Nein. Ach, ich habe ja noch die Axt in der Entschuldigung. Ich sollte nicht so bedroht, ich rüberkomme. Da gibt es Lagerfeuer. Es gibt Lagerfeuer. Und auf diesem Lagerfeuer kann man Sachen grillen. Ist das mal ein Hammer oder was? Und die haben die Dorfbewohner-Metalle geändert. Ich brauche kein Dorf mehr für Eisenfarm. Ja, das ist auch toll. Aber Lagerfeuer. Lagerfeuer. Mein Gott. Ich springe hier raus. Lagerfeuer. Du kannst dann nicht mehr dieses Türen-Ding bauen, sondern musst halt ein richtiges Dorf bauen. Naja, nicht mehr. Die Trollfarm. Eisenfarm wird hart. Achso. Ja, ist heftig. Aber ist cool. Ist cool. Ist alles gut. Ich habe keine Ahnung, was sie hin sollen. Ja, mach mal. Da muss ein Bart hin. Stela gibt vor und wir bauen nach. Stela. Sie ist weggeflogen, glaube ich. Einfach weg. Ne, da ist sie. Okay, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, hier so... Ne, ne, ne. Doch, doch. Ne, sie hat Nenen gesagt. Nenen ist holländisch. Und das heißt, ja, ich mache. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich kümmer mich. Ah, okay. Ja. Es ist aber nett von dir, Stela. Gut, dass man holländisch kann. Ich meine... Siehst du, bist da toll. Du bringst den Apfelkuchen mit, dann alles gut. Genau. Apfelkuchen. Ja. Eigentlich müssten wir hier so einen Kuchen hinstellen. Ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen. Ah, ich habe... Aber ich kann das hier hinstellen. Für ein etwas schöneres Licht. Moment. Und vielleicht können wir dafür auch diesen... roten Wollblock benutzen. Ah, ist das schön. Ja. Ich kann das. Ich habe es voll drauf. So stilsicher. Na, aber mit diesem Lagerfeuer auf jeden Fall. Und zwar wird ja dieses Jahr wieder ein Summertime stattfinden. Und ich weiß nicht, ob ich dir das schon so verraten habe. Und du machst ja natürlich wieder mit. Ist ja klar. Ach, echt? Ich? Oh Gott. Natürlich. Ja, diesmal wird es was Besonderes. Das wird echt ein bisschen noch größer als das letzte Mal. Ach Gottchen. Ja, ein bisschen aufwendiger auch gestaltet. Aber mehr darf ich jetzt leider nicht verraten. Das geht nicht. Alles gut. Ja. Das... Aber man darf sich auf was freuen. Man muss auch mal spannend bleiben. Genau. Man darf sich auf was freuen. Es ist also schon in der Planung. Und es hat... Und so viel darf ich verraten. Es hat auch schon was mit Adania zu tun. Sag mal. Ist das Bett nicht ein bisschen hart? Das ist Wolle, oder? Oder... Ne, habe ich nicht Wolle genommen? Ne, ich habe keine Wolle genommen. Ne, ist keine Wolle. Ne, das hier dürfte keine Wolle sein. Ich schlafe gerne hart. Ja, das tut mir auch nicht. Für meinen Rücken. Sonst bricht der so durch. Manche schlafen auf Schnee. Das ist pervers. Das ist wieder Wolle. Ja, mein Köpfchen ist sanft. Das braucht die Zuneigung von Wolle. Dieses Umschmeichelnde. Aber mein Körper... Mein Körper muss gestellt auf Beton liegen. Natürlich. Kein Kommentar. Ach ja. So. Wie weit sind wir denn mit dem Bad? Wo sind denn alle? Hilfe! Ich bin weg. Okay, dann muss ich wenigstens... Ihr habt mein Material. Hallo? Stella hat dich einfach am Stich gelassen. Magst du was essen, Giro? Ich habe schon, danke. Du bist doch hier zu Gast. Achso, okay. Gut, dann nehme ich das Fleisch. Natürlich. Leckeres Fleisch. Damit geht's schon. Keine Schnuschenkartoffeln-Leben. Richtig. Was wäre das für ein Leben? So. Also das Bad muss ja nicht so groß sein. Aber auch nicht so klein. Ich weiß nicht. Ich mache es ruhig hier. Ich mache hier dicht. Und dann mache ich das hier wieder weg. So. Dann ist es so ein bisschen luftiger hier. Jetzt stehst du da in der Ecke. Ich gucke dir zu. Achso. Das ist ein Livestream. Ja. Ja, richtig, richtig. Da kann man zugucken. So, ich habe nur noch diesen Boden. Das ist ja doof. Hm. Und dann mache ich das Bad noch kleiner. Bis hierhin, dann reicht das. Es wird immer kleiner. Ja, es wird immer kleiner. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Man braucht nicht so viel Bad. Nee, es ist immer gut. Da ist was runtergefallen. Stella. Du hast einen wunderschönen Kopf, hast du auch. Stella hat mir einen Prismarinsiegel zugeworfen. Das heißt, der kommt genau hier hin. Also, man kann auch theoretisch. Ich glaube, der eine hat gefehlt, dass wir das halt statt hier, sondern hier in Reihe hin machen. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Passt doch. Da haben wir immer genau einen in der Mitte für so eine Tür, wenn man es symmetrisch haben wollen würde. Oder so. Also, ist schon okay. Von der Größe her ist das in Ordnung. Für den Bad passt das. Super. Aus Stella wurde Manfred. Also, mir steht immer noch Stella, Sel. Ja, aber mit dem Kopf, das sieht eher aus wie Manfred. Ach so, nee, das ist Pillusch. Ist das, Pillusch. Kenn ich nicht. Der gute Pillusch. Auch ein Admin hier. Kenn ich nicht. Ist ein ganz netter, aber sehr schüchtern. Kenn ich nicht. Ich kenne ihn frei, ja. Ja. Pillusch ist mein Mann. Pillusch ist mein Mann. Ah, okay. Es ist übrigens ein sehr, sehr netter Mann. Ja. Schlecht noch rausreden, ne? Nee, im Real Life. Ja, deswegen Stella. Der ist sehr, sehr freundlich. Ich muss sagen, so einen freundlichen Mann habe ich noch nie kennengelernt. Lieb sein. Ach, ich habe noch... Ich will diese Herzlichkeit. Soll ich ja lieber auf? Ich hätte mich gerade überkommen können. Naja, okay. So, ich habe jetzt keinen Trockmettung mehr. Möp. Noch drei Stück. Oh, danke dir. Ich habe mein Wasser einmal mit. Sehr schön. Guck mal, Stella, kannst du aber noch was holen? Ich kann noch welche holen. Ja, für... Um das Ding wenigstens irgendwie zuzukriegen, ne? Ich stelle mir auch vor, man könnte hier auch noch so ein bisschen... Ja, so Glas einarbeiten oder sowas. Oder noch mit... Ja, mit Wolle arbeiten ist vielleicht hart. Das ist zu hässlich. Aber... Sieht doch eigentlich ganz gut aus, so, ne? Ach, hier habe ich noch. Moment, ich habe noch. Vielleicht reicht das ja jetzt mittlerweile. Neun. Knapp, eher nicht. Ne. Auf jeden Fall müssen wir etwas für den Lichttechnisches tun. Ja, ich habe hier diese... Moment. Hier, ich werfe dir die mal hin. Kannst ja mal ein bisschen rumprobieren mit den Stäben. Oh Gott. Oh, Stella hat noch geholt, so. Ja, wo ist der Eingang, ne? Wo ist der Eingang? Ah, okay. Danke dir. Danke dir, Pillow Stella. Ich würde den Eingang vielleicht hier sogar hinmachen. Hier vorne irgendwo. Ja. Nicht unbedingt so super symmetrisch. So ein bisschen. Und dann... Hier ist nicht ganz am Rand. Kommt man hier rein und dann kann man hier vorne alles zuklatschen und vielleicht sogar hier so ein Spülbecken hinmachen. Das stört hier am wenigsten, glaube ich, ne? Und hier kommt dann noch so ein bisschen irgendwas mit Glas hin. Mal gucken. So, wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Spülbecken oder sowas hinbaut, dann hat man da auch Licht. So. Und da kommt irgendwas an Glas hin. So, cool. Okay. Dann kann man auch von dort komplett rausgucken. Ne, Stella? Ich habe jetzt auch sonst nichts dabei. Ich hätte hier noch im Moment Seelaternen. Aber man kann die Decke leider... Man kann da nichts mit machen, ne? Also, man muss es dran packen. Moin. Achso, du meinst, dass man das nicht... Mit diesem super coolen Skin. Alter, der ist wirklich toll. Mit diesem Kinnbärtchen. Das sieht so cool aus. Und dem Hut. Unglaublich lässig. Uh, hi. Okay. So. Ja. Genau. Seelaternen an die Decke, ne? Es ist... Ach Gottchen, ich mache jetzt einfach mal... Ach, hier ist... Ach Mist. Hm? Hast du mir noch Sachen zugeworfen gerade? Weiß nicht. Okay. Alles gut. Was haben wir hier noch? Hier, das wäre... Achso! Jetzt hat sie die Seelaterne oben hingemacht. Ja, das ist wie Lampen halt. Ne, sie. Sie hat es hier. Ach, sie hat die? Ja, sie darf keine Decke ändern. Sieht man von oben nicht. Hast du geguckt, ja? Okay. Ja, dann, dann... Weißt du ja, hier, einfach einmal einbetten. Oh Gott, ja, Seelater. Ich habe gehört, hier wollen wir ja hingebettet werden. Ja, ja. Ich weiß nicht, das ist die Höhe, ne? Hier vorne. So. Ich glaube so. Äh, ja. Und... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie es da hinten ausschaut. Ich hau jetzt einfach mal drauf. War das so richtig? Ne, ne? Ne, noch nicht ganz. Oder? Ich mach so. Master Rubik's. So. Tada! Ist doch schön hell hier. Und da muss dann... Gingst doch keiner unten. Bei deinem Schlafzimmer? Was ist denn beim Schlafzimmer? Da ist eine Fackel. Und eine... Ein Stab. Das ist schön. Der ist so dunkel. Mein Schlafzimmer ist voll kacke, ja. Niemand will da schlafen. Niemand will da schlafen. Weil es einfach voll kacke ist. Ja, hier wird gearbeitet. Wird gearbeitet. Aber hier, komm mal hier. Moment. Wo bist du? Wo ist sie hin? Da ist sie ja. Komm mal hier. Rotte? Da kannst du ein schönes Bildschirm aufhängen im Schlafzimmer oder so. Weiß nicht. Vielleicht passt das ja. Oder dieser Eingang überhaupt, den wir überarbeiten. Das sieht ja auch kacke aus. Es sieht irgendwie einfach alles kacke aus. Ich verstehe es nicht. Obwohl, das Bad... Obwohl. Ne, ne. Ich muss mich revidieren. Das Bad gefällt mir eigentlich jetzt ziemlich gut. So mittendrin hier, ne. Mit diesem Durchguck. Wo ja natürlich noch Glas hinkommt. Muss mich mal ganz kurz an der Nase kratzen. Ja. Ruhig nur Glas. Aber schön hell haben wir es hier. Ich habe nichts an Glas natürlich nicht dabei. Ähm. Ich könnte noch holen gehen. Komm, ich gehe mal ein bisschen Glas holen gerade. Bin sofort wieder zurück. Aber es wird geschrieben. Also. Okay. Glas, Glas, Glas. Ne. Äh. Hier. Nein. Das war Wolle, Wolle, Wolle. Hellgrüne Keramik. Oh, das nehme ich nochmal mit. Das du hier einfach Leute in deiner Wohnung hast, ne. Na, ich bin so ein geselliger Typ. Ich bin einfach so ein geselliger Typ. Und ich mag das. Ist doch schön. Ich finde das herrlich. Wenn die Bude voll ist, Jiro, ist doch schön. Ich wollte übrigens mit meinem Erscheinen hier nicht, Mr. Troll, dem das Wort verbieten, ne. Nicht, dass du dich jetzt hier dazu verflüchtet fühlst, still zu sein. Ne, alles gut. Gut. Oh, es gibt für alle einen Kuchen. Ich bring Kuchen mit. Und Schwarzen. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ich bin gerade am neuen Spielmarkt mussten. Er hat mich abgeschossen. Er hat dich abgeschossen. Ich mag gerade am neuen Spielmarkt deswegen. Warum? Ich habe kein Glas. Wieso habe ich den? Wieso habe ich denn? Ähm, du bist nicht Freyagst, Dela. Auch wenn du jetzt so aussiehst. Wer, wer... Freyagst, brauchst du noch irgendwelche Art von Bläh? Blöcke. Achso. Blöcke. Ja, ich, ähm... Ich habe ja noch mehr grüne Keranik. Auch cool. Ja, ist zu grün. Ich bräuchte Glas. Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich selbst welches habe. Ich habe irgendwie... Ich habe bestimmt Glas. Ich habe bestimmt Tonnen von Glas. Welche Farbe? Weiß nicht, was ins Bad passt. Wenn du, wenn du... Moment, ich komme zurück. Home Levi. Porte ich mich jetzt... Ne, das war falsch. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Im Bad. Ich bin dann im... Huch. Ja. Ah. Ja, zum Beispiel, ne? Das passt. Ja, das ist unglaublich elegant. Zwei Freyagst bestaunt, das Werk. Du siehst richtig gut aus, Dela. Heute siehst du richtig gut aus. Und du auch. Cube Master Rubiks. Sehr lässig. Hab ich extra schick gemacht. Ja. So. Wie kommt man da oben in der Treppe? Weißer Beton und Stufen geht ja nicht, ne? Das geht ja nicht. Hat gerade Stela unbewusst ihren Mann gedisst? Warum? Sie sah vorher aus wie das Kind von ihrem Mann. Und dann meinte sie, sie hat sich schick gemacht und sieht jetzt aus wie du. Das heißt, ihr Mann war vorher nicht schick. So ein schick gemachter Pillusch ist dann eine Freyagmaske. Oh, Mann. Ich glaube, das hat Stela echt gerade gesagt, ne? Wenn man das so... Oh, Stela. Ist echt lieb von dir, aber das kannst du echt nicht antun. Aber viel soll lieb sein? Oh, Mann. Pst, ich würde es sagen, okay. Nein, nein, nein. Das wird er nie erfahren. Ich glaube, das ist mir auch keinem aufgefallen, hätte ich das nicht gesagt. Naja, du hast ganz schön hier Wind in die Sache gebracht. Jetzt geht's ab. Ich glaube, ich gehe lieber vorher, bevor ich das richtig abgehe. Ja, gleich kommt hier, gleich kommt Pillusch, gleich kommt der. Oh Gott. Ach, ist das Kacke. Ja, aber scheinreich. Und so. Ja, ne? Ja. Ach, das ist... Ne? Dass man zum Bad so eine Stufe hochgehen muss. Ich glaube, da wären Slaps besser. Also nicht so auffällig. Ja, ja. Was ist denn hier so der Altersdurchschnitt? Minus 3000. Nein. Also ich für meinen Teil bin 25. Äh, 24. Ich werde jetzt 25. Ich nicht. Jetzt geht's ab. Äh, Freyag ist so um die 18. Gerade gewonnen. Vor allem weiß ich nicht mal, ob Cube Master hier uns überhaupt hört. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Steht hier halt rum. Also kann ich mir jetzt halt vorstellen, dass er uns vielleicht zuhört. Also wer uns hört, ich guck mal gerade, ist Zerniküber, Stellar Cell, Shironaya Stream, Sheik, Lady Tyburn, Joby Essen, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das nicht ein Bot ist. Ich hab keine Ahnung. Und, ähm, gut, noch so Leute wie Bananennahnen. Ah, 0x2f7c37, ich glaub, ist das auch ein Bot. Ist das ein Bot, ja? Ach, das mit den Bots ist das so dermaßen. Den hab ich bei mir auch im Chat und das wäre ein sehr großer Zufall. Ja, Commander Root ist ein Bot, das weiß ich. Positivity Bot ist ein Root, äh, ein Bot. Ja, und, ähm, ja, keine Ahnung. Ja, aber bei dem einen, wo du vorhin gedacht hast, von wegen, das ist auch ein Realer, hab ich auch immer erst gedacht. Und dann hab ich ihn halt auch bei anderen Streams gesehen und dachte so, okay. Ach, du meinst diesen, äh, 0x2f? Mhm. Okay, ja, gut. Hätte ja sein können, dass es vielleicht, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist genauso, wie ich letztens einmal gestreamt hab. Das fand ich dann total schön und ich hab halt den Stream beendet, beziehungsweise war kurz vorm Ende. Und dann hat jemand mich, äh, gesuppt. Und dann hab ich sich den Namen anguckt und der hat mir gar nichts gesagt, ne. Hab mich dann 50 Mal bedankt und, ähm, hat auch geschrieben. Dann fand ich das total, äh, dann hat er gesagt, ja, er lurkt halt immer. Dann meinte ich nur, ja, das ist voll freundlich, wenn ich das halt mal was schreibe. Und man fragt sich halt immer, sind das jetzt Bozze oder echte Leute? Und dann kamen auf einmal drei Leute aus dem Lörd und sagten, ich bin übrigens auch echt. Ja, nur, ach, wie süß. Also, da kann man sich echt nicht immer sicher sein. Ja, ne, das ist schon, man, man weiß es einfach nicht. Und viele Leute, die es, oder viele, viele Namen sieht man sich aus. Ah, siehst du, Keepmaster hört uns. Okay, welcher von der Liste bist du dann? Ach ja, ob ich den Stream zusehe? Ja, also Alter, minus 3000 ist nicht so super. Ja, wenn ich das noch gesagt habe, hat Spaß. Also, er hört uns, aber er heißt anders dann. Nicht angemeldet, ach so, so macht man das also. Ah, okay, stimmt, richtig, die nicht angemeldeten sieht man ja nicht als Zuschauer, ne? Ja. Richtig, du zählst da nicht als Zuschauer. Also nicht positiv für die Zuschauerstatistik. Das ist echt, das muss man auch mal wissen, ne? Ja, vor allem mit den Paddles steht irgendwas von wegen Road to Affiliate. Du, du musst das deine Zuschauerstatistik haben. Ich will schlecht das Gewissen einreden, Leute. Ich melde mich halt nie bei Twitch ab, ist das Ding. Ich bin da immer angemeldet. Ich bin immer auf unsichtbar. Ja, ich bin aber auch unsichtbar bei Twitch. Ja. Es ist Standardeinstellung und wenn man nicht daran denkt, das wieder zurückzustellen, ist es halt so. Aber ich bin auch... Ach, das sieht schön aus eigentlich, ne? Mit den grünen so links, rechts nur. Jetzt muss ich gerade so schauen mit dem Bild. Wie hast du das gemacht? Wie ich das gemacht habe? Das ist überhaupt nicht im Block dran. So, hier bin ich. Ah, QB Costa. Yay. Hi, QB Costa. Ach. Das ist ein richtig schönes Bild. Hast du das selbst gemalt, Tiro? Ich gucke gerade mal in deinem Stream. Ja, das war ich. Wie, ich gucke gerade mal in deinem Stream? Du stehst neben mir und schaust auf dasselbe Bild? Ja, aber wir haben ein anderes Texturback. Ach so. Ach so, du siehst ja ein anderes. Hast ja recht. Ja, ich habe keinen Texturback drin, aber du hast einen Texturback drin. Ja, das ist ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber hier ist es richtig schön. Bei mir ist das... Also, wie soll ich das interpretieren? Dass es aussieht, dass es nur eine Frau ist, mit einem Kopf von einem Schaf in der Hand. Ach, sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Was hast du denn von einem Texturback? Chroma Hills habe ich. Ich habe Chroma Hills. Mein Ehes ist ein Schweinekopf jetzt aber auch. Ich habe einen Schafskopf und einen Schweinekopf im Bett. Über dem Bett. Ach. Nein, hast du nicht. Du hast das, was du siehst. Ja, das ist ein wunderschönes Ich-weiß-nicht-was. Das sieht aus wie so ein Herrenzimmer. Ach, keine Ahnung. Oder was ist das? Es sieht aber schön aus. Die Farbgebung ist ganz herrlich. Und da hat jemand wirklich Talent gehabt, der das gezeichnet hat. Mensch. Was ist jetzt los? Warum FSK-80-Scheese? Was war das für ein Pack? Das war Chroma Hills. Chroma Hills war das. Oder ist das, was ich hier benutze? Hatte ich auch mal. Es macht echt Spaß. Der Typ, der das hier macht, der ist auch ständig dran und verbessert. Er macht eine gute Arbeit. Das Ganze hat so einen leichten Comic-Twist. Ja, damit wirbt er auch. Und das finde ich schön. Ich habe nichts gesehen, Stella. So, ich wollte, wollte, ich wollte etwas machen. Ja. Siehst du, kaum bin ich wieder bei dir, werden wir so superproduktiv. Ich sollte wieder gehen. Ja, verdammt. Sie sind gleich mit allem fertig. Total. Ich dachte gerade, es war positiv gemeint. Davor dachte ich einfach nur, ja, super. Nein, nicht. Fertig werden ist mal gut. Ich habe so viele Baustellen, die ich angefangen habe. Und jetzt, das wäre... Wenn wir das hier fertig kriegen, hier, ha? Das wäre ein Highlight. Okay, cool. Das sieht gut aus. Was für ein Bett. Ja. Ja. Oh, oh. Irgendwann kommt von ihm ein YouTube-Video. Das hat er alles in einem Jahr geschafft. Zwei Baustellen angefangen. Ja, ohne Mist. Ich habe eine ganze Adania-Reihe. Moment, ich könnte es so machen. Und in der Adania-Reihe, da sieht man genau meine Fortschritte, was ich so gebaut habe. Das hat, glaube ich, alles ein Jahr gedauert insgesamt. Also, ich weiß nicht. Es ist irgendwie nicht so viel geworden. Also, ich weiß nicht, wie das bei Freyag ist. Stella arbeitet gerade in deinem Keller. Äh, in deinem Bad. Ja, ich habe das mal verdeckt. Mir das sah hässlich aus. Naja, die hat gerade öfters mal in deinem Bad eingerissen. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich kenne es mal damals so, dass man sich das runterlädt und dann in einen bestimmten Ordner reinziehen muss. Nicht über ein Programm, sondern über ein bestimmtes... Ja, 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 ja. Hast du das gerade gefragt? Äh, CubeCosta hat das gefragt. Ach so, ja. Das machst du so, indem du einfach in Minecraft auf Riss-Rose-Panks geht, deinen Ordner öffnest und da einfach die SIP-ZE reinziehen. Ah. Ja. Deswegen macht es die gleiche Überschwemmung. Und natürlich, danke für die Erklärung. Ich habe... Wenn ich dich jetzt einfach voll ignorieren wollte, nein, aber es war gemein. Ah, das war gemein. Erlebe ich mir. So sieht das schön aus. Das sieht richtig schön aus. Ist extravagant. Ja, es ist irgendwie... Es ist irgendwie anders. Ab oben. Es ist einfach anders. Für dieser Bogen-Schwitscher. Ich weiß auch nicht. Ach ja, gut, okay. Man sollte nicht einfach Blöcke irgendwo hinsetzen, nur weil man sie hat, nicht wahr? Ich... ja. Das stellst du jetzt erst fest? Ja, ja. Ich wollte gerade mit schwarzen Blöcken weiterarbeiten da oben, aber das sieht dann... Das kann ich da auch gut aus. Das kann ich da gar nicht. Ähm, Qubi, indem du zu einem Spieler hingehst, das Schwert nimmst, in seinen Hals rammst und dann den Kopf durchtrennst. Das ist ein sehr schlechter Rat. Er sagt, wie man in den Spielerköpfe rankommt. Und er hat dann das Schwert in der Hand und versucht's. Komm her, wir versuchen's. Das klackenlicht. Wir kriegen diese... Ich hab ja kurz Angst gehabt, dass es nicht klackt. Also, Daniel ist auf jeden Fall FSK 18. Sie hält zu sehr in ihrem Kopf fest. Da... Da ist nichts zu machen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Qubi, keine Ahnung. Es kann uns bestimmt, ähm, die liebe Stela beantworten. Oder, ähm... Oder muss man dafür Spender sein? Nein. So wie, so manche abgehobenen Leute hier. Tatsächlich ist es ein bisschen fein mit den Göttern. Mann, ich wollte einen Witz machen. Stella, Cheetah? Nee, Stella, Mod? Ich sag ja. Ich sag ja einfach, Stella, Fragen, oder Mod? Die gibt dir den. Boah, cool, Stella. Du bist ja schon dran. Das ist ja so cool. Oh Gott, es gibt ein Bubble, äh... Eine Bubblebrause. Äh, Bubble-Bubble-Bart. Und oben hier ist diese... Oh, wie cool ist das denn? Wir schwimmen schon. Okay, wir gehen ja schon raus. Sie guckt böse. Ah, nee, das ist ja mein Gesicht. Ich wollte gerade sagen. Ich gucke so böse? Echt jetzt? Wieso sagt mir das keiner? Äh, Qubi, in Wirklichkeit musst du dafür ein erstgeborenes opfern. Also sei vorsichtig, was du unterschreibst. Genau, erstgeborenes opfern, denn... Wir opfern unser erstgeborenes Shiro. Ey! Und bekomme ich dann meinen? Nein. Er ist ein erstgeborenes. Ja. Musste alles... Weißt du was, Frau Jörg? Ich spring jetzt! Ich kann dich, glaube ich, sogar ein bisschen schieben. Ja, das ist schlimm, aber ich... Ich hab mir voll Aua gemacht. Das ist ja übel hier. Das ist so... Ah, ja! Tja, das war knapp. Oh, du sagst es. Du sagst es. Du hast was gesprungen. Oh, das ist schön. Verdammt, das ist schön. Das will ich. Ach, gosh. Ne, ne, nicht schlapp machen. Nicht schlapp machen jetzt, ne? Eke? Ja. Okay. Es ist... Äh... Oh, Levy? Stela? Wieso schlammst du? Hier fehlt ein Block. Hier... Da war vorher... Vorher waren da noch alle Blöcke da. Irgend gerade, als ich nachgekuckt habe, wie jeder Block verwendet wurde, war hier noch ein Block da. Ich habe versucht, mich rauszufrischen, Stela. Hat nicht geklappt so im Moment hier. Also wirklich. Irgendjemand hat euch sabotiert. Baba, halte ich mal. Mein Kopf da oben drüber? Echt jetzt? Ach, ja. So, schön hier mal reparieren die Waren. Wird vielleicht leicht selbst vererlichen. Ich weiß ja nicht, wenn man über seinen eigenen Bart seinen eigenen Kopf hat oder Bilder von sich in der Wohnung, dann... Wie ist das Bild hier schon wieder? Was? Was machen wir? Ne, das Bild. Das ist bei mir genau das gleiche wie bei dem Schlafzimmer. Was da hängt. Ja, genau. Richtig. Bei mir auch. Ich scheine wohl auf dem Skull zu stehen, wenn ich das überall hängen habe. Ja. Abgetrennte Schweineköpfe, Schafsköpfe. Dankeschön, echt, sowas? Komische Bilder hast du da hängen. Also ich kann auch Schweineköpfe dazu sehen. Ja. Das ist ein anderes. Die Frage ist, was sieht jetzt der liebe Fajag? Ich sehe... Ja, das... Ah, interessant. Ja, das ist doch schön. Ja, das gefällt mir. Aber es ist halt... Es ist halt nicht mehr symmetrisch. Das redet mich gerade so tierisch auf. Ja. Net ist back. Dieb, lass dir auch was einfallen. Wer hat was geklaut? Wer klaut? Oh, du besitzt sogar mittlerweile eine Schulette. Oho. Oho. Die kann man sogar reingehen. Mr. Troll, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Jetzt geh dich bitte waschen danach. Mann. Oh, Mann. Ja, so ist es richtig. Jetzt hast du das Klo, was du nach Baden hast. Das ist so ein typisches Klo, ne? Erstmal steigt man rein. So, bitte sehr. Kann man hier nicht mal in Ruhe ein Bad nehmen? Ich nehme hier ein kleines Mini-Bad. So, hier kann man auch einfach laufen lassen. Das ist da bei dir, Mr. Troll, nicht erlaubt. So, und jetzt... Nervan, das... Nee? Das ist mit den Spannern. Mit den Spannern. Ich gehe lieber mal. So, ich muss nicht kurz waschen. Oh, ja. Ja, aber Fragejagd, das Wasser da drin wird nicht ausgewechselt. Jetzt hast du da ewig Toilettenwasser am Baden zu machen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das verdünnt sich. Ah. Ah, das verdünnt sich. Ick it. Ja, man schwitzt da einfach rein, weil es so heiß ist und dann kommt immer Wasser dazu und dann verdünnt sich das mal mehr. Dieb, lass dir auch was einfallen. Was? Das liest du jetzt erst? Hä? Das hätte... Oh! 100 Stunden zu spät. 100 Stunden. Oh, tatsächlich. Ja, Schande über mich. Oh Mann. Schande. 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 Ja, schlimm. Das ist... Nee. Ich glaube, wenn es mein eigener wäre, okay. Oh, Stella ist hier beim Bad nicht mehr aufzuhalten, ne? Das ist ja cool. Also meine Wohnung besteht aus einem großen Badezimmer und einem Schlafzimmer. Was willst du mehr? Er wollte eine Mauer abbauen. Also ich wollte die Bauer... Ich finde sie interessant. Ich finde die auch gut gemacht. Nur ich weiß nicht genau, wie ich es klauen soll. Ich weiß es nicht. Also kann ich es nicht klauen. Was willst du denn klauen? Ja, unten die Mauer. Ich fand das unten schön. Die Wand fand ich schön. Und zwar war das einfach... Ich glaube so im Hintergrund mit dunklem Holz und davor dann halt mit Quarz. So ein bisschen umrandet das Ganze. Das sah echt schön aus. Schön plastisch und nice. Aber das kriege ich hier glaube ich nicht hin. Jetzt habe ich ja auch weiße Wände und keine dunklen. Also die Idee wäre gut gewesen, aber... Naja. Ich bin auf... Ach da! Tatsächlich! Ich bin auf zu vielen Diskurs. Ich habe deinen schon wieder komplett vergessen. Was hast du vergessen? Trollverlässer müde. Discords. Discord. Ich habe gerade die Nachricht halt im Chat gesehen und dachte ich so, hä, bin ich schon frei als Discord? Ja, bin ich. Sicher bist du. Bist du Discord. Ja, ich habe so viele. Das ist Wahnsinn. Ja, ich mittlerweile auch. Jeder macht einen Discord-Server auf und man wird überall eingeladen. Man geht natürlich mal vor und guckt mal und sagt hallo. Das ist ja schick. Ja, ich meine, Buddy hat mich auch auf seinen Discord eingeladen und ich bin noch nicht bei ihm getreten. Ja, ich bin schon. Ich bin schon bei Walli. Äh, ja, okay. Hast du mich überredet? Ich bin bei Schlumpf. Oh! Ich bin bei Bloody. Ich bin bei Shiro. Ist abgelaufen. Hatte dich vor Tagen eingeladen. Shiro! So gemein. Nein, am Dienstag. Stella wirft hier immer so Sachen hin. Soll ich die aufsammeln? Ist das der Punkt? Ich habe sie mal eingesammelt. Ganz vorsichtig. Dieb! Auf Bewahrungsfreier. Weißt du, aber Freyagd, du bist echt schuld, ne? Ja, ich habe die Urschuld. Ich wollte heute Abend eigentlich auch noch mal ein bisschen streamen. Dann habe ich dich ja mal streamen gesehen. Jetzt will ich nicht mehr streamen. Jetzt habe ich deinen Stream gesehen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Streams. Das ist ja... Ne, weil ich habe... Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ich glaube, ich stream dann morgen früh vor der Arbeit, wenn ich jetzt nicht machen werde. So, hier, erst mal Kuchen. Kuchen! Kuchen. Nam, nam, nam. Sehr, sehr lecker. Ja, ja. Mit Liebe aus dem Regal geholt. Das glauben wir dir auch sofort, ne? Aber wie lange lag er denn in dem Regal? Ach, das ist so fertig, Kuchen. Der hält ewig. Hast du meinen Kopf abgebaut? Aufgezogen. Siehst gut aus, Jiro. Mein Schrajak. Ich halte mich für was Besseres. Na, natürlich. So, alles klar. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt geht's ab. Komm, wir holen die mal da oben weg. Ich glaube, das vergiftet die Stimmung hier, wenn ich mein eigenes Konterfei irgendwo aufhänge. Ach so. Magst du ihn behalten? Echt? Ja. Wuhu. Juhu, sie hat meinen Kopf. Ja. Und jetzt möchte ich deinen. Oh Gott. Mami. Ach komm, nur ein kleines Stückchen von deinem Kopf. Wollen wir ihn schubsen? Geht das? Warte. Ja, indem man jetzt den Weg abschneidet. Oh Gott, lauf, Junge, lauf. Das Jiro kommt online, Jiro. Nein. Nein. Springst du unten noch ganz unten auf diesen... Ich weiß nicht, ist da unten überhaupt irgendwas? Ja, aber Korken... Mr. Troll fiel aus der Große. Oh Mann, Alter, du wolltest ja jetzt nicht da hinterher und bist einfach runtergefallen. Das ist nicht Mr. Troll, was? Nein, nein. Ich war woanders, ich war woanders. Ach so. Das stinkt hier. Ich hab ihn so nervös gemacht. Okay, was geht bei euch beiden hier? Was läuft hier? Ein Mordkomplott? Nein. Das ist mein Korken. Das ist die nächste Charge ja gleich. Okay, ich mach das, was ich eben gebaut hab, wieder weg. Das ist voll hässlich. Oh Mann. Ach guck hier, Stela sieht jetzt aus der Jiro. Oh, wunderschön. Oh, Stela, du siehst ziemlich fettig aus und müde. Oh, nee. Oh, das ist ihr Korken. Oh, nein, natürlich. Oh, ihr seht. Wen wollt ihr umbringen? Ich weiß nicht. Irgendjemand ist gestorben. Und wir stellen keine Fragen mehr. Was mach ich denn jetzt mit dem Kram hier? Ich könnte sowas machen, ja? Sowas. Wie er jetzt mal reinguckt. Was ist im Bad los? Oh diese Spanner. So, Troll ist für die nächste Stunde beschäftigt. Ich hab's ja voll ganz so spart. Eigentlich hab ich das nur hingestellt, damit er was zu tun hat. Das ist irgendwie interessant, aber auch nicht wirklich hübsch. Ich mach mal so einen Moment. Das geht ja auch. Sehr schön da unten raus. Er sucht den geheimen Code, irgendwie eine geheime Stellung oder so von den Dingern. Dass dann irgendeine Geheimtür aufgeht. Aber das wäre schon eine coole Sache. Das stimmt. Ich hab auch irgendwie keine richtigen... Schild Ercheated. Ich hab Schild Ercheated aufgesammelt. Kann man damit irgendwas Besonderes machen? Guck mal hier, das ist Schild Ercheated. Du kriegst auch eins, Mr. Troll. Ich hab zwei. Ich hab's nicht gebrochen. Guck mal hier. Ja, war meins. Ja, aber warum steht der Ercheated? Weil ich weiß kein kleines Ercheated. Weil das sind die von Mods und Administratoren. Die sind Sonderhafte. Die wollten mehr ihre eigenen Kramer. Wollt ihr noch eins? Die sind bestimmt was wert. Weil da Ercheated dran steht. Das sind Sammlerobjekte. Ach, weil's per Commander kommen ist. Modkit. Ah, cool. Freyag? Ja? Du kannst in dein eigenes Bad nicht mehr rein. Ja, so ist besser. So ist besser. Oben hätt sich's jetzt schön und gefunden, aber... Mein Arme ist bespaßes Glas. Also er schiebt die Schilder. Also das heißen, die Mods bauen nicht richtig. Wir schieben sich in halt. Tja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Yeah. So, das heißt, dein ganzes Baden-Zimmer ist erschietet. Ich brauch die halt zum Arbeiten. Natürlich, Silber. Ja, schon verständlich. Natürlich. Ich will jetzt auch bauen. Hab ich nicht gerade? Ich bin blind. Hab ich das nicht gerade? Ich glaub, ich hab's nicht. Ja. So, okay. Soll ich dir jetzt verneinen oder lieber bestätigen, Freyag? Du kannst ja hier mal gucken. Du kleine vorlaute Schiro. Komm her. Du hast dich doch hier dran gestört, dass das irgendwie nicht symmetrisch ist. Wenn man jetzt hier nochmal so ein Konstrukt dran packt, nicht? Dann haben wir nämlich die Symmetrie. Und wir haben hier noch ein bisschen mehr Tiefe. Genau. Ich denk doch nur an dich. Und dann bauen wir hier noch irgendwas mit Lichtern oder irgendeine Installation. Irgendwas ganz Schickes, Feines. Und dann hab ich auch mein Ding von unten geklaut. Aber innovativ verändert. Also alle sind glücklich. Wir sind alle mehr als glücklich. Und Kuchen. Ich brauch' noch ein paar. Schwarzeichen-Treppel. Why? Was? Warum? Es ist künstlerisch wertvoll. Das kommt von mir, ne? Ja, man muss halt mal ausprobieren. Ist okay. Komm her. So. Und dann, weiß nicht. Oben noch Slaps hin oder eher nicht. Oder so lassen einfach. Und dann vielleicht... Man sieht's ja dann auch im Bad, wenn wir das hier machen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Stela wird mir jetzt den Kopf abreißen, wenn ich mich plötzlich hier durch die Wand buddel. Hallo? Ah, ja, okay. Das könnte passen. Ist doch gerade gar nicht mehr da, oder? Ah, okay. So. Und dann vielleicht da? Ja. So, und hier jetzt irgendwas anderes reinzimmern. Willkommen, Scree auf Adania. Tja, was könnte man da jetzt reinflanschen, ne? Was irgendwie... Ich wollte gerade sagen, du bist hier kein Glas. Ja, Glas ist dann irgendwann auch zu Matsch, ne? Aber vielleicht... Nee, ich meine... Ich meine nur, weil sonst kann man die jetzt beim Bahn beobachten. Kann man doch eh schon, das andere. Also... Also wenn man hier in der Wohnung ist, dann ist das in Ordnung. Also wer hier mit mir in der Wohnung ist, darf mir auch zugucken, wie ich da am Baden bin. So geht's nicht. Also reinkommen tue ich über die Falltüren auch, aber rauskommen tue ich nicht mehr. Ich weiß. Reinkommen, aber kommst nicht mehr raus? Muss man sich... Ja. Hier, warte, so. Jetzt machen wir auf. Das ist ja... Cool. So, jetzt geh raus. Das ist es. Geil, oder? Ja, das ist interessant. One-Way. Interessant. Das könnte... Da könnte man ein Rätsel draus machen oder so. So ein Escape Room. Merken wir uns für Summertime. Merken wir uns für Summertime. Das wäre ein super Eingang für Escape Rooms. Ja, irgendwie sowas. Das ist eine gute Idee eigentlich. Das finde ich schön. Ja. So reinkommen kann man über die Tür, aber halt rauskommen, muss über das Rätsel. Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, Qubi steht hier nur und isst Kuchen. Moment, Moment. Das ist doch ein Wachstum. Wer braucht das? Der isst ohne Miss Kuchen? Hallo? Ja. Köstlichen Kuchen. Kann nicht essen. Oh, er kann nicht essen. Naja, du darfst ja nicht. Richtig, du darfst ja gar nicht. Oh, Mann. Das ist der Zerstörer und Verneigend. Entschuldigung. Oh, armer Qubi. So, das ist jetzt wie so ein Gemälde. Das ist ganz komisch, aber du kannst ja dran riechen. Qubi, du kannst ein bisschen dran riechen. Der ist ganz großartig. Boah, das ist böse. Boah, Stella. Sieht das gut aus, was ich da gemacht habe? Oder die Shiro-Stella. Oh, Papi hat schon. Stellario. Sheila. Was? Ja, Kombination aus euren Namen. Ich bin zu kacke dafür. Für was? Für was? Warum hat sich jetzt gerade das geöffnet? Aber Shiro, ich muss ehrlich sagen, ja, einer von meinen Bots, ne? Also von meinen Bots, von den Bots, die bei mir irgendwie einfach da sind. Den Namen finde ich so echt, echt Banan-Nan. Ich weiß nicht, der Name hat es mir angetan. Ich weiß nicht, warum. Finde ich ganz cool. Banan-Nan. Äh, das ist, das, ja, kenne ich auch. Ja, das ist ein Bot, Banan-Nan. Der ist irgendwie immer da. Aber ich finde den Namen richtig. Ne, weil ich habe, ich habe zum Beispiel bei mir, das ist ganz, ganz, ganz kurios, einmal den Bot und ich habe einen Zuschauer, der heißt Banan-Nan. Banan-Nan? Banan-Nan? mache, dann so ist... Ja, wunderschön, nicht wahr? Ach, lassen wir es einfach mal so und kommt man da überhaupt... Klar, das sind drei Blöcke hoch, ja. Hier die Türe, ich weiß es nicht. Das, was ich eben eigentlich versuchen wollte, war sowas hier, aber das ist doch alles doof. Er ist alles in der Gilde, ich. Wir sind alle in der Gilde, wir wurden einfach gezwungen. Ich bin seit meinem ersten Tag auf dem Server hier in der Gilde. Ich konnte mich ein Jahr zurückhalten, bis Shiro hierhin kam und dann das große Gilden-Hopping anfing und dann mussten wir alle in der Gilde plötzlich dann... Shiro? Ja, so ist das halt, so ist das. Das war... Ich bin schuld, ja. Nein, nein, aber sagen wir es mal so, du bist nicht ganz dran unschuldig, ne? Also ich würde jetzt nicht von Schuld sprechen, aber von fehlender Unschuld. Also Kyuubi, es ist kein Muss in der Gilde zu sein, ich hab jetzt auch nicht großartig was davon, dass ich in der Gilde bin. Also wenn Ikidara jetzt wirklich noch wach wäre und zuhören würde, hättest du wahrscheinlich jetzt schon eine Einladung. In Unsinn. Ja, Ikidara ist nicht da. Er ist nicht da. Er ist wahrscheinlich dabei eingepennt. Er ist aber, er ist eigentlich noch, offiziell ist er hier gerade noch im Stream und, äh, und, äh, weiß nicht, ist vielleicht nur eingeschlafen, ja. Das kann sein. Mann, ist das cool. Ist das cool. Das wird schön, Stella, das wird schön. So. Das sieht kacke aus. Ich muss es wegmachen, ich kann einfach nicht. Ah, ich ertrag's nicht. Es ist nicht schön. Ja, hier oben diese... Ich hatte hier oben die... Die Falltüren. Äh, die einzig wahre Gilde ist die von Bardi. Also diese, diese, diese Bardiismus, der ist ganz schön verbreitet hier, oder? Diese Gilde ist doch mehr Religion als alles andere. Pst. Geil, ich werde sein Name und sein Reich komme. Oh Gott. Bardi ist willig geschehen. Wie so gebetsmüdenartig sofort, äh, anfängt so... Die Gilde von Bardi ist ganz großartig. Man wird da auch nicht Gehirn gewaschen. Wir sind alle freiwillig hier. Wir sind alle freiwillig. Freiwillig. Dravan, dravan, dravan. No. Oh, nur noch ein kleines Stückchen Kuchen da. So ein Streifen. Oh. War der köstlich. Hübsch. Hübsch. Gleicher Kuchen. Na, wo, wo, wo ist der hin? Hast du eingeabt mit Shiro und dann war der Kuchen weg? Ach, war eh nur noch ein kleines Stückchen. Dass der nicht umfällt. Ja, das ist wahr. Shiro, Shiro hat gesehen, er fällt um und hat ganz schnell so rum. Hat ihn aufgefangen. Mit dem Mund aufgefangen. Mjam, mjam. Wollte nicht, dass er verkommt. War aber auch köstlich, ne? Mh. War aber auch gut. Hast du sehr, sehr gut aufbewahrt, die alle Jahre. Das Beste hebe ich, wie so einen guten Wein halt, Ewigkeiten auf, ne? Und so ein guter Kuchen. Der braucht einfach seine 20 Jahre. Okay, Freyag, jetzt hast du die Chance. Hast du Buddy was zu sagen? Hört Buddy zu? Nein, ich schreibe gerade mit ihm. Er liegt schon im Bett. Sag ihm schönen Gruß. Schöne Grüße von Freyag. Er findet dich so gut. Du lügst, Shiro, du lügst. Alles kalt gelogen. Verrottetes Fleisch sieht aus wie Kotze. In meinem Texture-Pack ja, ne? Irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube generell in allen Texture-Packs wird es immer so ein bisschen kotzig dargestellt. So grün, schimmelig, kotzig. So was, alle angeblich einer Gehirnwäsche unterzogen. Oh Mann. Ja, so ein kleiner Denunziant hier. Aber ich muss doch meinem Führer... Nein, das ist genau falsch. Meinen Führer. Nein, das ist nicht falsch. Ja? Ähm, stopp, nein. Ich muss doch dem Priester sagen, was hier los ist. Oh Mann. Das klang einfach falsch. Dem Schweinepriester. Ich muss dem Schweinepriester doch sagen, was Sache ist. Also Leute, um klarzustellen, ich hab nichts mit irgendwelchen Leuten. Sind es am Hut, ne? Freundlich mit mir. Jetzt habt ihr gar nichts mehr Zeit gelesen. Oh mein Gott. Was? Ja, was? Kuchen nicht an Kacke? Die Gilde gleich geil. Ich leite den Erfolg. Ach, das ist doch mein Spaß. Ach, das hat ja schon ein paar Einladungen. Ja, das geht schnell hier, ne? Wenn man mal sagt, ich will eine Gilde oder so, dann wirst du überhäuft damit. Nee, man muss nicht mal sagen, dass man eine Gilde will. Man muss einfach nur sagen, es gibt Gilde, aber ich bin noch keiner Gilde. Irgendwie sowas. Irgend so ein Wort sagen, was wie Gilde klingt oder so, ja. Ja, ja, Shiro, die Wilde. Zack, vier Einladungen. Hast du für viele gesagt. Ja, du hast doch sowas gesagt wie Gilde. Merkst du eigentlich, dass sich schon jemand aufgibt? Wer gibt denn hier auf? Wer gibt denn hier auf? Der Troll? Ja, der geht jetzt auf. Ja, der Troll ist mühe und geht jetzt aber auch ins Bett. Ich hab noch gar nichts dazu gesagt. Ja, das war eine kleine Tolle ausschlafen. Kyuvi, genau so sieht's aus. Das geht ganz schnell. Sei ein bisschen aktiv und dann wirst du hier eingegildet. Alles kalt. Aber dann wünsche ich dir eine wunderschöne Gute Nacht, dieses Troll. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Ja, schlafen. Gute Nacht. Auch an alle Zuschauer. So, ich hol helles Holz. Ich geh helles Holz holen. Der ist ja weg. Ich brauch helles Holz. Ja, Kyuvi, so ist das, ne? Ich könnte noch mehr... Oh, warte, ich könnte noch was anderes holen. Hatte ich den nicht noch? Hatte ich den nicht noch? War da nicht noch? Ist da nicht noch? Was kann ich denn jetzt machen? Ja, das weiß ich nicht, Kyuvi. Ach, ich bin ein Trotteln. Homebed, home Levi. Ach, in 5 Sekunden wieder möglich. Boah, dieses... Dieses Adania-System. Mensch. Ich will mich doch nur behalten. 5 Sekunden, was mach ich denn so lang? Ich schau mal hier rein und... Das nehm ich mit. Und, ähm, nein. Doch. Huch. Ja, hier ist Boardband. Ich. Da setz ich noch einen Spawnpunkt. Ja, muss ich mal machen, ne? Also hier gibt's jetzt Melone für alle. Haut rein. Das ist nicht echt. Das ist voll echt. Was redest du denn da? So, hier noch. Das ist Plastik. Plastik. Du magst nur keine Melone essen. Du tust so, aber du isst sie gar nicht wirklich. Hier ist Kuchen. Das ist... Ja? Ungesund und gesund. Ich würde dir raten, gesund zu essen. Hier ist natürlich ungesund. Ja, aber es ist Plastik. Such dir etwas aus und iss. Ja? Und tu nicht so, als könntest du das nicht essen, weil es angeblich nicht echt wäre. Das ist Plastik. Genau wie der Kuchen ist auch Plastik. Du bist Plastik. Der Kuchen... Guck mal hier. Nom, nom, nom. Ich hab davon gegessen. Ey, das ist ungesund, Frage. Ja, aber nur, um es dir zu beweisen. Ich weiß, dass es ungesund ist. Ich esse natürlich gleich Melone, aber jetzt bin ich satt. Sonst hätte ich jetzt Melone gegessen. Jetzt musst du Melone essen. Komm, enttäusch mich nicht. Jetzt nicht. Das ist das. Das gibt's doch gar nicht. Was, Buddy? Kann ich für... Buddy? Ach, da ist Buddy. Ja. Hey, Buddy. Du bist so leise. Du bist immer leise, Buddy. Ich muss dich mal lauter machen, glaube ich. Jetzt redet er nicht mehr. Buddy. Ja, Buddy. Wie mache ich dir... Ach, da mal. Bin ich schrecken. So, sag nochmal was. Warte. So. Hi. Ich frag mich gerade, warum ich hier in Raum 7 meine Kamera reinschalten kann. Keine Ahnung. Mach sie schnell wieder aus. Fantastic. Ist jemand gestorben oder ist er einfach nur irgendwie... Ich glaub, Stella arbeitet. Also, jemand ist gestorben, ja. Ja, guck mal rein. Da liegen tausend Sachen. Das sieht so aus, als wäre Stella gestorben. Du kannst einsammeln gehen, Freyag. Nein, nein, nein. Ich bin, ich bin, ich bin voll. Ich bin mal kurz unten in Raum 8. Okay. Ganz alleine. Ganz alleine in Raum 8. Ach. Ich dachte mal, Buddy, wer braucht denn Sachen? Ist ja witzig. Was denn? Ist auch interessant. Geht das auch? Gubi will einsammeln, ist aber selber auch schon voll. Mist, Gubi. Schnell zurück und wieder her. Was war denn? Geht das da unten auch, Buddy? Buddy, ist online. Du kannst da die Cam anmachen und dann Cam streamen über Discord? Irgendwie jetzt gerade so schon. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen erstaunt. Und ja, ich war gerade im Bett, aber irgendwie war ich nicht mehr müde genug. Scheiße, ich hätte die anschreiben sollen. Du musst einfach meinen Stream anmachen. Mir wird nachgesagt, dass meine Stimme mega einschläfernd wirkt. Das wirkt bei mir nicht. Deswegen bin ich so müde geworden, seit ich das war. Voller Motivation, ja? Und dann hörst du meine Stimme und boing. Ein tiefes Tiefel. Ich hab Monkey Island 2 durchgespielt, also... Bist du durch, ja? Hast du durch? Ja. Ja. Ich darf mich halt nicht spoilern, ich will's ja auch noch spielen. Also ich hab's ja schon mal gespielt vor Jahren, aber... Ich will's ja noch mal jetzt... Ich hab's mir ja schon zurechtgelegt, auch irgendwann für einen Stream. Tja, irgendwann. Kleiner Spoiler, es tauchen Affen auf. Aber Cela, es ist ja nicht von dir, dass du überhaupt was getan hast. Das sieht doch schon total geil aus. Was hast du gerade gesagt, Buddy? Ich hab gesagt, Kleiner Spoiler, es tauchen Affen auf. Aus. Ach, verdammt, jetzt brauch ich's nicht mehr spielen, jetzt weiß ich's ja. Feuer! Guck auf den Chat und antworte. Ich antworte. So, wer noch Items braucht, Inventar ist voll. Bin fertig, könnt ihr noch einen Blumentopf hinsetzen. Also gibt noch kleine Sachen, die man machen kann. Aber dazu hab ich jetzt keine Zeit mehr. Upsi, sag dir, wie toll das aussieht, du bedankt dich. Es sieht voll toll aus, nee, ohne Scheiß. Sieht gut aus, gefällt mir. Guck mal hier. Mann, und ich muss mir so Bubble-Blöcke besorgen, dann mach ich mir hier Bubbles hin. Oh Gott, auf einmal hat Buddy auch getaucht. Genau neben dir soll mein Buddy jetzt feiern. Komm, Buddy, ja? Gemeinsam ein bisschen Baden? Sag mal... Das kannst du dir nicht leisten, Süßer. Vielleicht kann ich mir doch leisten. Hier ist ein Steak. Da ist ein Steak. Was tragt ihr eigentlich alle immer Rüstung? Ja, Safety at Furrensuche. Alles klar, Steak. Dann gut ist Nächtle. Schlaf gut. Nach, Steak. Und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig schön. Zum Glück hab ich in der Rüstung, aber es wäre jetzt hier vom Haus gefallen. Sind wir denn hier eigentlich? Ist das dieses unnütze Gebäude, von dem ich schon so oft gehört habe? Der Tower? Ja, ein weiteres unnützes Gebäude, was aber gut aussieht. Und gar nicht so unnütz ist, wie du siehst. Martin, schau mal dein Inventar. Ich hab ja mein Inventar, hab ich... Ich weiß es nicht. Was hab ich denn? Ja, Steak meinte, du sollst reingucken. Ah, stimmt, ich hab einen Kopf von dir. Ich hab deinen Kopf. Zeig ihn mir. Hallo. Hallo. Ich bin die Shiro. Und ich bin der tolle Freier. Ich bin jetzt nicht bei Daylight. Ich bin weg. Juhu. Und was ist jetzt, wenn man was Vernünftiges? Yay. Muss ich nicht fragen, um meinen Kopf zu bekommen? Nein, nein, du musst gar nicht. Buddy hat die... Hallo. Buddy. Hallo, ich bin Shiro. Ey. Einfach einen Mod fragen, sagt Steela nochmal. Einfach Mod fragen. Komm, du kannst deinen Kopf haben. Aber dein Kopf steht mir echt gut, ne? Muss man mal dazu sagen. Hallo. Einfach eine Mod fragen. Einfach Buddy fragen, übrigens. Der ist ja auch Mod. Oder Steela. Oder wie auch immer. Aber Steela ist ja nicht mehr da. So, in deinem Inventar hast du jetzt wahrscheinlich noch einen Kopf oder so. Jetzt bin ich über... Nee, ich schätze mal den Kyuubi. Ich schätze mal den Kyuubi. Ach so, ach so. Ach, Kyuubi hast du auch. Okay. Ach, das mein... Ah, ja. Okay, ich verstehe. Er hat die ganze Zeit gefragt, wie er an seinen Kopf kommt. Ja, jetzt hat er seinen Kopf. Bis denn. Jo, bis denn, Steela. Bis denn. Cheerio. Weißt du, wir machen das auch ganz, ganz praktisch, ne? Wir haben immer einen Mod an der Hand. Jetzt, wo Steela weg ist, haben wir Buddy aus dem Bett geschubst. Ja, genau. Der ist nicht aus dem Bett geschubst worden, der ist aus dem Bett geflogen. Von selbst. Ja. Er hat's geahnt, ja. Er hat's gewittert, dass ich gleich Hilfe brauche. Und dann... Irgendwie hat er heimlich zugehört und hat dann... Also als er gehört hat, dass Kyuubi noch keiner Gilde ist, ist er eigentlich dabei aufzustehen. Wer ist denn noch keine Gilde? Lauf, Kyuubi. Lauf. Geil. Lass mich an, hast du dir eigentlich ausgehauen. Du verrückter, sagst du doch hier, oh Gott. Spring hier runter, ist dein einziger Ausweg. Ich kann dich zurück teleportieren. Ja, Buddy holt dich immer wieder zurück. Egal, was du tust, das war's. Selbstmord, vergiss es. Er hat seine Angst gerochen, das war's, du bist durch. So, wir gehen jetzt alle mal rüber auf den Events her und spielen dritte Runde Mörder im Dorf. Event. Das macht dir bestimmt Spaß. Das ist doch genau Dead by Daylight. Hä? Ich hab's aber nicht gespielt. Geste, das ist genau dein Ding. Naja, Mörder im Dorf ist nicht interessant, als Dead by Daylight, nur dass du nichts siehst. Genau. Man muss sich verstecken in einem Dorf, was mit völliger Dunkelheit und einer ist der Mörder und der muss dich suchen. Und du hast so ne Angst, du verkauerst dich dann in so ne Ecke und hoffst, dass er dich nicht sieht und irgendwann steht er plötzlich vor dir und dein Herz pocht ganz dolle. Und dann hast du plötzlich ne nasse Hose. Ja, das ist die Buddy-Welsen. Dann hat die in Wasser geschubst. Ja, es ist auf jeden Fall super gruselig. Sehr merkwürdige Beschreibung von einem Spiel, muss ich mal. Ja, das ist ja hier, das ist schön. Weißt du, Freyag, weißt du, was ich davon halte? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich seh dich doch noch. Red dich um? Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Red dich um? Ja, hier so, besser. Du, na, du bist dein Herz, Freyag. Also, ich, ich schau hier, ich seh dich nicht, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, komm, komm, komm. Ja, ich komm. Weißt du was? Punch. Punch. Ja, genau, ich hol dir noch ein, um uns hier das Spiel umstellen, damit das Spiel auch auf den Kopfhörern ist, weil Mörder im Dorf nicht auf den Kopfhörern zu haben ist, wie, ja, Dead by Daylight taub zu spielen. Eine doofe Idee. Ja, immer gut. Vor allem, wenn man einen Killer spielt. Du bist für Weihwein von Göln, Boris. Nyao. Nyao, so. Braucht man dafür auch wieder leeres Inventar? Nein, du kommst sowieso drüben auf den Eventserver. Kann sein, das ist doch drüben. Das hab ich doch mittlerweile sogar gescheckt, dass Eventserver heißt, ein anderes Inventar. Ich ignoriere es einfach, ich weiß so Sachen einfach nicht. Und wenn ich sie jetzt weiß, dann vergesse ich sie ganz schnell wieder. Na, Event. Wie wechsle ich jetzt den Server? Slash Event. Oder Slash Event. Slash Event ist auch eine Möglichkeit. Und nimmt die anderen gleich mit. Alle, die hier mithören, kommt auf den Eventserver. Slash Event. Oder ich baruliere. Ja. Bananen. Ab auf Slash Event. Mein guter Bananen. Mein Lieblingsbot. Das ist übrigens der einzige, den ich, glaube ich, nicht gesperrt habe. Ach. Für Tollis, glaube ich. Obwohl, ich habe ihn nur reduziert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der ist diese Banananen? Irgend so ein Bot. Einfach irgendein Bot. Aber ich finde den Namen so putzig, muss ich ehrlich sagen. Finde ich sau süß. Bananen. Bananana. Toll, ist weg. Ich bin jetzt in Befragung schon Affiliate. Also als offizieller, hochoffiziell. So, cool. Mir fehlen dafür noch drei Follower. Es waren mal nur zwei und plötzlich sind es wieder drei. Echt, mir fehlen die Follower dafür? Ja, mir fehlen drei Follower. Das musst du dir mal geben, Alter. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich angestellt habe, dass ich tatsächlich hier 53 Follower habe. Ich habe keine Ahnung. Du bist einfach besser, Buddy. Du bist, du bist, du bist einfach. Das ist völliger Quatsch. Und du machst auch Webcam. Ja, okay. Ja, außerdem streamst du doch coole Spiele. Und du streamst oft. Also das sind alles gute Sachen. Muss man echt mal, muss man einfach sagen. Und du bist doch unterhaltsam. Du hast es verdient, Buddy. Also spendest du mir 50 Euro. Das ist aber lieb von dir. Danke. Genau das ist die zwingende Konsequenz aus dem, was ich gerade gesagt habe. Du hast es erkannt. Ach. Ja, wir spielen jetzt hier Pflanzenhüpfen. Nee, bei dem Dorf geht nur vier Leuten. Besser spät als nie. Das sagst du was. Das ist wahr. So. Magst du mitmachen, Avirus? Ein bisschen Mörder im Dorf spielen. Wir zeigen jetzt Shiro mal, wie das Ganze geht. Und ja, im Endeffekt prügeln wir alle nur auf Shiro ein oder so. Irgendwie sowas. Natürlich nicht. Du hast es übrigens die Fragen immer falsch formuliert. Das heißt nicht, möchtest du mitspielen, sondern du spielst mit. Ja, du bist dabei, ne? Du bist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Ich schaue Sie, Avirus. Danke, aber ich hau mich gleich hin. Ach. Na komm, dann lass uns ruhig zu dritt mal machen, oder? Geht das zu dritt? Nein, zu dritt geht das leider nicht. Ach, buh. Buh. Wir brauchen noch einen. Aber wir können zu dritt nichts mehr spielen. Qubi, komm schon, Qubi. Qubi, wenn du noch zuhörst. Qubi kann dann nur ruhig hier auf den Server kommen. Discord Raum sieben. Ja, das geht auch, ne? Discord, Adania. Musst nur Ausrufezeichen Adania in meinem Chat hier eingeben. Dann siehst du auch den Discord-Link. Ganz simpel und einfach. Für die Leute, die noch nicht genügend Server in ihrer Discord-Liste haben. Adania. Und auch meinen. Gerne. Haut rein. Alles rein. Apropos jetzt, wo ich ja gerade hier nicht mehr im Bett liege und so, ne? Im Chat ist es ein neuer, äh, im Event ist ein neuer Chat. Ja, wir sind auf einem anderen Server dann sozusagen. Das ist ja einfach eine andere Welt. Achso, okay. Er hat was geschrieben und das sehen wir nicht. Ah, du musst es hier auf Twitch in den Chat schreiben. Da sehen wir es immer. Guckt mal auf Discord und sagt mir bitte, ob ihr mich gerade sehen könnt. Was ich irgendwie komisch finde, dass wir was sehen. Also man sieht auf jeden Fall hier so ein Video-Symbol auf Raum 7, ne? Da ist echt so ein Video-Symbol. Stimmt, stimmt. Da ist so ein Symbol. Das ist jetzt kein Lautsprecher mehr, sondern so ein Symbol. Wenn ich dich anklicke, sehe ich... Und ich kann auch nicht mehr... Und ich kann auch nicht mehr auf den Raum draufdrücken. Faszinierend. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich seh dich nirgendwo und, ähm... Nee, aber ich kann halt den Raum nicht mehr anklingen. Warte mal kurz. Das ist ja abgefahren. Faszinierend. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich... Oh! Also Qubi Kostar will, dass du ihn nochmal einlädst. Ja. Er war zu langsam mit dem... Ja, ja. ...Annehmen. Genau, und ich wollte dich jetzt ja auch zu mir da gleich rüberschicken in den... Auf meinen Discord-Server. Was ich jetzt sofort mache. Jetzt. So. So, bin beigetreten. Jump, jump, jump. So, und ich mach jetzt daraus tatsächlich ein... ...Nurft-Up. Ja, hab ich bin beigetreten. Jump, 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 dadadadam, dam, dam. Jump, 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 dadadadam, dam, dam. Da ist er. Dann sind wir schon mal zu viert. Das ist gut. Cubemaster, du bist zum ersten Mal auf dem Event-Server, ne? Oder kommt die Meldung jedes Mal, wenn man ihn betritt? Willkommen. Da ist er mal bespannt. Ja, das ist cool. Wenn du es zum ersten Mal spielst, ist es echt gruselig. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Event-Server. Ja, also Cubi ist nicht G-spannt, sondern er wird B-spannt, ne? Mhm. Doch. Äh, was ist jetzt passiert? Ja, wir sind ja vier. Wir haben ja alle zu mir teleportiert. So, jetzt wird's übel. Jetzt wird's richtig übel. Wo bin ich? So. Cubi, wir werden ja der Teile geschickt. Das war's. Wir sind jetzt verraten. Mörder im Dorf. Ganz einfach erklärt. Wir sind vier Leute. Einer von uns ist der Mörder. Der Mörder jagt die anderen. Die anderen müssen sich verstecken. Die anderen haben keine Chance, sich irgendwie zu verteidigen. Sie müssen flüchten oder sich gut verstecken. Ja. Okay. Weil der Mörder hat die einzige Waffe und der killt dich sehr schnell. Das heißt, wenn er dich einmal hat, ist es übel. Also du musst wirklich dich gut verstecken. Hoffen, dass er nicht vorbeikommt. Und hoffen, dass er nicht Bari der Mörder ist. Ja, das sowieso. Weil wenn ich jetzt der Mörder bin, dann ist es total unfair. Das ist evil. Ihr meintet jetzt von wegen, um jetzt mal... Schlachthaus. Das ist sein Lieblingsmärk. Laufen. Haben wir jetzt ein normales Sichtfeld oder ist es für uns echt dunkler? Saudunk. Wir sind alle blind. Ja. Alle haben Blindness und du kannst nur... Auch ich. Aber wir hinterlassen Spuren, wenn wir laufen. Und dem kann erfolgen. Und er auch. Also auch wenn wir sneaken? Ja. Du hast quasi einen Teppich und unter diesem Teppich sind Redstone-Erze. Ja, macht das einen Unterschied, ob er schneller oder langsam läuft? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Das kannst du ja alles testen. Gleich. Und zwar jetzt. Okay. QB ist schon mal... Er ist Killer. Lauf, Jero. Hier gibt es auch Fallen, du kannst ja auch sterben. Indem du irgendwo runterfällst oder irgendein Scheiß. Ja, komm, ich verstecke mich einfach... Soll ich mich jetzt... Soll ich mich unfair verstecken oder soll ich mich fair verstecken? Fair. Fair ist am Anfang wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber andererseits möchte ich ja auch nicht sterben. Er möchte das schon. Oh. Kuss! Du kleine Mistkröte! Ja, ich bin gestorben. Oh, was? Schon? Nein. So, du bist in der Hölle gelandet oder was? In was bist du gestorben? Ich bin in Lava gefallen. Ich wollte versucht runterzugehen und konnte mich nicht festhalten. Oh Gott! Oh Gott, er hat mich... Oh Gott, oh Gott, geh weg! Oh Gott, geh weg! Erste Hunde und er gewinnt direkt. Oh Gott! Was ein Killer! Oh Mann! Aber da unten hättest du mich wahrscheinlich so schnell nicht gefunden. Hi. Hi Buddy. Oh Gott! Hast du Nachbarn? Ich frag für einen Freund. Ja, aber sie werden mich auch nicht streamen. Nee. Sie hatte meinen Nachbarn. Oh Gott. Ja, du hast die erste Runde gewonnen. Gratuliere. Nicht schlecht und gut. Sehr gut gewonnen. Hast zwar nur zwei gefunden, aber... Wenn ich so dämlich bin. Wenn ich so dämlich bin. Wenn ich so dämlich bin. Du hast die erste verdient. Hast zwei Stück gefunden. Oh Mann! Ach. Und weiter geht's. Ja, nächste Runde. Oh Mann. Es sind vier Spiele anwesend. Ein neues Spiel wird gestartet. Ohohohohohohohohoho! Chiro. Chiro. Allein deine Lache! Allee, jetzt hab ich Angst. Vorher war ich ziemlich chillig unterwegs, aber jetzt... Verssteckt euch! Ja? Ja? Weißt du, wo ich mich jetzt verstecken werde? Ich zeig's live im Stream. Moment. Nein, du wirst du nicht lassen. Nicht. Ich verstecke mich hier nämlich jetzt bei den Toiletten. Scheiße, da bin ich auch gerade. Geh weg. Ich höre euch nicht. Du wirst mich nicht stream-snipen. Auf andere Art und Weise. So, ich habe den Stream mal auch minimiert. Das wäre sonst echt unfair. Ach, ich habe mich letztens auch den Stream kurz angemacht, weil ich ihn nicht gefunden habe. Und ja, okay, es hat nicht funktioniert. Wo seid ihr? Da gehen Türen von alleine zu? Nein. Verdammt. Das ist so gruselig. Ich bin doch hochgekommen. Wer ist wo hochgekommen? Das ist unfair. Hey, komm, das ist Schummeln. Da kommt man doch nicht hoch. Nein, ich habe nicht geschummelt. Ist Buddy irgendwo oben? Komm, das ist unfair. Buddy, du bist einfach das Letzte, Buddy. Wie kannst du sowas machen? Und ich bin weg. Das macht man einfach nicht. Ich habe gerade den zweiten Ausgang benutzt. Hat Shiro es geschafft, da hochzukommen? Nein. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Du musst wohl morgen nochmal meinen Stream gucken und dann kann ich dir das zeigen. Also meine Aufzeichnung auf YouTube. Bei Minute 4 Stunden 15. Wir sollen uns nicht verstecken in diesem Spiel. Jetzt hör aber du auf. Natürlich, aber nicht so. Natürlich, alles ist alarmt. Hä? Hä? Kannst du sterben? Doch. Jetzt nicht. Okay. Aber ich muss nochmal sagen, Buddy, dein Bild ist richtig toll. Richtig toll geworden. Was Lady da gemacht hat. Danke, danke. Habe ich selbst gezeigt. Ich meine, hat Lady im Detail mal gezeigt. Habe ich selbst den Antwort gegeben. Aber Lady kann das echt gut, ne? Verdammt. Das ist richtig schön geworden. So in etwa hatte ich mir das am Anfang auch für meins vorgestellt, bevor ich dann auf die Idee kam, es selbst zu machen mit Photoshop und zwei Tage dran gesessen habe. Aber deins ist richtig toll. Ich bin richtig neidisch auf dein Bild. Das ist richtig toll. Da hast du was Feines. Ja, und das ist auch ganz dieser klassischen 0815. Ich habe dafür irgendjemanden bezahlt, Dinger. Also nicht dieses, ich habe dafür jemanden bezahlt, der das hauptsächlich macht, Dinger. Richtig. Sondern es ist ein Unikat. Es ist mit Liebe gemacht worden, ja. Weil wenn ich mir so manche YouTuber angucke, die haben teilweise das gleiche Profilbild von dem gleichen Zeichner. Kann es sein, dass man die eigenen Spuren auch ewig sieht? Jaja. Ich hatte das gleiche übrigens auch mit Oberlippenbart. Da sah ich dann ein bisschen aus wie Olli von Dr. Freud. Das fand ich mega witzig. Okay. Aber ich finde das Bild hier, ich habe es jetzt nicht in der größten Größe gesehen. Ich nur hier in Discord. Aber es passt schon zu dir. Es passt wirklich gut zu dir. Und dann noch die Katze dazu, was ja auch ein bisschen ein Markenzeichen ist. Er ist weg. Ich bin ja auch so nehmlich. Ich bin gerade wahrscheinlich weggegangen. Ja. Okay. Sag doch einfach, wenn du nicht mit mir reden willst. Sag es doch einfach. Unglaublich, Wally. Unglaublich. Okay. Wann endet die Runde? Wenn ich euch gefunden habe? Oder gibt es ein Zeitlimit? Ich glaube 10 Minuten. Sieht man die irgendwo? Die werden immer mal wieder eingeblendet, glaube ich. Weiß nicht. Noch nicht. Kann man sich auch unfair verstecken. Ja, wenn du meinen Stream schaust, dann weißt du, dass ja. Ich habe echt jetzt? Du hast mich jetzt nicht total unfair versteckt. Nein, 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 nein. Wenn du meinen Stream schaust, dann nein. Kleiner Tipp, Giro. Du kannst, wenn du dich in Türen reinstellst, auf Türen raufhüpfen. Ja, aber ich wollte euch denn wissen, wo man da hinkann überall. Weil ich kenne die ganzen Maps nicht. Hast du gerade gesehen, wo ich da hinkomme, wenn du auf eine Tür drauf springst? Oh, Mann. Von daher bin ich sehr froh, dass du das vorher nicht gekonnt hast, weil dann hätte ich jetzt sonst größere Probleme gehabt. Also ich habe das Gefühl, ich war schon überall, ne? Nein, du warst doch nicht überall. Entschuldigung war ich nicht überall, weil ich noch kein Gebot haben wollte. Also bei mir warst du schon, bei mir warst du schon. Wisst ihr, es bleiben noch fünf Minuten. Du bist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, wo Freyag steckt. Er steckt in der Dunkelheit. Ist das jetzt sein Ernst? Ja, das Schöne an diesem Spiel ist wirklich, man kann sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen. Man muss nicht rumlaufen, gar nichts machen. Genau, im Schlachthaus. Das ist der Tipp. Ich bin im Schlachthaus hier oben. Das große Problem ist, bei diesem Spiel ist es durchaus von Vorteil, wenn man ein gutes räumisches Denkvermögen hat, was ich nicht besitze. Also ich laufe teilweise zweimal die gleiche Strecke und ich merke es nicht. Ja, das geht uns allen so. Das ist völlig normal hier. Nee, aber das habe ich überall. Das ist nicht nur wegen mir. Das ist auch bei Helligkeit habe ich das. Alles klar, Virus. Dann schlaf gut und morgen geht es das Ganze dann auch um das Symptom. Guck mal, jetzt wird das Ganze hier. Echt normal? Ja, es ist normal. Also ich habe die Karte ja auch manchmal jetzt schon wirklich mit normalem Licht sehen können, ohne diese Blindheit. Und die Karte ist eigentlich ziemlich logisch aufgebaut und sehr einfach. Wenn man es einmal so sieht, ist es gut. Aber in dieser Dunkelheit, wenn man echt überhaupt keine Vorstellungen davon hat, das ist wirklich schwer. Das ist ja auch lustig, den Raum, wo ich mich eben gerade drin versteckt habe. Wer denn? Alter, wach rum denn? Und dann mal mit so einem Drachenkopf. Hast du dich erschreckt? Ich, nicht wirklich, aber es war etwas komisch. Es war komisch. Ich kann mir mal bedenken, dass hier einfach zwei Leute sich noch verstecken. Ja. Wenn ich keinen von beiden finde. Mann, hier war ich schon zehnmal! Ja, du lernst die Map auch. Du hast ja vermutlich auch in Dependent nicht alles sofort gewusst, oder? In Dependent sehe ich aber alles. Okay, okay. Cube Master, Cube Master challenge dich gerade. Er sagt, mich wirst du auch nie finden. Ja, werde ich auch nicht. Die Zeit ist auch bald um. Soll ich mal in die Karte kommen? Soll ich dir mal in die Karte kommen? Nein, Cubie! Lass den Herfer versteckt! Das andere wäre alles doof. Mann. Ich habe halt gedacht, wo Buddy so schön gesettern hat, von wegen, dass du im Dunkeln bist, dass du vielleicht hier irgendwo bist. Richtig. Wo Buddy gerade sich schon hängt. Aber da habe ich ihn halt auch nicht gefunden. Ich bin hier doch auch schon alle Gänge lang eigentlich. Also wir bleiben versteckt. Wenn du mich, wenn du mich ja findest, ja, und du kommst nicht an mich ran oder so, dann können wir ja irgendeinen Deal machen, aber du musst mich erst mal selbst finden. Hä? Ist ich jetzt echt hier oben irgendwo? Keine Ahnung. Oder unten. Hast du Game of Thrones gesehen? Nein. Kennst du den Thron? Ja. Genau. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Buddy. Nein, es ist echt. Das war jetzt aber auch nicht gerade in der Sache. Kennst du den Thron? Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, was du... Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem zu tun hat. Ich sage, aber... Ist das interessant? Den Thron kennt jeder, selbst wenn er nicht die Serie kennt. Ja, das ist ein schicker Thron. Ich hätte echt schwören können, dass du halt hier in diesem Dunkelheit-Scheiß bist, aber... Hier ist überall Dunkelheit-Scheiß. Ich meine jetzt bei diesem komplett dunklen Glasgang mit den Gittern. Ja, vielleicht bin ich da. Ja. Vielleicht bin ich da. Ich bin jetzt gefühlt hier überall lang gelaufen. Also Cube hat mich gefunden. Ja, Sol! Er hat mich gefunden. Sol! Mann, ich lasse das Spiel, das ist Kacke. Okay, aber Cube, du weißt schon, dass du jetzt eine Spur hingelegt hast, ne? Ja, und? Ich sehe dich auch eh nicht. Jetzt geht's aber los. Ich bin überall lang gelaufen. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Jetzt ist eine Spur bis hierhin. Ich bin schon überall lang gelaufen. Ich sehe überall eine Spur. Ich weiß, dass ich meine nicht verschwindet. Nein, ich... Ich bitte eine Spur. Also, ich find das halt besser, wenn die Spur... Die eigene Spur verschwindet in einer Zeit. Du hast doch noch ganze 30 Sekunden jetzt. Stress dich mal nicht. Ha! Ich bin doch hier schon 20. Ich bin doch hier schon fast bei ihm. Ha! 20. Heute sind alle doof. Oh Mann, wieso... Bei mir ist so viel Verkehr, ne? Buddy ist hier, Cube kommt hin und wieder mal vorbei. Ich bin froh, ich zähl nicht. Alle sind sie hier. Shiro, nur du nicht. Zehn Sekunden. Entschuldigung. Nein, ich laufe wahrscheinlich immer genauer noch nicht vorbei. Keine Ahnung. Egal. Huch. Aha. Okay, okay. Macht nichts, Shiro. Ich war auch so, als ich die ersten Mal im Mörder war. Es ist mir egal. Das ist aber auch fies. Das ist aber auch fies. Wo war sie denn? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Hä? Was war das denn? Du musst doch wohl wissen, wo du warst. Ja, ich bin halt irgendwo hochgekraxelt und dann war ich da oben und habe mich oben ein bisschen versteckt und du kamst rein und bist nicht hochgegangen, hast halt von unten geguckt, hast ganz viele Türen geöffnet, bist dann nicht hochgekommen und dann war das voll ganz. War ich denn bei diesem Glasgang? Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Glas war. Buddy. Ich glaube, das ist ein Herrenklob. Wenn ich, ja, also wenn ich ihn, okay, jetzt müssen wir uns vorsehen, weil jetzt ist Freieck der Mörder und der weiß ein bisschen, was wir machen. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Ihr könnt ruhig zugekommen, wir verstecken uns gemeinsam. Wartet noch ein bisschen. Ja, klar, wir verstecken uns gemeinsam. Ja, warte 30 Sekunden, damit verstecken wir uns gemeinsam, Buddy. Mhm. Ach, schade, ich komme da nicht rein. Oh, ich bin wie ein Raubtier, was darauf wartet, freigelassen zu werden. Oh ja. Die Musik passt nicht ganz. Ich wollte eigentlich ein sehr was Gruseligeres, aber ich will ja es jetzt nicht umstellen. Hallo, Kieb, hier. So. Dann wirst du runter, dass du vor mir bist. Hallo. Oh, das ist wieder dieses... Klopf. Das ist wieder dieses Drecksgap. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Wir sind ja wahrscheinlich eh sofort. Oh, das ist ja so. Interessant. Vor allem, dass es zeitversetzt ist. Das ist sehr interessant, was du da tust. Du guckst bei mir. Im Stream gerade, ja. Aber ich bewege mich von meiner Position nicht weg. Sehr interessant, was du da tust. Ach, keiner auf dem Klo, oh man. Ja, ich verstecke mich definitiv nicht auf dem Pott, wenn ich weiß, dass er hier als erstes hinguckt. Das hat mich alles so verwirrt, weil ich habe jetzt zum Beispiel aus Freijacksicht auch überall diese Redstone-Spur gesehen. Ich hätte auch gedacht, da ist jemand. Also ich glaube, diese Spur verwirrt einem mehr, als dass das gehilft. Ich habe keine Ahnung, ob da unten ein Boden ist. Ich weiß es nicht. Springe runter und erfahre es. Kannst du wirklich einfach sterben als Killer? Ja, als Killer kann man sterben, ja, ja. Es gibt hier Kammern, da kann man reingehen, da kann ich per Knopfdruck Lava feuern. Man nennt sich die Kammer des Schreckens. Vielleicht, dass es zeitversetzt ist, wird es lustig, wenn du, sobald du mich findest, dass ich hier schon vorher tot bin, dann ist das, dass man im Stream sieht. Mich so erschrecken, wenn du vor mir stehst. Ich hatte dich schon bereits gefunden. Nicht nur. Hier ist es sehr interessant, seine Sicht zu verfolgen, wie er vorgeht. Ja. Kann man sich natürlich auch einsperren, wo du gerade warst, mit diesem Knopf in der Tür? Man kann sich einsperren, aber man kann sich auch wieder leicht aussperren, also rausholen. Also man kann sich eigentlich nicht so wirklich einschließen. Nö. Dass man da dann zehn Minuten lang hängt, meine ich. Nö. Hey, Psst, Freyag. Ja. Was ist? Ganz schön du ist der, ne? Ach, geht schon. Bist okay. Ich glaube, er tappt im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut Dunkeln. Du Wortwitzmeister. Vor allem Quby ist ja auch irgendwo. Mhm. Ja. Irgendwo. Ja, heute ist nichts, womit du findest irgendjemanden, ne? Ne, noch nicht, noch nicht. Irgendwie, irgendwie gar nicht. Aber Hauptsache immer alles aktivieren. Ja, ja. Ich bin einfach ein Arsch. Ich mach jetzt alles an. Ich find das interessant, dass da auch alle möglichen Schaltern drücken, wo ich mir denke, was machen die bitteschön? Ich weiß das auch nicht, ich teste es ja gerade. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Ja, ich hab so einen Schalter gehebelt und jetzt ist da irgendeine Falle, glaub ich. Oh, Spuren. Zum Glück bin ich da rechtzeitig raus. Echt? Das ist das Schöne an diesen Pfeilen. Oha. Das, was Freyag nicht weiß, ist, dass es bei manchen Fallen ist ein Pfeil übrig. Hallo, Chiro. Hallo. Du hast so geschrieben. Du hast wie ein kleines Mädchen geschrieben, Chiro. Also ich dachte gerade so, scheiße, was wenn er jetzt so wirklich noch hoch geht. Oh yeah. Oh yeah. Ich will hier gar nicht mehr weg. Ich genieße es noch. So, okay. Wo war jetzt Cube? Der war doch hier direkt bei dir. Ich hab ihn nie gesehen. Ich verunsichere ihn. Ganz ehrlich. Ich verunsichere ihn. Tja. Und das war ich mit dem Glasgang, diesen schwarzen hier. Okay, nee, da war ich nicht. Da war ich überhaupt nicht. Da hab ich auch einmal, nachdem Dings gesagt hat, dass er bei dir ist, hab ich ihn genau da gesehen. Das witzige ist, jetzt kann ich sagen, du bist gerade ganz knapp bei mir vorbeigelaufen und Freyag denkt sich, der labert wieder. Das tust du eh. Das tust du eh. Tue ich das? Ja. Du kannst auch theoretisch da rauf springen. Ich hab Cube gefunden. Oh. Oh, scheiße. Gutes Versteck, Junge. Gutes Versteck. Und weißt du, warum ich dich jetzt gefunden hab, Cubie? Weil Buddy gesagt hat, ich wär ganz knapp an ihm vorbeigelaufen. Deswegen bin ich zurückgekommen. Und deswegen hab ich dich gekillt. Also, Buddy. Es tut mir leid. Buddy, du hast dir einen mächtigen Feind geschaffen. Oh, Buddy. Ja, wegen Buddy. Ja, da bin ich aber nicht. So. Und so kommt man da rein. Okay. Ach, da war der eben. Da, in dem Ding. Ja. In der ollen Kamelle da. Hier war er drin. Das ist echt ein Ding. Ja, ich weiß, Cubie. Ich könnte definitiv keine Angst vor ihm haben, wenn ich so. Keine Ahnung. Abonniert mich im Gebrigen auf Facebook. Abonniert mich auf Facebook. Followt mich auf Twitter und Twitch. Ja. Entfollowt ihn auf Twitch? Was? 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 Entfollowt ihr mich ruhig. Ich hab schon den Affiliate-Status. Es ist alles gut. Ja, ne? Das ist so cool. Das ist so cool, Mann. Ich hab bis jetzt so keine Veränderung gespürt. Du kannst, glaub ich, so kleine Icons jetzt setzen oder sowas. Dann kann man dich abonnieren. Und so ein Kram. Also, das geht jetzt halt. Und man kann's dir so schnell nicht mehr wegnehmen, weißt du? Jetzt ist die Follower-Zahl dann irgendwo dann auch egal. So, ich lauf ja natürlich noch mal die Follower-Status. Vor allem mittlerweile kann man auch, je nachdem wie viele Abonnenten-Punkte du mal hattest, kannst du halt auch mehr Emote-Slots freischalten. Bis zu, ich glaub, drei. So, dass du dann... Oder du hast vier sogar. So, dass die, die normales haben, ich glaub, drei oder vier verschiedene Emotes haben. Ich glaub, sogar vier. Nein, Reihal, da bin ich nicht. Hey, Sepp, hi. Da bist du nicht. Du sagst, du guckst noch und eigentlich ist es doch... Ich werde dir vorgefressen. Ich bewege mich aber nicht direkt, wenn ich zugucke. Das ist echt cool, was du machen kannst. Das ist vielleicht. Guten Morgen, 1, 2, 4, 3, Sepp. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht. Buddy, wo bist du denn? Ja, das werde ich dir wohl nicht sagen. Nee, der fliegt wahrscheinlich jeder weg. Buddy ist wahrscheinlich ein bisschen gelaufen noch. Nee, der fliegt wahrscheinlich. Oh, oh. Äh, ich mein... Uns geht es gut? Oh, 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 oh. Und... Ganz weit weg. Warten, warten. Ich hoffe, du gehst in die richtige Richtung. Und weg! Oh, Scheiße! Danke! Mir geht es gut. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch gut geht. Aber ich schätze mal, ob es den anderen auch gut geht. Noch. Nein, Fahrajag, da bin ich nicht. Ich will da auch nicht runtergehen, da bin ich eben gestorben. Ich glaube, ich schaue gerade nebenbei das Stream-Gesicht, deswegen bin ich hier mein Kugel drauf. Okay, okay, ich komme hier durch die Tür noch durch. Moment. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Ich gucke auch gerade den Stream. Nein, da bin ich auch ruhig. Dann guck mal einen offiziellen Abdenk-Stream hier. Hier lenken wir uns alle so ein bisschen ab. Jetzt, wo es dir nicht so gut geht, mir geht es total super, also es könnte nicht besser sein. Weil ich habe jetzt letztens erst im Lotto gewonnen. Ja. Schon wieder eine Million, Alter. Ja, ich weiß auch echt langsam nicht mehr, wohin damit. Ja. Das ist echt schlimm. Was soll man auch mit diesen ganzen Millionen machen? Wie sarkastisch und boshaft ihr doch seid. Was denn? Ich will dich damit eigentlich nur aufwundern und damit klar machen, dass es mir halt auch nicht so super geht. Ich bin ja kältet. Was? Ich bin hier nicht so... Weißt du, Buddy? Komm mal wieder von deinem hohen Ross runter und fisch hier nicht so nach Mitleid. Mhm. Ich meine, es gibt immer noch diese kleinen, armen Kinder in Afrika, die hungern. Weißt du, erst nutzt Buddy wieder das System aus. Ja. Das tue ich die ganze Zeit. Mhm. Drum kann ich auch kein Punk sein. Ach, Buddy. Ach, ich will Buddy wieder im hohen Spiel. Das ist der Grund, warum Buddy immer alleine auf dem Event-Server hockt. Stundenlang. Übrigens, falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, ich bin die Mette hier. Ja, ja. Die Mitfühlende. Also sie ist ja schon wieder ganz gerade bei mir vorbeigelaufen. Die Mette ist eigentlich wie Wammschied. Hör doch mal auf damit. Naja, aber das Ding ist... Das Witzige ist, du gehst immer ganz knapp bei mir vorbei, aber du kommst nie rein. Ich will ja auch rein. Ja, nichts in die Labe. Okay. Okay, Zip. Ich hoffe. Du denkst jetzt aber nicht, dass ich das wirklich ernst meine und dich irgendwie fertig machen will. Ich hoffe, es geht die beiden besser. Ja. Ernsthaft. Verflucht. 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 So, aber Leute, ich höre jetzt auf. Nein, 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 nein. Wir machen noch eine Abschiedsrunde. Wir müssen jetzt für Sepp da sein. Ja. Wir machen jetzt noch eine Abschiedsrunde. Ja, das Ding ist, wir sind irgendwie in der Lobby, ne? Kommen wir zu euch. Huh. Okay. Ja. Ach, Sepp, es gibt immer einen Morgen. Es gibt immer einen danach. Und es wird immer wieder besser. Immer. Gut. Ach Mist, ich bin kein Killer. Wir hatten gerne Späße. Bist du ein Killer? Schön. Okay. Wer, der Unfaire? Der QB. Nein, da muss ich jetzt ja wieder fair spielen. Ja, und er kennt die Tricks alle. Hey, warte. Seitdem ich fair spielen... Oh mein Gott, ich kann mich hier einfach verstehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, der kommt ja hier nie rauf. Okay, doch, man kommt hier rauf. Ich finde nicht mehr das, wo ich hinwollte. Wo wolltest du denn hin? Das erzähl ich jetzt nicht laut. Du kannst es mir auch per MSG schreiben, ich heiße QB. Ja, genau. So, da bin ich nicht rein, aber ich hab mich... Oh Gott. Ich bin ja gerade völlig auf der falschen Seite des... ...hier, dann hier rauf. Eine Sprint-Taste funktioniert gerade nicht. So. Dann bleib ich jetzt mal hier stehen. Und guck mal wieder Freieck im Stream zu. Ja, das ist echt übel, ne? Man wird... Man hängt hier so in der Ecke, wird langsam echt still und... ...und hofft, dass man nicht entdeckt wird. Das ist so gruselig. Tollis, plural. Ich muss echt Tolli noch reinholen, ne? Ich schreib's mir mal auf. Ich muss Singular unterstützen. So, so. Du hast also ein Kopfhörer von Bluido 3 Wireless. Und... ...ist das ein Rafflink? Ich? Hast du den Rafflink erstellt? Ja. Okay. Da stehe ich auch dran. Ich hab's nochmal geschrieben. Das sind halt die Amazon-Sachen. Amazon-Rafflings. 110 Euro, 120 Euro für das Mikrofon. Ähm... Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. War ein bisschen weniger noch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist so oder so ist das kacke. Ob's jetzt der Tod ist oder einfach ne Trennung ist. Ich glaub, das ist dann in dem Moment nicht so viel anders. Ach, ich bleib jetzt am Stil. Okay, okay. Also, meine kleine Katze hat sich jetzt auf meine Tastatur gesetzt. Wenn ich jetzt Mist baue, dann bin das nicht ich. Natürlich. Ja. Er hat mich erwischt. Will ich das aufbauen? Riss? Ich hab... wo? Ja, er hat mich tatsächlich... Er hat mich tatsächlich gefunden. Freitag nicht. Und er kannte die Map nicht. Freitag schon. Warst du denn jetzt an der gleichen Stelle? Ja. Oha. Gut, er konnte jetzt ausschließen, dass du an den anderen Stellen wirst, wo ich jetzt drüber geguckt habe. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Aber jeder weiß, man ist nicht zweimal an der gleichen Stelle. Ja, jeder weiß doch, das beste Versteck ist hinterm Mörder. Aha, okay. Das habe ich heute in Dead by Daylight oft genug gesehen. Ja, in Dead by Daylight funktioniert das meistens, ja. Ich fand's auch witzig, ich hab heute mit einem Kumpel gespielt im Stream. Und weißt du, wer dann plötzlich zufällig nachgejoint ist? Fabi. Oha. Und plötzlich war Fabi bei uns mit dem Stream. Also geil. Also hier in Dead by Daylight nicht auf dem Server. Ja, das ist klar. Aber ich hab mich schon ein bisschen amüsiert darüber. Natürlich. So ist es immer lustig. Buddy ist übrigens dieses Jahr auch bei Summertime mit dabei. Was bin ich? Bei Summertime mit dabei. Wo? Buddy. Sie sind im Ernst, Buddy? Aber im Sommer, da bin ich in Urlaub. Du weißt doch gar nicht, wann das ist. Es gibt doch noch gar keinen festen Termin. Was redest du denn da an? Ja, wann ist es denn? Ja, das ist ja alles noch geheim. Das kann ich ja nicht sagen. So, okay. Dafür sind wir im Planungsteam. Du bist ja auch Planungsteam, deswegen... Da steht auch noch nichts. Das steht noch nichts, nein. Nein, das steht alles noch in meiner Textdatei. Okay. Sag ich das nicht zu früh, sonst boot er genau dann den Urlaub. Du hast dieses Jahr schon drei? Ach du Scheiße. Mann, 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 Mann. Das ist ja noch gar nicht so alt. Ach du Scheiße. Nee. Jeden Monat ein. Na, ist das echt herzend. Juppi, kannst du mich mal ein bisschen schneller finden? Dann kann ich endlich aufhören, weggehen. Dann kannst du endlich Stream gucken. Endlich auf Toilette gehen. Ja, bis jetzt jeden Monat ein, ja. Oh Mann. Ich habe heute mal wieder viel The Walking Dead weitergeguckt. Ist die Serie wirklich so scheiße, wenn alle sagen? Ich finde es überhaupt nicht scheiße. Ich bin aber auch erst bei Staffel 2. Okay. Ja, The Walking Dead war ja auch Staffel 7, glaube ich, gut. Da bin ich aber auch nicht auf dem aktuellen Stand. Den habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Vielleicht will ich jetzt erst mal die Vorgeschichte weitergucken. Ja, okay, dann verrate ich dir nicht, Werner. Nein. Also ich war... Aber die will mir alles verraten. Also ich wurde halt schon ein bisschen gespoilert durch so verschiedene... Wenn man halt mit seinem Handy normal googeln will und man davor The Walking Dead über eine App geguckt hat, dann steht auf einmal auf Google, wussten sie schon, warum der und der jetzt ausgestiegen ist. Und dann weißt du schon, okay, der ist auch tot. Ja, also das war aber eigentlich bei... Es gab viele Charaktere, da war es einfach so, ja, okay, der ist jetzt plötzlich weg. Und dann gibt es diesen einen wichtigen Charakter oder unwichtigen Charakter, 40 Minuten lang zu sind... Es ist zum Beispiel auch so, dass ich zum Beispiel ein bisschen schade fand, dass die Wache von The Walking Dead, ich weiß halt nicht... Hat jemand von euch The Walking Dead noch gar nicht geguckt? Oder spoiler ich jetzt, wenn ich irgendwas verrate, was in der Staffel, keine Ahnung, viel passiert ist? Also ich hab mal, glaube ich, die erste Staffel hab ich mal... Hab ich mal geschaut. Ist aber schon Ewigkeiten her. Oder sagst du mal so, ist es schlimm, wenn ich jetzt über was rede, was nicht aktuell ist, sondern eher so mittig passiert? Ach, ist okay, hau rein. Es ist schwer, ich vergesse es eh. Die Sachen, die du sagst, die hab ich morgen eh alle vergessen. Okay. Aber was ich zum Beispiel ganz schade fand, ist, dass Glenn, der sollte ja schon viel früher sterben. Und dann haben alle einen Aufschrei gehabt. Im Moment, Sepp hat schon alle gesehen. Obwohl, dann spoilst du ja auch nicht mehr. Okay, alles niedererzählen. Wenn Sepp noch alle gesehen hat, dann ist es niedererzählen. Äh, nee, dann gab es ja einen riesen Aufschrei von wegen, darf er nicht sterben? Dann kam er ja wieder zurück. Also an der Stelle, wo er eigentlich hätte draufgehen lassen bleiben sollen, also wo er nicht sterben sollte, ist er ja nicht gestorben. So. Yubi, ich verzweifle gerade. Das fand ich halt ein bisschen schade. Das hätten sie nicht tun sollen. Und an der Stelle hab ich dann immer so gedacht, okay, die wichtigen Personen sterben eh nicht. Ich weiß jetzt schon von zwei Personen, dass die tot sind oder bald sterben sollten, wie auch immer. Das weiß ich. Ähm. Sag den Namen. Okay, sag mir, wenigstens kannst du mir wenigstens den Anfangsbuchstaben schreiben. X. Oder schreib mir den Namen. Aber das war eigentlich schon klar, dass der eigentlich mal stirbt. So was wie Rick. Dass der irgendwo mal draufgehen sollte, das war klar. Weil der ist von Anfang an dabei. Ja, der, der, entweder er steigt bei der Serie, oder ich gehe dadurch drauf. Du hast den Stream geguckt. Verdammt. Ne, dementsprechend. Es gibt halt so ein paar Leute, da denkt man sich so, der überlebt alles. Sie hätten halt mehr sterben lassen sollen, einfach mal. Naja, wenn du dir mal anguckst, wie es in den Comics zugeht. Ja, das ist es ja. Die sind ja teilweise abgewichen von den Comics. Wie gesagt, Glenn wäre schon längst tot gewesen. In den Comics gibt es doch nicht mal einen Daryl. Ja, das weiß ich. Na, Sepp hat bei Staffel 7 aufgehört. Wurde ihm zu langweilig. Ja, das kann ich verstehen. Bei 7 war es mir auch schon zu blöd. Was ist das für ein Server? Vor allem, es war nicht bei The Walking Dead. Es war halt einfach Sons of Anarchy mit Zombies. Ah, okay. Also, einfach irgendwelche Gangfights. Toll. Sons of Anarchy habe ich nicht geguckt. Adania ist es. Adania. Ich habe es jetzt in meinem Chat. Ah, Kirill. Ah, er schlägt mich von unten. Ja, ne, übel. Übel. Das habe ich auch erst gar nicht so gericht gerafft. Der beste Adania ist ja aber auch Adania. Das Lustige ist halt, ich war ungefähr an der Stelle, wo er sich versteckt hatte. Und er hat so lange gebraucht, mich zu finden. Oh Mann. Good game, Cube. Er hat es drauf, Mann. Er hat es drauf. Das gibt es doch nicht. Verdammt. Und Shiro hat sich verabschiedet. Ja, ich habe auch gesagt, das ist die letzte Runde. Hete, pete, pete, pete. Oh Mann. Also, Cube, das hast du echt gut gemacht. Muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ja, das war eine verdammt gute Runde. Ohne Mist. Und Cube. So. Er ist halt gut. Ja, ja, ja. Nein, Freya, komm rüber wieder, komm. Wir haben noch eher X-Mesh zu spielen. Ja, es sind noch keine Leute mehr da. Wir kriegen noch nicht mehr genügend zusammen, oder? Zu dritt geht's. Du hast doch gesagt, es geht nicht zu dritt. Nein, X-Mesh geht zu dritt. Ach, X-Mesh. Ach, okay, X-Mesh, okay. Verdammt. Ja, das macht aber auch Spaß, Shiro. Das würde dir Spaß machen, glaube ich. Ja, Leute, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie das normale Smash, oder? Es ist so ein bisschen Gekloppe und Klettern und hin und her springen und man muss den einfach runterschubsen, ja? Ja, wo bin ich denn jetzt, Cube? Jetzt bist du X-Mesh scheinbar, oder so. Herzlich willkommen auf der X-Mesh-Map. Und wir starten jetzt. Oh nein, das ist aber... Ah, jetzt ist es okay. So, jetzt müssen wir uns runterschubsen, gegenseitig. Hier sind viel so besser, also ihr müsst da aufpassen beim Laufen. Genau, das ist wie Smash, ja. Richtig, das ist ja auch das Wichtigste. Und ich verstecke mich einfach dort, wo ich mich immer verstecke, weil da habe ich bis jetzt irgendwie niemand gefunden. Ja. Klopp uns einfach hier von der Karte runter und hast du gewonnen. So einfach ist dieses Spiel. Genau, Qubi. Das ist einfach runterkloppen. Okay, Qubi, ich habe mich tatsächlich... Was ist denn das? Was stimmt denn mit dem Mann nicht? Ich dachte, Freya ist nicht, der streamt und dann dadurch gefokust wird und immer gefunden wird. Naja, das Witzige ist ja eigentlich, ich habe mich da vor fünf oder sechs Leuten versteckt gehabt, ja. Die haben die ganze Zeit hinter mir vorbeigelaufen, haben mich auch teilweise gesucht und ja. Hey, Treffer, ich habe getroffen. Yay. Ich wollte gerade zeigen, das ist aber auch lustig. Ich gucke halt gerade in den Stream zu und das ist ja ein bisschen Zeit verzögert. Und wie halt Freya und Qubi halt aufeinander losgehen und auf einmal sagt dann, ja, ich habe getroffen. Wo ist der? So, Qubi, das ist das Problem dabei. Wenn man runterfliegt, das ist mir so... Ja, die Enderperlen, wenn man die halt vorher verbraucht, dann hat man die ja nicht im Moment gesehen. Oh nein, Freya klettert die Wand hoch. Ach, ich kann das alles überhaupt nicht. Hilf, hör auf damit. Egal, du musst hochklässern. Oh nein, Freya ist oben. Dann gehe ich wieder runter. Du redest ein Quatsch. Ich bin überhaupt nicht oben. Natürlich bist du oben, ich habe dich doch gerade gesehen. Ist aufgeschrieben. Ja, also die Stöckchen kannst du halt auch benutzen zum Draufkloppen. Die sind ganz praktisch, weil mit Pfeil und Bogen erwischt man die anderen halt so schwer. Hast du gerade gesehen, ne? Ich bin halt ausgewichen. Nämlich das letzte Mal, das jemand mit mir gemacht. Au, hör auf damit. Oh, das ist so link. Bist du Sack eigentlich? Eieiei. Okay, Flugbahn. Jetzt kommt hier die große Flugbahnberechnung. Du musst von da irgendwie oben schräg kommen. Da ist ein scheiß Loch, da will ich nicht hingehen. Ich laufe weg. Lass mich. Ah, ich sehe dich. Der große Fight. Weißt du, Buddy, der lustige die ganzen Lücken aus auf der Map. Mhm. Ja, hier unten ist halt gefährlich. Wenn man sich hier so aufhört, ist das zu viel. Ah, Yubi achtet auf sowas. Was hat er geschrieben? Gesehen hat der Buddy nur, weil sein Name zu sehen war, als er da hingelaufen ist. Mhm, ja, man sieht es jetzt da vorne auch. So, was geht? Nicht viel. Was machst du da? Wird das ewig so weiterlaufen? Ach. Wahrscheinlich schon. Ich bin hier nicht so... Das ist übel. Lass mich. Hör auf. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Wum, bottom, bottom. Ja, genau. Du kannst dich hier hochporten. Du hast ja eine Enderperle. Ja, ich kann das machen. Dann will ich mir doch nicht verschwenden. Dann spiele ich mit deiner Enderperle Ping-Pong und schlag dich zurück. So kann er versuchen, mich wieder runterzuschießen. Nein. Er versucht gerade in die Enderperle zu werfen. Das würde ich nicht sagen. Ja, was geht? Wieso ist der Buddy gerade runtergefallen? Oh, 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 oh. Das wird mir so gefährlich. Das wird mir so gefährlich. Guck, guck. Oh nein, du hast mich. Oh nein, wie gefährlich. Oh nein, nein, ich sterbe. Nein. Nein, du hast gewonnen. Oh mein Gott. So ist die Scheiß gelandet. Hast du dich hochgerufen? Wahrscheinlich irgendwo obendrauf. Ach du, Sack. Nein, 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 nein. Da, Enderperle, rette mich. Hol Hilfe, hol Hilfe. Nein, ich bin der Ernst. Diese Scheiß-Minilöcher, diese Scheiß-Minilöcher. Alter. Weißt du, Buddy kann auch nur gewinnen, indem er seine ganzen Vorteile nutzt. Er ist ein Cheater. Genau. Cheater an die Wand. So was Gemeines. Kuchen, jetzt esse ich Kuchen. Ich bin ja jetzt auch mal raus. Ich bin mal schlafen. Gute Nacht. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Oh Gott, der ist schon wieder in meiner Nähe. Ja, komm her. Ja, komm her. Bis dann, Leute. Ja, das hat jemand gesehen. Ciao, ciao. Ah, verdammt noch eins. Okay, so, ich bin gestorben. Das war's. Lass mich ja gerne verfolgen, Cube, aber, pfft, das wird dir nicht recht viel bringen, weil ich bin der meistens davonlaufen. Ja. Follow Buddy. Follow ihn. Ja, genau. Follow mich auf... Ja, follow mich auf Facebook. Ja, follow ihn. Follow, follow ihn. Follow mich auf Twitter. Follow mich auf Twitch. Ich heiße auch dort BuddyDevJoke. No joke jetzt. No, no DevJoke. Ja, no DevJoke. Ja. Gute Nacht, Giro. Nochmal. Böse. Die Chats, Giro. Böse, böser, böser, böser. Ach, du versteckst dich hier. Du machst also den Ecken schon mal... Den Eckenpenner hier. Ach, ich weiß. Darum ist es nicht. Das ist doch alles. Freie. Ich bin schon lange weg. Was? Oh. Was? Freie, das ist traurig. Aus deiner Kolla. Oh, du steck gerade aus. Fliebel ist viel schöner als du denkst. Ja, jetzt kann man von hier gucken, wie die sich da drüben prügeln, wenn man sie... Ach, da oben war, glaube ich, gerade was. Ach, ist das langweilig. Ich laufe durch die Kathedrale und die Kathedrale läuft auf mich. Oh, ey, 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 nicht zu... Sei nicht zu brutal zu mir. Sei nicht zu brutal. Sei nicht zu brutal. Nein, nein, lass es sein. Nein, nein. Ich bin ein Idiot mit der Enderperle. So was. Pui, pui, pui. Mann, 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 Mann. Nein, ich bin gestorben, nein, wie schlimm, nein, oh. Oh, guck mal. So ein Pohnen, so ein Pohnen. Oh Gott, der hat plötzlich hinter mir auf. Der hat auch eine Enderperle. Ja. So würde ich auch sterben, so wie ich. Oh, Hilfe. Das ist so deppert. Ich weiß nicht. Ja, ich kann mit Enderperlen nicht so gut, ne. Ich weiß nicht. Ich hab's mal ausprobiert. Wollte auch mal irgendwo hoch. Das ist aber lustig. Und tschüss. Ich hab tschüss gesagt. Hau ab. Ich stebe, ich geh jetzt. Ja, hin und wieder seh ich so. Oh ja, ihr seid gerade dran, ne. Ja, ich versuch ihn gerade runterzuschmeißen. Das ist gut. Sterb. Das schreibt man mit I. Sterbi. Sterbi. Tschüss. Ich. So. Sterbi. Oh, Mann. Woher das geht? Woher kommst du? Was meinst du mit, woher kommst du? Weit, weit von Adania, aus den tiefen Landen. Das ist Freyag. Niemand weiß, woher kommst du. Der war plötzlich da. Ja. Plötzlich war ich da und, und, äh. Und bin voll schlecht in Enderperlen werfen. Dafür bin ich bekannt. Berühmt, berüchtigt. Wo ist denn der schon wieder hin? Oh, Mann. Ja, du musst mich auch treffen. Ja, hier bin ich. Ja, hier. Ja, hier. Ja, versuch's doch. Auch Mob Arena macht auch Spaß. Mob Arena ist echt geil. Ach so. Ja. Nee, Deutschland. Deutschland. Zentral-Deutschland. Da komm ich her. Buddy ist Österreicher. Was? Wer sagt das? Das hört man ja. Hört man nicht. Nein. Nein. Ich könnte genauso gut hier aus dem bayerischen Lande sein. Ich könnte... Nein. Nee. Nee, nee, nee. Du hast mehr und mehr so diesen österreichischen Touch. Wobei es bei dir jetzt auch nicht wirklich schlimm ist oder so. Man muss sich schon drauf konzentrieren. Oder ich höre es einfach nicht mehr. Kann auch sein. Weiß nicht. Ich habe nicht diesen österreichischen Touch. Diesen österreichischen Touch habe ich nicht. Das war jetzt ein bisschen... Ich glaube, ich habe es gerade hinbekommen, ne? Das war eine Mischung österreichisch und schweizerisch. Aber ja, es war schon ziemlich gut dran. Ja, das ist so ein bisschen Peter Alexander. Das war gerade Peter Alexander. Das war gerade jeder dritte Wiener. Die alten Heimatfilme von Peter Alexander und Co. Ich glaube, so hört sich das immer an und so versuche ich es auch nachzusprechen. Wenn ich österreichisch mache, ich mache mal. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Der ist schon wieder direkt hinter mir irgendwo, oder? Nein, das ist ja nicht. Du wirst sogar gefragt, wo aus Österreich? Ah, Oberösterreich. Unter Österreich. Oberösterreich tatsächlich. Oberösterreich? Ja, so ganz knapp dran an den Bayern. Ach, da ist er ja. Das ist doch nicht zu fassen. Ach komm, hier. Stickfight. Hier. Kämpf den Mann. Und tschüss. Man sieht nichts. Ich brauche diese Plattform hier oder dieses Ding hier wieder. Dieser Zuschauer-Modus. Der war ja so cool. So, ich habe gewonnen. Huch. Habt ihr es endlich geschafft, ja? Gott. Ich würde so gerne Mob-Arena kämpfen. Mob-Arena? Mob-Arena zu zwei, zu dritt? Ja, ist doch egal. Dafür bin ich zu schlecht. Es sind ja wenig Mobs oder so. Wen haben wir denn eigentlich auf dem Server? Man sieht das ja nicht so. Wir haben auf dem Server Kali-76, Steve Wayne und die Eternal Monk. Eternal Monk. So, ich gehe mal. Und jemand namens Mega-Zack, der gerade frisch auf den Server gestreut ist. Na, der will bestimmt nicht mitspielen. Aber was, mal gucken. Aber wir haben echt niemanden mehr da, ne? Hey. Steve Wayne könnte aber mitspielen. Hey. Komm zurück. Außerdem, außerdem müssen wir eh nicht mehr so viel spielen. Also, eine Runde Mob-Arena oder so. Dann, äh, wir haben mitten in der Woche. Ich müsste auch mal dann, dann Schicht machen. Schicht im Schatz. Ja, okay. Dann gehen wir rüber. Wir kommen so eine kleine Mob-Arena. Und dann kloppen wir da noch ein bisschen auf Mobs ein. Wir können ja einfach die, äh, weiß nicht, junge Kleinen nehmen oder so. Muss ja keine Große sein. Hm. Wo ist Uwe Österreich? Die Hauptstadt. Ähm, wie war das noch? Nennt sich Linz. Nee, ich meinte die Mob-Arena. Ach so. Ja, erst mal das Inventar klären. Ach ja, da sagst du was. Stimmt, man muss das Inventar klären und dann, äh, oh mein Gott, dieser Scheiß war es ja noch. So. So, lass mich zuerst mal hier mein Zeug miträumen und dann können wir... Ach, Inventar klären. Da, da ist es doch schon, ne? Dieses, dieses Problem. Ich will mich jetzt ja gerne beschweren, dass Giro in letzter Zeit so faul ist. Aber das darf ich nicht, weil wenn ich hier gucke, was sie so abbaut, sie macht ihren Job richtig gut. Ja, doch. Die ist, die ist fleißig. Das ist immer eine fleißige Giro. Außer das Problem beim Beschweren ist auch, wenn ich mich jetzt wirklich beschweren wollen würde, ja, dann baut sie gar nicht mehr weiter. Und dann kann ich das Bedele doch alleine zocken. Ja, muss lieb zu ihr sein. Das ist wohl wahr. Ich hab Lapis Lazuli-Arz noch. Hey, du hast wohl wahr gesagt. Genau. Das, das waren meine Worte. Zum Glück sind wir nicht Kinder zu besuchen, ne? Oh, eins, zwei, vier, drei, Sepp. Danke für den Follow. Na, es wird doch. Jetzt hab ich, jetzt hab ich 48, jetzt brauch ich noch zwei Follower. Zwei Follower für den, ähm, für Affiliate-Antrag. Bei Twitch. Ich hab's, ich hab's. Auf Facebook. Auf Twitch und Twitter. Klingt jetzt so in der... Meine Worte, das hat noch gar nicht gemacht. Er schafft. Dein Level verlieren? Ähm, nö. Kubi, das kannst du nicht. Also in der Mob-Arena kannst du ganz normal fighten. Das ist auch eine neue Instanz. Du musst halt nur ein leeres Inventar haben. Das ist die Bedingung, ja? Und dort kannst du dir dann eine Rüstung kaufen, wenn du ein bisschen Adania-Coins hast. Also Euronen. Die PTFS, welche nehmen wir? Ähm, weiß nicht. Wie war das noch mit den, äh, M-A? Oder wie war das? M-A-Join, ne? Slash M-A-Join. Genau, M-A-Join. Dann seht ihr hier, welche Arjen wir haben. Ah, Kubi Kosta. Auch dir danke für den Follower. Jetzt brauch ich nur noch einen. Einen einzigen Follower. Einen einzigen. Dann kann ich diesen Antrag stellen. Oh Gott. Ich bin ja so gespannt. Buddy hat ja schon. Buddy hat ja schon. Der ist wesentlich gut. Der könnte mich, der könnte mich, der könnte mich aber trotzdem auch, äh, Follower. Nochmal Follower. Du folgst mich doch schon. Der könnte mich Follower. Ach so, ihn, ihn Follower. Ihr könnt natürlich auch Follower. Aber du hast doch schon einen Antrag. Follow me. Ich mach das ja auch nicht, damit ich den Antrag hab, sondern damit ich die 100 vollkrieg. Ähm, PvP. Das hier ist PvE. Die Mob Arena ist PvE. Wir kämpfen gegen Mobs, aber Welle um Welle, das ist, das ist fett. Das macht aber Spaß, ne? Jeder von uns kann sich dann so einen Charakter auswählen, so eine Charakterklasse. Und wir machen, was nehmen wir denn? Wir nehmen, ähm, Tempel? Nehmen wir ein Tempel? Ich glaub, das sind kleine, ne? Oder? Wir nehmen M-M-M-Trenn-Tempel. Ja, nehmen wir Tempel. Also, ihr seht's ja hier bei mir im Stream. Tempel? Ne, Tempel. Also, Slash, M-A, dann Join und dann Tempel. Und ich mach's richtig, ich mach's richtig, ja. So, dann sind wir hier. So, der Eintrittspreis sind 20 Euronen. Und dann holen wir uns hier so eine, so eine Rüstung. Hast du denn genügend? Hier, hier muss man jetzt, äh, Euronen bezahlen. Ja, für Tier 3 sind es 125 Euronen. Für Tier 2 75 Euronen. Und wenn du Tier 1 nimmst, 0 Euronen. Ich würde dir raten, nimm dir auf jeden Fall Tier 3. Macht mehr Spaß. Und die 125 Euronen können wir dir auch geben. Wenn Buddy mir sagt, wie man Euronen gibt. Pay, Slash Pay Betrag. Slash Pay, kein Name, einfach nur Betrag. Letztendlich ein Betrag und dann weiter. Also erst, also erst den Betrag und dann Cube Master Rubik's. Genau. Okay. So. Und jetzt kommt kein, jetzt kommt, keine Autovervollständigung, Vervollständigung mehr. Boah, es wird langsam spät, ne? Ist doch hier falsch geschrieben. Cube Master Rubik's. There is another player from your... Ah, es ist doch andersrum. Du hast es falschrum gesagt. Oh. Hoppa. Du hast mir doch eben noch 0,01 gegeben. So. Ja, ich... Nach dem Mittelnacht... Das war gestern hier. So, da komm her. Und Tier 3, ich hol mir einen Ritter. Ich bin irgendwie immer Ritter. Ich weiß nicht, ich mag einfach Ritter sein. So, achso, ich hab dir die Eintrittseuronen gar nicht gegeben. Was muss ich eintippen? Du musst eingeben, slash, M-A, dann Join. Hm. Gott. Ich hab die Tastatur so blöd hinterm Mikrofon. Ich seh das nicht. Ich muss immer blind tippen. Äh, Join und dann... Tempel auf Deutsch. M-A, Join und dann Tempel auf Deutsch. Ja, ich hab's jetzt mal hingeschrieben. Und dann kommt... Genau. Dann bist du hier und alle anderen, die vielleicht noch zuschauen. Ich weiß nicht, wer guckt denn überhaupt noch zu? Ich. Ähm... Lokus zu, Bananennahen guckt zu. Ja, viele Bots und Leute, die ich nicht kenne. Keine Ahnung. Also, wer mitspielen mag... Wer mitspielen mag, kommt jetzt dazu. Ansonsten, ja. So, hast du den... Hast du überhaupt Euronen? Brauchst du die noch 20 oder so? Sag Bescheid. Aber ich würde dir auf jeden Fall raten, diese Tier 3. Macht mir Spaß. Ist eine bessere Rüstung. Und dann musst du nicht die ganze Zeit nur weglaufen und hinkst hinterher, sondern kannst richtig mitkloppen. Ich auch, aber zocke heute nicht mehr. Ja, kein Problem, Sepp. Guck einfach zu, wie wir hier auf die Klappe kriegen und dann... Und... Und lerne, wie man's nicht macht. Keine Ahnung, ich bin echt nicht gut, aber... Wir sind bemüht. Nicht wahr, Jungs? Warte, was nimmst du eigentlich? Nimmst du einen Heiler? Moment. Bogen? Du kannst übrigens, Cube, du kannst alles mal anklicken, ja. Du bezahlst erst, wenn wir... Oder nimmst die erst, wenn wir dann wirklich alle auf diesen... Diesen Metallblock hier gehauen haben in der Mitte. Vorher kannst du alles checken. Du kannst überall draufklicken, dir jede Rausrüstung einmal genauer anschauen. Ich lasse mal meine Zuschauer einen kleinen... Hm, liebe Zuseher, was soll ich nehmen? Ach, ich soll den Paladin nehmen? Nein? Priester? Auch nicht? Hornfee? Ja, Hornfee ist geil. Ja, ihr seid aber auch ziemlich wählerisch. Aber Hornfee ist auch schwierig zu spielen. Kleriker ist ganz gut, Heiltrinke und Steinschwerde... Naja, gut, Steinschwerde ist vielleicht... Irgendwas mit Bogen. Wenn du irgendwas mit Bogen nehmen würdest und heilen, wenn das geht, wäre gut. Wenn du das kannst, ich weiß ja nicht. Jäger, der kann ja nicht heilen, also Wurftrinke. Ich werfe doch nichts, ich habe alles für mich selbst. Ich habe auch ein bisschen Heilung, aber... Ich weiß nicht. Ach, was? Wärst du vielleicht der Paladin? Bist du Paladin? Ich bin Ritter, aber das ist ähnlich. Ich bin halt nicht der Tank. Und was bist du? Ja, der Damager. Ich mache Damage. Dann nehme ich den Paladin. Bleh. Elementar-Vodka. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden mit. Ich bin Rob Arena auf Adania. Jetzt kloppen wir Mobs. Jede Menge. Wir suchen uns noch gerade die Ausrüstung aus. Cube Master Rubix kann sich einfach nicht entscheiden. Hier Hornfee, Alter. Einen wunderschönen guten Abend, Element-Vodka. Ja, auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach der richtigen Ausrüstung. Dann ist es los im Tempel. Darf ich auch? Ja, ich bin dabei. Elementar-Vodka sofort. Auf Adania.de? Ich weiß nicht. Adania.de und freischalten lassen. Du musst dich dann halt noch freischalten lassen, ne? Falls du noch nicht auf dem Server warst. So, das sind die Server. Deine Finanzen sagen nein. Wessen Finanzen sagen nein? Die von Eternal Monk. Was will denn die Eternal Monk mitspielen und darf nicht? Du kannst Adania.de einfach eingeben anstatt die IP. Richtig. Ja. Das wird aufgelöst dann. Also das ist dasselbe. Und bei Discord.adania.de ist auch dasselbe. Also das löst dann auch auf. Ja, Computer sagt nein. Computer sagt nein. Vor allem meine Spitzhacken zur Miete in dem Leben. Was soll ich nehmen? Wir können dir die Entscheidung nicht abnehmen. Such dir irgendwas aus. Wo du Bock drauf hast. Nimm was. Nimm was mit Bogen. Bogen ist immer Bogen. Ja, wenn du Bogen hättest, könntest du dich ein bisschen zurückziehen. Gib mir eine Minute. Elementar-Vodka. Alles klar, eine Minute kriegst du. Ich glaube, Cube wird eh noch ein bisschen brauchen. Nö. Im Shopping. Ach, was soll ich denn kaufen? Was kann ich zu einem Skin? Ach, unter meinen Augen passt das ja gar nicht. Im Shopping-Paradies, ja. Warum bist du Discord-Cube-Master-Rubix? Ihr könnt auch hier in den Discord kommen. Der Link ist ja auch mit dabei. Und hier einfach mitquatschen. Ja, und ihr habt mir übrigens auch noch kompetentes Personal dabei. Ich bin Moderator. Ja, er ist auch noch Mod. Das heißt, er kann euch auch mit Geld versorgen. Kein Problem. Was? Warte, ich glaube, ich glaube, du hast sogar mehr Geld als ich. Ich. Ja, das kann sein. Ich habe immer mehr Geld als alle anderen. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Weil ich viel Geld habe. Ich kann es dir zeigen, wenn du meinen Stream noch guckst. 8667,78 hat er. 1,87. Das war falsch. 1,87. Du hast die Zahlen nicht im Vertritt. Man muss so korrekt bleiben. Element Wodka. Du bist da. Elementar Wodka, Entschuldigung. Und jetzt musst du nur noch. Ich könnte auf meinem Handy auf den DC kommen. Ja, wenn du magst, hau rein. Bitte. Wenn du magst, wer will. Ihr seid herzlich eingeladen. Das ist die Zeit in meinem Stream, in der wir hier auf dem Discord alle gemeinsam in diesen Stream hineinreden dürfen. Dafür ist diese Minecraft-Zeit hier. Wow. Aber denkt dran, der ganze Kram wird morgen auch auf YouTube veröffentlicht. Ich meine, ich bin kein Erik Range. Das sind keine Tausenden von Views. Aber so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sollten es schon sein. Aber wertig wie einer ist er. Den Kontostand von anderen abrufen. Kann man das nicht mit Money und dann Buddy? Oder so? Money, Buddy? Nee, geht's nicht. Das können nur wir Mods. Wir sind quasi die... Wir können einfach alles einsehen. Ja. Der darf einfach alles. Wir dürfen gar nichts. Voll fair. Seien Sie froh, dass wir hier überhaupt spielen dürfen und dass wir Geld zahlen müssen, Herr Freyag. Dir Geld zahlen? Ja. Moment, du kriegst sogar ein bisschen Geld. 0,01. Das kann nicht voraussehen. Nee, doppelt so viel. Ich gebe immer doppelt so viel, wie man je gegeben hat. Das kannst du dir, glaube ich, nicht leisten, wenn ich dir jetzt mein ganzes Geld gebe. Ich habe gedacht, du hast weniger als ich. Oh, Buddy. Irgendwas stimmt. Wenn ich dir jetzt 8000 Euro geben würde, weil ich weniger habe... Ich habe schon wieder falsch gemacht. Achso, das ist richtig. Ich muss ja erst mal die... Ah, jetzt hast du mir das falsch ins... ...ins Hirn gepflanzt. Hehehe. Gosh. So, das Doppelte zurück. Hä? Was sagst du jetzt? Ja, du konntest mir jetzt auch mal kurz sagen, wie die... ...wie der Ausrufezeichenbefehl lautet für Adania? Äh, einfach nochmal Adania eingeben. Das Ding hat einen Cooldown von einer Minute. Aha. Lass dir Zeit, Elementar-Wodka. Löst die, äh... Beantworte die Fragen ruhig in Ruhe. Wir warten hier auf dich. Ist kein Problem, ne? Gleich fertig. Moment. Alles klar. Richtig. Kein Stress. Kein Stress. Wir haben... Wir sind alle hier völlig stressfrei. Es ist mitten in der Nacht. Mittwochs. Ne, ist schon links Donnerstag. Oh, Mann. Richtig. Wir haben keinen Stress, aber behält dich. Nein. Ich sage nur so viel. Um die Uhrzeit brauchen sie auch keinen Stress mehr machen jetzt, ne? Alter, was ist das jetzt? Ist hier eine... Ach, das ist... Das ist eine Wall. Aber nur da oben. Ah, so, Cube Master. Hast du dich entschieden? Was bist du denn jetzt? Ah, ich sehe hier mit Pfeil und Bogen, ne? Schön. Du kannst mir übrigens, glaube ich, auch die Kamera einschalten. Das finde ich irgendwie witzig. Ähm, ich glaube, die Offhand ist, glaube ich, ganz gut. In der Offhand funktioniert das. Wenn du die Bögen... Äh, die Pfeile in die Offhand packst, dann werden die genommen. Soweit ich weiß, ne? Buddy. Warte, ich habe gerade ein anderes Problem. Okay. So, okay. Hallo? Sag mal, wie viele Follower habe ich eigentlich gerade? Kann das mal jemand gucken? Ich sehe das nämlich selbst nicht. 49. 49. Ähm, Elementar-Wodka. Ähm, ich weiß nicht, wenn du Interesse hast an einem kleinen Follow oder so, ich würde mich freuen und, weiß nicht, klinge ich jetzt sehr, sehr, sehr anbietend, sehr, sehr bettelnd. Nö, wieso? Bis ganz knapp vor der 40er, vor der 50er. Weil die 50 bedeutet... Ja, Cube Master, genau. Ich komme mir gerade ziemlich dämlich vor, das sozusagen, aber mir fehlt nur noch einer. Ja, mir fehlt, mir fehlt nur noch einer. Und dann kann ich, dann kann ich Affiliate-Bahn tragen und dann, und dann, dann könnte ich das machen. Und dann wäre ich durch und dann wäre ich... Im Übrigen, ich könnte mich auch verloren, ja? Der Buddy hat da keine Scheu, der ist so cool in diesem... Alter, deswegen hast du so viele Follower, deswegen läuft das bei dir rund. Du hast einfach Eier. Also, Buddy, Buddy könnte auch verloren. Buddy, Buddy ist hier... Ich mache das... Ich mache das hier im Übrigen... Ja, ich bin rad, dass du followst mich gefälligst, hallo? Er ist übrigens Mod auch bei mir im Stream, also... Er ist überall Mod, auch bei meinem Discord. Weißt du, er achtet mal nicht drauf und zack, ist der überall Mod? Ich kriege ihn nirgendwo mehr raus. Na, naja, sei drauf. Habe ich Mending-Villager? Ich habe noch nicht mal einen Villager. Ja, Mending-Villager. Mending-Bücher kann man, glaube ich, auch so kaufen. Also, brauchen wir ja keinen Villager. Doch. Kisten mit Leuten, die... Ja, oder du hast einfach Leute. Ja. Also, Mending-Bücher sind, glaube ich, gar nicht so selten hier auf Adania. Muss man ein bisschen rumfragen und irgendjemand hat immer mal ein Buch zu verkaufen. Oder zu tauschen gegen irgendwas anderes. Ja, 800 Euro bei mir. Ich hätte sogar auch noch ein Mending-Buch irgendwo. Nur, wer meine Streams schaut, der weiß, ich bin etwas chaotisch in diesen Dingen und ich müsste es erst suchen. Der kann schnell... Ja, das ist gut. Das ist ohne Mist. Es kann halt nicht jeder so ein tolles System haben wie ich. Das ist Alchemist. Werbung, Werbung. Quatsch. Echt? Weil die Daffel ist die stärkste, die es überhaupt gibt in Minecraft. Sie macht so viel Schaden und ist halt eine Distanzwaffe. Äh, in Discord adden. Ähm, du musst einfach nur den Server suchen. Da komme ich jetzt so... Wenn du drauf bist... Und du kannst auch auf meinen Server, obwohl... Und wenn du auf meinem Server bist, kannst du mich auch jederzeit adden. Du musst nur irgendwie auf die Server kommen. Von dort kannst du uns alle instant adden. Genau, du kommst auf den Server, gehst in Raum 1, hast du keine Berechtigung, hast aber du hast vor allem nicht eine Berechtigung. Und dann kann ich dich auch hier in Raum 3,7 reinziehen. Ich finde den nicht. Kannst du denn nicht einfach auf den Discord.adania.de-Link klicken oben, beim Tollibot? Ich weiß nicht, also geht das denn nicht? Weil eigentlich müsste dann, auch bei dir auf dem Handy, müsste dann die App starten und dann bist du eigentlich sofort auf dem Server drauf. Entweder das, oder wir machen jetzt einfach folgendes, und zwar schicke ich dir den... Oder Buddy schickt dir noch irgendwas, okay. Schicke ich dir jetzt einfach mal diesen, dieses Seite von der Link. Okay, das ist der, genau, das ist der nicht aufgelöst, also das ist der bereits aufgelöste Link, der hinter Discord.adania.de steht. Vielleicht hilft dir das ja eher. Wieso ist bei dir Elementar-Wodka eine andere Schriftart? Wie geht denn das? Ah, hier, muss Frage fragen, was habe ich denn hier? Wow, wie hast du das denn gemacht, Elementar-Wodka? Ja, das ist eine gute Frage, Mann. Wie machst du denn sowas? Ich bleib Alchemist, der kann schnell abhauen, ja, das ist gut. Poo frag mich nicht, wie genau sag ich den Bogenbild, der Pfeil er nimmt. Achso, das war das hier. Es gibt einen Mod mit Fancy-Chat, bitte. Wow. Echt, das ist eine Mod mit Fancy-Chat? Wie cool ist das denn? Das ist, das ist, das ist lässig, oder? Das ist eine coole Mod. Wow. Okay, das ist cool. Das brauche ich auch. Ja, ohne Mist, damit fällt man auf. Fancy-Chat, ich schreibe es mir auf. Ich schreibe es mir auf. Da hast du ja was in unsere Runde geworfen. Fancy-Chat. Ja, ja, ist notiert. Alles klar. So, also, zur Mob-Arena, wie ihr hinkommt, ja. Im Chat einfach M-A Join Temple. Ach, Tempel, auf Deutsch. M-A, oh. So, M-A Join Temple. So, wie ich es jetzt hier geschrieben habe. Wie komme ich zur Arena? Wenn du das eingibst, dann wirst du hier bei uns spawnen, ja. Und dann gebe ich dir ein bisschen Kohle, damit du dir auch, obwohl, kommst du überhaupt rein? Ich gebe dir ja schon mal direkt Geld. Weil du musst 20, äh, bezahlen. Pay. Und dann, Elementar-Wodka. Ich gebe dir mal. So, ich habe dir mal 160 Euro gegeben. Du hast einen Frauen-Skin. Aber du bist schon, du bist schon ein Kerl. Hast aber einen Frauen-Skin. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich, ne. Ist ja gar nicht ungewöhnlich. So, du hast jetzt Tier mit 0 Euro. Ne, hol dir den hier. Hol dir Tier 3. Ich habe dir ein bisschen, äh, Kram zu geben. Hol dir das hier. Das ist wesentlich stärker, das Zeug. Ja, ich habe auch den Frauen-Skin. Ich bin ein weiblicher Zwerg. Ja, das, das, äh, das, äh, stimmt sogar. Was? Woher weißt denn du das? So. Genau. Also die Rüstung hier sind, die sind, äh, die sind geil. So, okay. Wenn ich auf Einladung annehmen klicke, kommt bei mir Webseite nicht verfügbar. Echt jetzt? Fast. Okay, das ist natürlich, ja, Sekunde. Ich guck mal. Und dein Name ist auch hier. Eins, zwei, vier, drei, sepp, äh, Raute, sechs, acht, fünf, neun und so ein Kram. Kannst du ihm eine, obwohl, hast du ihm gerade eine Direkteinladung geschickt? Ja. War die? Ja, das war die von, das ist die von Natanja höchstpersönlich. Das ist eine Direkteinladung? Das, das klappt nicht? Das ist jetzt gut. Das ist jetzt auch Handy, ne? 20 Sekunden sind vorbei. Oh. Kaili du jour. Hier wird nicht Französisch gesprochen. Ich wollte ganz sagen. Ich kein Französisch. Das kann ich nicht. Äh, bonjour, garage, blamage. Äh, na. Eternal Monk. Juhu. Oh Gott, das wird eine, das wird eine fette Runde. Da, da hat es einer drauf, glaube ich, ne? Da, da, da hat es einer drauf. So, Elementarwodka und, äh, Q-Master. So, ich. Jetzt, Sepp kommt nicht drauf. Das ist doch nicht zu fassen. Was sollen wir da machen? Ich guck nochmal schnell, was ich hier machen kann. 1, 2, 4, 3, Sepp. Und das ist wirklich der Name. Mit dahinter halt dieser, diesem Raute 6, 8, 5, 9. Kann dich nicht finden. Ich kann dich nicht finden. Can't find you. Das ist ein Ding. Meint ihr nicht, der hieß ja anders. Was hast du geschrieben, wie du heißt? Ah, so, Moment. SR 14109. Ah, okay, sorry. Ja, ja, nee, nee. Ich gucke nochmal, ich gucke nochmal, ich gucke nochmal. Sorry. Auch das nicht. I love cookies. Ja, ich versuche dir gerade eine Freundschaftsanfrage zu schenken. Meine Mutter ist dein Bus. Ach, der Ludi-Jur, was ist denn das? Hokus pokus, meine Mutter ist ein Bus. Alles klar. Ja. Aber hey, du kannst, du kannst wenigstens deinen Namen noch sprechen. Konnte ich das? Ja gut, das ist, das ist nicht schwer. Aber ich finde dich nicht. Ich finde dich nicht. Sepp, ich finde dich nicht. Ich weiß nicht, ich gebe die Sachen hier ein, aber auf die Schnelle. Leider haben wir nichts gefunden. Okay. Auf meinen Server wirst du ja auch nicht kommen, oder? Ich weiß ja nicht, vielleicht liegt es ein... Das geht bei mir nicht. Discord geht bei mir nicht. Ich bin nicht, was? Ich mache mir fast sicher, dass ich das... Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen bei uns. Eternal Monk. Moin, da haben wir schon mal den ersten hier. Aber nicht Sepp. Jetzt fehlt noch Sepp. Kannst du unten, wenn du runterscrollst, unter meinem Stream-Bild, da unten habe ich einen Link, so einen Discord-Link. Du musst auf das Bild draufklicken, wo Discord draufsteht und dann solltest du eigentlich zu mir reinkommen. Ja, Cubicoster, Links darf man nicht posten. Das macht mein Bot. Der holt die automatisch weg. Da kann ich gar nichts gegen machen. Ja, ganz schlimm. Deswegen, also diese Links musst du dem Buddy schicken oder so. Ist nicht schlimm. Ach Gott, ist nicht schlimm. Wie gesagt, mein Bot holt die nur einfach weg. Also, ich habe es eigentlich mal etwas milder gestellt, aber er nimmt trotzdem alles weg. Diktatur. Ja, das ist einfach heißkalt. Bei mir kann man alle Links verteilen. Ich dreh schlitte dann einfach aus dem Stream raus. Ich weiß, Cubic. Ich weiß, das ist auch nicht schlimm. Also, ich vertraue da auch schon und bisher habe ich da auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es ist einfach dieser Bot, der das automatisch macht. Ansonsten einfach Buddy per PM schicken oder mir per PM. Also, mein Discord-Name ist einfach Freyag. Einfach Freyag und meine Nummer. Ja, wo? Das muss ich gucken. Das muss ich gucken. Irgendwo habe ich das hier drauf, oder? Immer dasselbe. Keine Links. No Links. Na, dann ist ja gut. Ich habe nur drei Follower auf Twitter. Ich habe keine Ahnung, wie man Leute da erreicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin dran, Sepp. Ich weiß nicht, wo schaut man die Sachen denn nach? Wo schaut man das denn nach? Ich habe das jetzt einfach nicht parat gerade. Weil es so selten von mir gefordert wird, dass ich dann noch... Weil der Discord-Server meistens eigentlich reichte so nichts mehr. Mikro Now, danke für den Follow. Jetzt geht es aber los. Jetzt habe ich erst schon 51. Jetzt habe ich 51. Danke. Wo kriegt man diese Nummer her hinter den Namen? Wo kriegt man sie her? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auf... Naja, wenn du auf Discord bist, tust du unten. Links steht dein Name. Ganz unten. Und unter dem Namen ist ein Hashtag. So ein Kreuzchen. Nein, das ist nicht zu sehen bei mir. Das ist nicht zu sehen bei dir. Das ist nicht da. Ich habe kein Hashtag. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Dann gehst du auf Einstellungen. Schau doch einfach mal. Sepp, schau doch bitte einfach mal. Einfach nach Freyag suchen. Und ich glaube, so viele sollte es nicht geben. Und mein Avatar-Bild kennst du ja. Man sieht es ja im Stream unten rechts. Das musst du finden. Kannst du das mal versuchen? Deswegen sage ich, es ist ganz schön übel. Also ich habe das... Ich fand das schon immer etwas kompliziert bei Discord. Ich fand es schon immer kompliziert. Hey, gratulierend, jetzt sind 51 Follower. Jetzt kannst du Affiliate-Waden werden. Ja, ich kann es beantragen. Geil. Wahnsinn. Dankeschön. Ich sage jetzt einfach mal, das war mein Verdienst, weil ich dafür gesorgt habe, dass Leute dich folgen, weil ich so aufdringliche Werbung mache. Das ist alles geplant. Elementar-Wodka, du kannst einfach hier auch auf den Server von Adania kommen, wenn du draufkommst. 4897. Ah, schön. Da hat es jemand herausgefunden. Oh Mann, kann man dann auf meinen Namen klicken oder so und kriegt das dann angezeigt, wenn man aufs Profil geht? Ich bekomme es nicht mal in meinem Profil zu sehen. Also, ich sehe meine Nummer nicht. Ich muss sie mir mal aufschreiben. Aber danke. Danke, Cubicosa. Warum ich sie nicht sehe, ne? Das ist echt Discord. Und das Witzige ist, ich kopiere mir jetzt wirklich meine eigene Nummer von dir hier aus dem Stream heraus und speichere sie mir mal ab. Dass, wenn ich nochmal gefragt werde, ich nicht wie ein Depp hier stehe und einfach überhaupt nicht weiß. Ne, das ist meine. Oben ist jetzt meine, Sepp. Cubicosa hat die von mir gerade. Komm zu uns auch den Server. Discord. Hier ist es wunderschön. Ja, Adania ist wunderschön. Da gibt es allein Katring in die große Stadt. Allein mit dem Keller. Herrlich. Und dein Keller ist auch herrlich. Ballis Keller ist wunderbar. In meinem Keller sieht man die Sonne auf und unter gehen. Geht nur nicht alleine dahin. Ja, immer Begleitung. Ja. Sag Badis Keller. Gruselig. So, okay. Und wenn ihr alle soweit seid, wenn ihr alle fertig seid. Ich glaube, Sepp, du willst ja nur mitquatschen, aber nicht mit spielen. Dann haut hier auf diesen Block drauf. Danke, Elementar-Wodka. Danke. Ich habe gelernt, Komplimente einfach mal anzunehmen. Und ich höre es gerne. Vielen Dank. Was mache ich dann, wenn ich aus der Arena draußen bin? Dann lade ich dich gerne in meine Gilde ein. Ja, ja. Wenn ihr eine Gilde wollt. Wenn ihr eine Gilde wollt. Buddy hat. So, okay. Hier kommt jetzt Welle. Um Welle kommen die Viecher. Es gibt einen Kill-Counter. Macht uns stolz. Sterbt nicht so schnell. Das ist ganz wichtig. Wichtiger als viele Kills machen. Lieber Herr Zombie, kannst du dich bitte von mir verziehen? Ich möchte dir nicht wehtun. Ich möchte, dass du dir alle anderen wehtust. Also warte, das ist gar nicht Zeit mit Delet. So. Und wir haben auch immer wieder Endbosse hier. Und wir können hier sogar Adania-Euronen verdienen. Oh, verdammt noch eins. Ich bin so ein Trottel, ne? Jo, Gemütlichkeit. Du findest, finde dich nicht. Sag mal, du hast aber Discord, ne? Wir reden doch mal über Discord. Sepp. Das ist ja gruselig. Ich bin, glaube ich, nicht hitten. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht habe ich das mal so eingestellt, dass man mich nur kriegt, wenn man... Wenn man mich über einen Server oder sowas anfragt. Das ist doch nicht zu fassen, ne? Dann mach mal Buddy. Dann frag mal Buddy an. Der Buddy ist jetzt in der Mob-Arena. Und bewegt sich jetzt hier auf sich nicht raus, will ich. Ach, Sepp. Mann. Du machst mich fertig. So, wie viel habe ich denn? Ich bin auf Platz 3 mit 10. Boah, Elementarwerk, Alter, du gehst ja ab. Da haben wir so einen, da haben wir einen Killer. Na wohl, was? Oh, es hat noch zwei Adapons. Oh nein, ich bin in die Lava gefahren. Ich, jetzt bin ich in die Lava gefahren. Wie schrecklich. Ich sterbe. Du stirbst wirklich? Ja, jetzt sterbe ich aber. So. Bist du echt schon? Du bist echt tot. Und, ach Buddy, warum? Das war aber ein schnelles Ende. Dann kümmere ich mich... Ja, dann kümmere dich mal um Sepp. Kümmere dich jetzt mal um Sepp jetzt richtig. Ich glaube, Sepp, das hat er für dich gemacht gerade. So. Achtung, die explodieren und sind fies. Autsch, verdammt noch eins. Wer ist denn noch mal auf Dingsbums? Autsch. Wer ist Sepp noch mal auf Discord? Ich hab den Namen durch den F5... Sepp, kannst du das noch mal... Er hat es nochmal geschrieben. So, hier oben können wir uns so ein bisschen versammeln auf diesem Häuschen. Das ist ganz praktisch. Gucken wir mal, ob ich finde. Wir sind... Wir sind immerhin professionelle Typen hier auf dem Server. Wir können das... Wir sind professionelle Streamer und... Und, äh, selber. Ja, das ist ein One-Hitter. Kannst du mit einem Hit, kannst du die platt machen. Man darf sich nur nicht treffen lassen, weil die immens viel Schaden machen, also... Zumindest die Magma-Slimes später. Boah, Elementar-Wodka zieht von dannen mit den Kills. So, und jetzt wieder hoch. Wenn der letzte platt ist, dann... Ähm, 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 ähm... Hier, Freunde... Und hinzufügen... Oh, Heel. Wenn wir diesen Namen... Aber, Sepp, wie kommt man auf so einen Namen? Ich weiß auch nicht. Okay, ohne... Warte, ohne den Hashtag dahinter finde ich dich nicht. War das der letzte? Ja, das war der letzte. Oh Gott. Also, ich brauche den Hashtag dafür, dass ich dich auch finde. Ja, muss den Hashtag nochmal. Ich hatte den eben. Ich kann's leider nicht. Ich muss mich hier ein bisschen verteidigen, sonst... ...hol ich mich hier weg. Ach, ist das alles ein Gefummel hier, ne? Ich finde... Oh Gott, oh Gott. Autsch. Autsch. Ah, da ist er. Da ist der Hashtag. So, Sepp, jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht. Jetzt musst du aber wirklich... Jetzt musst du es aber wirklich mal schaffen hier. So. Okay, sieht gut aus. Oh, wir haben den Boss. Ähm, der kann teleporten. Am besten, wir gehen ins Wasser. Derjenige, der von ihm jetzt angegangen wird, ist das Target. Also, einfach mal ins Wasser gehen und dann kann er nicht mehr so teleporten. So, ich hab dir jetzt ne Freundschaftsanfrage geschickt. Das heißt, ich sollte... ...sollte der in jedem Moment hier auftauchen. Also, ich meine auch, je weniger wir sind, umso weniger Leben unter was haben wir. Oder weniger Mobs kommen. Das heißt, die Mob-Arena orientiert sich schon so ein bisschen an der Anzahl der Spieler. Es ist eigentlich nicht umgekehrt. Die mehr Leute, wir sind's, desto weniger sind sie. So, dann haben wir ihn hier. Dann kommen wir zu... Dann machen wir jetzt mal auf diesen hier. Wo ist er? Oh, hier ist er. Was ist er denn? Sollte jetzt eigentlich jeden Moment hier auftauchen im Channel. Okay, Sepp, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Einen wunderschönen guten Abend. Ist er schon da? Ich seh ihn nicht. Ich hab das voll... Momentan nicht. Und jetzt klappt sein Mikro nicht. Nicht. Ich mach's im Moment. Ich öffne mir's mal. Zurück zum Spiel. Oh ja. Komm her, Kleiner. Na, komm schon. Was? Ja, der Letzte, der auf ihn draufschlägt, wird nochmal speziell erwähnt. Gibt's dann auch eine Belohnung, Buddy? Für den Letzten? Oder ist es nur eine Erwähnung? Das ist eine gute Frage. Ja, dann ist es zumindest mal Prestige. Also... Jetzt hab ich Eternal Monk geschlagen. Ich dachte, du wärst der Kleine. So, jetzt... Das ist ein bisschen aus dem Licht jetzt. Aber er spricht nicht. Nee, er spricht nicht. Du sprichst nicht, Sepp. Du sprichst einfach nicht mehr. So, heiße Phase. Wer macht den letzten Schlag auf den Kleinen? Der hat ja ohne Sünde. Der macht ja den letzten Schlag. Aber Buddy, du bist doch schon teure. Wo ist er denn? Ihr habt den vereinnahmt. Da nimmt den jemand mit. Der Metaporker nimmt ihn mit. Genau so, wie du bist, machst du alles richtig. Hab ich gerade in meiner Sokette geschummelt. Freyag, versetze den Gnadenstoß. Tja, das... Los, versetze eben den Gnadenstoß. Ich hab's eigentlich fast gar nicht verdient. Aber ich hab mich jetzt nochmal dran vorbeigeschummelt. Na, komm hier. Bogenschützen zuerst. Und Slime ist natürlich auch. Ach, komm schon. Wer schießt denn da? So. Ja, ich. Nein. Okay. Ich komm mal hoch. Ich komm mal hoch. Von hier oben ist es immer ganz gut. Achtung, Creeper macht man schaff. Man kann dich leise hören. Was? Jetzt hört man dich laut und deutlich. Oh, danke für den Heal. Jetzt hört man mich endlich. Jetzt höre ich dich auch. Ja, ja, dann hört ich halt. Okay. Oh Gott. Okay, Moment. Ich komm auch gleich wieder runter. Ich mach ihn kurz noch ein kleines bisschen bei mir lauter. So, jetzt solltest du sogar überdeutlich zu hören sein. So, dann sag nur was. Was? So, was soll ich denn sagen? Dann hast du deine Lebensgeschichte erzählen oder sowas. Keine Ahnung, wie du willst. So viel Zeit, wie du hast. Erzähl. Oh Gott. Die Creeper sind übrigens... So lange habe ich auch nicht mehr Zeit. Aber dir hört man aber auch nur zähl, dass du Österreicher bist. Ja, ein ganz bisschen. Ja, ein bisschen. Oder ich bin das so von Buddy mittlerweile gewöhnt, dass ich das überhaupt nicht mehr raushöre. Also ich habe das bei den ersten Worten nicht verstanden, dass er Österreicher ist. Ja, das lässt sich irgendwie ahnen, ne? Ahnung ist es. Ja. Wenn du merkst, dann ist es aber auch schnell. Oh, diese Scheiße. Oh Mann. So, und jetzt noch sowas hier. Okay. Autsch. Das ist auch schon mal kurz in die Sorgestion Box. Und dann liest man, bleib genau so, wie du bist, du machst alles richtig, perfekt. Ja. Du kannst auch spenden, du müsstest mich so ein bisschen gegen beschreiben. Weißt du, wer das geschrieben hat, Buddy? Das warst du. Ja. Warst du das auch? Ja, ich war's wirklich. Ich wollte eigentlich, dass mein Name noch dran steht, aber ich habe mich für diese App noch nicht aktualisiert, also noch nicht freigeschaltet. Und dann dachte ich eigentlich, dass dann schön mein Name drüber steht. Und dann stand er einfach nur anonym. Da habe ich mir mal gedacht, komm, okay, lass stehen. Aus welchem Bundesland kommst du eigentlich? Aus welchem Bundesland kommst du eigentlich? Aus welchem Bundesland kommst du eigentlich? Ja, Sieb. Oh, come on. Eigentlich müsste ich schon lange pendeln, aber... Kein Bock. Nein, meine Frage war, aus welchem Bundesland du kommst. Ach so, auch aus Oberösterreich. Nice. Nice. Wie weit von Lind sind Sie während? Ich glaube... Knapp eine Stunde. Eigentlich auch so weit. Kann sein. Come on. Lindnis. Ach ja. Ist der hier irgendwo drinnen? Ja, mir geht die Milch aus. So, dann schießen wir mit Pfeil und Bogen und such den mal. Wo ist denn der Kerl? Da oben haben wir noch welche. Aha. Der geht... Ja. Ja? Ich habe nur 40 Minuten nach Salzburg. Also... Fast an der Grenze. Wow. So, denk dran, wenn die platt sind, ne? Dann müssen wir ziemlich bald uns dann zurückziehen wieder auf die Dächer rauf, weil jetzt kommen langsam richtig harte Wellen. Okay. Und ein bisschen zurückziehen. Es gab viele eine Belohnung. 15 Euro. Und so bekommt man die Kohle auch wieder zurück, die man jetzt hier investiert hat. Ein kleiner Tipp, so als ehemaliger Einsteiger. Am Anfang kannst du gut Geld verdienen, indem du dich einfach bei anderen Mob-Arenen einfach mit reinklingst. Dir dann vielleicht nicht gerade den, äh, so ein Tier Null-Rüstung holst du dir vielleicht dann. Und verdienst mit jeder Welle, die du einfach nur flüchtest und dich zurückziehst, immer 15 Euro. Also damit kann man ein bisschen was verdienen. Und spielt nicht alleine. Und spielt nicht alleine. Und spielt nicht alleine. Okay, dann weiß ich... Okay, dann weiß ich schon, wie ich spielen muss. Ja, das ist der Tipp. Der Pro-Tipp. So verdient man sich dann den ein oder anderen Euronen. Aber ist natürlich nicht viel. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum die Leute mich immer bei meinem Dienstnamen ansprechen müssen. Ich heiße... Ich heiße... Warte, Gott nennt mich nur meine Bediensteten. Verdammt! Es hat mich... Es hat mich... Es hat mich ein bisschen angegriffen. Ja... Ja... Tot. Ja, ja... Im Stream sieht man es immer ein kleines bisschen Zeit versetzt, also... Ja, ich bin tot. Ja, ich weiß. Ich bin, ich bin leider tot. Ah, verdammt doch eins. Aber okay. Dann können wir jetzt dann eigentlich gleich wieder bei X-Masch weiterspielen. Also, Elementar-Wodka geht ja ab wie Schmitz-Katze, ne? Hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Kein Event verpassen. Folgefrage auf Twitter. Ja, Twitter ist deswegen cool, weil man darüber wenigstens mal informieren kann, ne? Es fällt... Es ist echt schwer, wenn du halt streamst und irgendwie das deutlich machen willst, so ich streame gerade. Das ist echt nicht simpel. Voll die Herausforderung. Wie macht man das deutlich? Wie oft habe ich jetzt schon gehört, wie du hast gestreamt? Tja. Auch auf Facebook. Wer nichts verpassen will, ne? Macht bei Twitter. Ich postet auch keinen Scheiß, sondern wirklich nur, wenn ich streame und, äh, wenn ich ganz wichtige Informationen habe. So, ihr schafft das, Jungs. Ihr schafft das. Boss. Das ist dieser fliegende Scheißer. Du kannst es im Übrigen auch auf YouTube das noch einstellen, dass du jetzt da noch hier hinschreibst. Hey, ich streame heute nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei YouTube geht. Ob man da wirklich dann so ohne weiteres einfach was hinschreiben kann. Bin mir da nicht sicher. Ich habe es mir angekommen. Na ja, Kronkern das auch. Und ich glaube nicht, dass man irgendwas hinter braucht. Doch, ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie irgendwas Spezielles für braucht. Ich weiß nicht, ob man dafür schon irgendwie, äh, also die tausend Abonnenten braucht oder so. Weil ich konnte es nicht. So. Kann es jemand anders. Ich weiß nicht. Ich konnte es nicht. So, drei Sekunden Video. Ich bin jetzt live. Ja, ohne Mist. Ich habe so Ankündigungen des Videos, habe ich eine Zeit lang gemacht. Ist aber wirklich ein bisschen viel Arbeit. Und vor allem, wenn man zwischendurch auch nochmal streamen möchte. Weil jetzt habe ich ja genügend Follower und kann jetzt den Affiliate-Status beantragen. Das heißt, jetzt ist mir das eigentlich egal, wie viele Leute meinen Stream schauen. Das stimmt nicht ganz. Also es macht nicht mehr Spaß, wenn Leute schauen. Aber im Endeffekt kann ich jetzt laufen lassen. Es spielt keine Rolle mehr, weil die Statistik nicht mehr so eine Rolle spielt. Egal, es ist mir natürlich nicht. Ich finde es natürlich schön, wenn Leute zuschauen. Alles klar. Macht ja auch Spaß. Ein Freund von mir war immer auf Twitch an Livestreamern. Dann ist er auf YouTube gewechselt. Das Schlimmste ist, er bekommt fast jede Woche, also er hat jetzt schon wieder drei Strikes wegen Beleidigungen und so. Weil er jetzt die ganze Zeit von Twitch gewinnt ist. Ja, okay. Alles klar. Geht zu YouTube und wird nur noch gestrikt. Na, Twitch ist... Ja. Ach, Cube. Ach, Cube. Dich hier oben zu sehen, macht mein Herz schwer. Mann. Du gehörst da runter. Cooles Outfit. Ja, der Boss dauert jetzt ewig, ne? Ihr müsst ihn echt treffen. Das dauert ewig. Ich hab mich übrigens immer noch verloren auf... Hier, äh... Das ist so... Ja, ja, ja. Ich muss auch mal so ein Ausrufezeichen Buddy einrichten, ja? Damit dein Kram angezeigt wird. In meinem Chat. Ja, genau. War eine gute Idee. Da hast du es ja auch bei dir drin. Das finde ich gut. Nicht eine gute Idee. Soweit hab ich gar nicht gedacht. Streamst du eigentlich gerade, Buddy? Ich frag... Nö. Ne? Achso. Ich hab heute keinen Kopf mehr für streamen. Streamen erst vielleicht. Nein, morgen definitiv nicht. Oder doch? Wer weiß das schon? Ja, mein nächster Stream ist am Samstag, 20.15 Uhr. Ja, das muss ich mindestens mal erwähnt haben. Schön Samstag, 20.15 Uhr. Ja, für manche mag das ein sehr unfassender Termin sein. Für diejenigen, die Kopfschmerzen haben oder so. Aber irgendeinen Termin muss man ja finden. Und so kann man schön freitags weggehen und dann samstags streamen gucken. Oder streamen. Also das Gute bei dir ist ja auch, die Leute können es nachgucken. Ja, ja. Bei mir ist es einfach... Bei mir ist sonst immer Sonntag der Zocker-Tag. Man kann einfach chillen und man macht einfach nichts. Ja, ist wahr. Weil, wer macht bitte was am Sonntag? Ja, okay. Ein paar gehen wohin, aber... Taxifahrer. Ja, Sonntag ist schon ein schöner Streamtag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann zum Beispiel sonntags mittags oder so eher mal den Stream anschmeißen würde anstatt abends. Das könnte ich mir vorstellen. Gerade sonntags ist ja wirklich immens chillig. Der Typ macht das genau richtig. Schön nach unten schlagen. Wer ist das nochmal? Eternal Monk, meinst du? Ja. Da kommt er. Ist jetzt in der Kamera. Hallo. Ja. Okay. Zwei haben es drauf. Das läuft gut. Das läuft sehr gut. Elementarwort gar Wahnsinn. Ganz frisch auf dem Server, aber hat es voll drauf. Ja, wenn man PvP kann, ist das eh... ...sieh. Ja, ja. Das kann ich vorstellen. Ich kann PvP überhaupt nicht definieren. Das ist bei Minecraft auch nicht so spannend. Muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es auch... PvP ist bei mir ein paar Mal gut. Dann wieder scheiße. Dann wieder so mittelmäßig. Also Q, du bist mit Alchemist nicht sehr zufrieden. Entnehme ich deinen Worten, ja? Okay. Muss da auch nicht, äh... Muss da auch nicht mehr nehmen. Ja, aber ich meine... So hast du dich wenigstens für die Mannschaft hier beantwortet. Ja. Als Alchemist. Sie ist positiv. Wenigstens bist du Teil der Gesellschaft. Richtig, warst Teil davon. Und immer betrachten. Egal, wie mies du heute wirklich gespielt hast. Egal, wie mies das alles hier war, ja? Keiner war so schlecht wie Buddy. Und daran, daran können wir uns hochziehen. Nicht wahr? Sagen wir jetzt einfach mal... Sagen wir jetzt einfach mal, ich bin nicht gestorben, weil ich hier Sepp reinholen wollte. Sagen wir jetzt einfach mal, ich bin eigentlich... Sagen wir jetzt einfach mal, ich bin nicht der Typ, der eigentlich Bock auf Mob Arena hat. Oh Mann, du musst es üben, Buddy. Du musst es üben. Was üben? Mob Arena. Nein, warum ist das üben? Das macht doch Spaß. Das macht voll Spaß. Damit ich gerade so früh stirbt. Ich meine, aber... Ja, ich bin gestorben. Wie gesagt, ich bin gestorben, weil ich freulich in den Lagerpark gesprungen bin. Da habe ich sogar extra meine Kleidung ausgezogen, damit ich schneller sterbe. Das ist ja... Das ist... Das ist lame, Buddy. Nein, ich hätte deswegen noch... Ich hätte deswegen noch 100 Creeper oder so mitnehmen können. Dann würdest du heute... Dann würdest du jetzt auch nicht mit Sepp reden. Dann wäre es ein legendärer Tod gewesen. Okay, das ist jetzt witzig. Und du würdest nicht mit Sepp reden. Ja, okay. Da hast du dich für Sepp jetzt wirklich mal... Ja. Mal geopfert. Okay, alles klar. Das schaffen wir niemals. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen. Tja, jetzt. Das ist Challenge. Schafft ihr das? Dann würde ich... Also, es ist möglich. Ich habe das schon gesehen, aber du musst es natürlich schon... Das ist heftig. Wir machen ordentlich Damage und du darfst nicht in deren Mitte geraten. Ich bin schon so viel... Ich glaube, dafür sind... Ich glaube, dafür sind die Häuser am besten. Ja. Häuser sind ganz gut. Aber es geht aber auch so. Ich sehe da hinten... Ich weiß nicht, ist das Eternal Monk? Der macht das auch ganz schlau aus. Sich schön da bewegen und an der Seite halten und dann die einzelnen wegsnacken. Was sind denn hier für Fledermäuse? Was zu oben? Die machen Spyder jetzt stark. Buddy? Was? Buddy? Ja? Du bist der einzige Mod, der das kann. Deswegen, du bist das. Bin ich das? Natürlich bist du das. Bin ich das? Ja, natürlich. Oder glaubst du, dass ich das bin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glaube, dass du das bist. Da lebt noch einer. Noch einige da hinten. Wirklich, ich sehe da keine. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich glaube, ihr schafft das. Wir haben das echt geschafft. Also, die ziehen alles durch hier. Das wird Wahnsinn. Aber komisch, ne? Man ist vorher mit 100 Mann da drin und man stirbt so schnell und zwei Stück bleiben irgendwie immer übrig und die ziehen das dann durch bis Welle 75. Ja, ich glaube, zu zweitens. Du meinst echt, zu zweitens ist es simpler? Ich weiß nicht. Nein, das zweite ist das Spiel nicht simpel. Naja, das ist auch knippelhart. Ja, am Anfang ist das blöd zu zweit, aber dann jetzt so, glaube ich. Ja, vielleicht so. Aber ich glaube, jetzt wird es ein für sie. Nicht mal. Ja, siehst du. Die Leute haben mir im Übrigen auch nicht auf mich. Ich bin im Übrigen Moderator hier bei Freya. Und ich habe schon oft gesagt, ihr sollt meinen Kanal abholen. Ihr sollt meinen Kanal voll oder weiter. Niemand hat das gemacht. Oh Gott, gleich kommt die Bannkeule. Regel Nummer vier. Das hört auf die Mods. Ja, ja, ja. Du bist überall im Ort bei mir mittlerweile. Überall. Ich habe gar nichts mehr, außer vielleicht eine Webseite. Ansonsten bist du überall im Ort. Gut, auf der Webseite habe ich auch überhaupt keinen... Da würde ich mich auch nicht auskennen. Man merkt richtig, dass es stressig wird. Elementar-Wodka schreibt auf Abs... Das musste schnell gehen, das Tipp. Ganz schnell. Stu Wayne ist schlafen gegangen. Gute Nacht, Stu Wayne. Nacht, Stu. Ist er noch da? Ich weiß nicht. Ich schreib's nochmal. Die Viecher machen fast One-Head. Ja, die sind brutal. Die sind mega brutal. Also an denen bin ich jetzt schon einige Male gescheitert in der Mob-Arena. Einige Male. Vor allem, wenn die wirklich dann mal anfangen zu explodieren und dann so eine Riesenwelle kommt oder die noch in dir stehen, da kannst du blocken, so viel du willst. Dann hol die dich weg. Du konntest den Chat wegmachen. Ja, abgemacht. Ich könnte ihn aber ganz wegmachen, ne? Nee, das sollst du nicht machen. So, wisst du was? Ich werde mich jetzt mal langsam verziehen. Das ist so, wie du willst. Willst du nicht noch herausfinden, was hier los ist? Weil hier nach der Mob-Arena gehe ich. Dann hau ich auch. Es ist zu spät schon. Dann gehen wir alle schlafen. Ja. Ja, und ich habe diese Räume auch. Ich muss morgen um 14 Uhr auf Arbeit sein. Ja, ich habe morgen 14 Uhr auf Arbeit. Ich muss heute in vier Stunden auf Fisch gehen. Ach du Kacke. Ja, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich habe Urlaub. Kubi hat Urlaub. Oh, das ist schön. Das freut mich richtig. Ich hatte heute frei. Gestern so. Ich war dafür Montag bis heute krank. Das ist auch nicht gut. Ja, kein Problem. Ich konnte gestern um 7 Uhr morgens anfangen zu streamen. Ja, das ist hingegen krank? Krank und dann streamen? Wirklich? Ich bin gestern aufgewacht und dachte mir, du machst mal einen Probestream, wenn es gut geht. Dann kannst du später auch nochmal streamen. Und ja, es ging gut, also konnte ich streamen. Okay. Was hattest du denn für eine Krankheit? Schnupfen. Wow. Naja, hast die Kollegen nicht angesteckt. Das ist doch gut. Und manchmal muss es auch mal sein. Ich habe keine Kollegen auf Arbeit. Da bin ich 90% der Arbeitszeit alleine. Hm. Was war das noch, was du arbeitest, wenn ich fragen darf? Was war das noch? Du hattest das mal gesagt. Ich arbeite in einem Comic-Book-Laden. Also in einem Geek-Laden. Nerd-Laden. Okay, okay. Aber du hast einfach gesagt, du gehst hin, bist nicht hingegangen. Dann hat keiner gemerkt, dass es überhaupt niemand da war. So ungefähr. Okay, okay. Und worab endest du? Bei welcher Firma meinst du? Ja. Meinst du jetzt mich oder hast du nochmal Buddy gefragt? Ich. Ich bin selbstständig. Ich. Ich bin selbstständig als Web-Entwickler. Oder Software-Entwickler im Allgemeinen. Nicht nur Web-Software. Okay. Selbstständig heißt, dass du von selbst stehst, ne? Selbst und ständig. Ständig selbst. Ja, er macht alles selbst. Und stehe. Ne, stehen nicht. Ich ziehe das wirklich voll gut durch, die zwei. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte eigentlich, okay, gucken wir doch locker das Ende hier. Ganz chillig, Cube. Aber irgendwie, die ziehen es echt durch. Was haben wir denn jetzt in Welle? 26? 27? Also gut, ich hau mich jetzt aus. Okay, ich glaube, wir hauen jetzt alle weg. Alles klar. Gute Nacht, Buddy. Haut rein. Bleibt brav. Und ganz wichtig, dass du morgen vielleicht auf YouTube aufgelöst. Vergesst niemals. Was? So, das ist so ein Sack. Gute Nacht, Buddy. Schlaf gut. So, was ist hier? Mit wie vielen Jahren sagtest du, bist du selbstständig? Ich? Ich bin Ü30. Ich bin sogar schon Ü30. Und selbstständig. Immer noch. Seit 2004 bin ich selbstständig. Ich bin Ü10. Ü10. Alter, die haben die alle platt gemacht. Guck dir das an. Da ist ein Slime übrig. Das ist doch nicht so... Wo schon so lange? Ja, schon so lange. Dieser... Ist er noch da oben? Nee. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja. Wo ist denn hier noch mit jemand? Okay, sie haben gefunden. Wahrscheinlich... Oh Gott. Du hast gesehen, die sind jetzt alle genau da gespawnt, wo die Spieler sind. Ich glaube, du siehst das ja immer ein bisschen zeitversetzt. Aber genau da, wo die Spieler sind. Man muss also immer in Bewegung bleiben. Das ist so einer der Haupttricks dabei. Boah. Elementarwort gar gespickt mit Pfeilen. Ja. Schau mal, wie schnell da waren gerade noch... Keine Ahnung, wie viele da noch gerade noch waren. Alter, schwer. Es geht so schnell, ne? Ja. Ja. Oh, für ein Ding wird das jetzt. Das ist übel, weil wenn dich da die kleinen Spinnen erwischen, dann siehst du nichts mehr. Dann musst du diese Kackmilch trinken. Und dann kannst du dich irgendwo darüber porten könntest und dann von einem anderen Blickwinkel du dir das siehst. Ja, für gewöhnlich. Also, wenn wir das Ganze hier ein bisschen früher gemacht hätten, also wenn jetzt erst so um die 11 Uhr rum wäre, dann könnten das die Admins auch machen. Haben sie auch schon oft genug. Mir dann Fly gegeben und ich konnte dann einfach drüberfliegen und konnte gucken. Ja. Für den Stream jetzt, ja. Das, klar, das ist jetzt ein kleines Sonderding dann. Aber, klar, wenn man jetzt zum Beispiel als Spieler hingehen könnte und könnte hier auf diese unsichtbaren Blöcke, ja, hier sind ja diese unsichtbaren, wenn man hier oben drauf könnte und könnte von oben runter gucken. Das wäre cool, ne? Ach, da oben. By the way, übrigens, QB und Elementar-Wodka, es gibt, wenn das Ding hier rum ist, gibt's noch eine Belohnung. Ja, so die Mob-Arena schüttet also noch ein bisschen was aus an coolen, seltenen oder schwer zu erreichenden Blöcken. Es können auch Dias sein, zum Beispiel. Oder alles Mögliche. So, ein paar Sekunden auf den Server und der eine reißt wirklich an. Fast alles. Wirklich. Das ist unglaublich, ne? Noch keinen einzigen Euro irgendwie verdient, aber hier, ich würde dich den Meister zocken. Wahnsinn. Beindruckend. Ich glaube, der holt sich, der holt sich heute ein bisschen was, weil... Allein die Euronen, die es jetzt hagelt dafür, wenn du Welle für Welle durchhältst, gibt's ja jedes Mal irgendwie 15 pro 2-3 Wellen oder so. Das kommt zusammen, für den Einsteiger sicherlich nicht wenig und nachher noch die Belohnung. Ja, das wäre das. Okay, der Boss ist fies. Ich glaube, der Boss wird hart. Der wird hart. Hat das noch Wirkung auf uns und, ja, wenn sie weiterkommen, obwohl wir schon raus sind? Das ist... Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind wirklich raus und wir gucken nur noch zu. Das heißt, sobald du hier das Ganze verlässt mit Slash M-A-Leaf. Ja, dieses Moment. Slash M-A. Wenn du das eingibst, dann kommst du hier raus und bekommst dein Kram. Also, du musst das nicht anschauen. Ich bin hier, weil mich das jetzt auf jeden Fall interessiert. Da sieht man auch nochmal den Discord-Link jetzt gerade. Will auch wissen, wie weit sie kommen. Ja, ich finde das schon spannend. Vor allem, wie schafft man es denn so lange durchzuhalten? Das ist schon krass. Ich glaube, bei 31 oder bei 32 verkack ich sie. Weil ich glaube, das sind schon richtige harte Mops und so. Wo ich wohne, Kubikasta. Achso, ich habe das jetzt erst rausgekitzelt. Ich halte so Infos natürlich immer so ein bisschen zurück. Aber man kann so sagen, so grob Richtung Köln. Köln, Koblenz, Trier. So die Richtung so. In der Ecke wohne ich dann. Warst du schon mal auf dem Kölner Dom? Ich bin schon mal da gewesen, ja, ja. Nein, warst du oben auch? Ich glaube, der ist Zugspiel. Nee, wie heißt die? Da kannst du auf so einen Turm gehen. Warst du schon mal? Dass ich da in der Nähe war. Aber oben war ich wohl wahrscheinlich nicht. Also ich gehe nicht so gerne auf so eine Ruhe. Ich kriege es hin, aber wohl ist mir dabei meistens nicht. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen mache ich das jetzt nicht unbedingt zum Spaß irgendwo. Ich und mein Freund haben da eine super Challenge gemacht. Wer zuerst ganz oben ist. Yay. Ja, ich sehe nicht so aus, aber ich verschnelle oben als eher. Wir haben um 300 Euro gewettet. Tja, am Ende hatte ich dann 300 plus. Aber kein Foto mehr. 300 minus. An dieser Stelle suche ich einen neuen Freund, der Geld hat. Und langsam ist Rollstuhl bevorzugt. Nee. Nee, ich habe dann von dem Geld einfach... Sind wir dann essen gegangen, haben uns doch was gekauft und so Zeug. Also... Okay, da in der Nähe fahre ich am Freitag. Ach, schau an, Kubi. Was? Freitag. Das ist eine schöne Gegend. Das ist eine schöne Gegend. Schön ländlich hier. Teilweise. Wenn du dich gerade... Ich wohne überhaupt nicht auf dem Land, weißt. Ich lebe nur in Österreich, da ist fast überall Land. So, ich gucke mal, was wurde hier eigentlich noch im Chat so geschrieben. Nichts Upgrade. Welle 32. Alter. Also mal eine ganz schnelle Runde, ne? Eine ganz schnelle Runde. Ist das sicher nicht. Ich komme aus Bayern. Also eine kleine Ecke woanders. Ja, Bayern ist ein bisschen anders. Aber es geht eher Richtung Österreich dann schon. Ja. Ja, die ziehen das einfach durch, ne? Die machen einfach weiter da. Ist das Wahnsinn. Boah, das könnte jetzt schwer werden. Also das davor war auch schon alles schwer, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schwer ist. Ja, aber... Ja, äh... Keine Ahnung. Das müsste eigentlich die jetzt schreiben, ob das schwer für dich. Eternalmon könnte es sogar sagen. Ist ja auch hier im Discord. Ah. Ah, ich glaube, er ist gerade konzentriert. Ja, glaube auch. Glaub auch. Ja, Charge Creeper. Wie ich sie hasse. Und dann auch noch im Wasser. Ich meine, du kannst nicht einfach so wieder nach hinten laufen. Ätzend. Ja. Haben sie auch hinbekommen. So in einem Baum drinnen, so ne... Äh, so einen Punkt, wo du auch einfach hin kannst. Da hinten irgendwo. Dass du es von da auch noch siehst. Das wäre nice. Meinst du jetzt, dass man da hinlaufen könnte? Und dann von da diese Szenerie beobachten? Äh, ja, so. Vielleicht so oben drüber laufen könntest. Ach so, ja, ja. Über das unsichtbare Glas. Oder die unsichtbaren Blöcke sind das ja. Ja, das wäre cool. Wenn man das könnte... Weil du es von einem anderen Blickwinkel und so auch noch machen kannst. Ja, von hier hat man leider nur diese eine Location hier. Das ist alles. Da kommt man nicht weg. Ja. Keine Chance. Gibt nicht. Aber das meiste passiert eh da unten gleich. Also. Aber man kann von hier schon doch fast alles sehen. Hinter dem Tempel vielleicht nicht. Schlumpf, liebe. Hey. Ja. Um die Uhrzeit bist du noch wach. Schlumpf. Wirklich. Kannst du nicht schlafen? Oder wolltest du unbedingt noch ein bisschen Minecraft gucken? Wir gucken gerade noch Mob Arena. Wir sind hier gerade am Fighten. Naja. Also, also Qubi und ich, wir sind nicht mehr am Fighten. Uns hat es dahin gerafft. Ich habe gerade Apex gespielt. Okay. Cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir gucken. Also wir waren eben noch am Mitkämpfen und jetzt nicht mehr. Irgendwie schon lange nicht mehr. Die Jungs da unten halten echt ziemlich durch. Das ist beeindruckend. Ich wollte das hier. Ne, das wollte ich auch nicht. Ich wollte. Sieht man es nicht? Achso. Jetzt weiß ich nicht. Ich muss anschalten. Okay. Na. Welle 34 Schwarm. Ja. 34. Genau. Ich glaube, ich bin gestorben. Welle. Welle. 22. Weiß nicht. Oder weniger noch. Ne, doch. War immer sowas. Naja. Okay. Jetzt gucken wir zu. Aber ist auch ganz schön. Wir haben ein Problem. Cube Master, du bist rausgeflogen. Du bist rausgeflogen. Wirklich. Komplett rausgeflogen. Ohne, dass du es wolltest. Dann danke für den Host, Schlumpfliebe. So, dann gucken wir alle gemeinsam noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Minecraft. Cubey, wenn du rausgeflogen bist und hast deine Items nicht bekommen, ja. Also wenn du raus bist hier und, und hast keine Items im Inventar, dann kriegst du meine. Ja. Sag einfach Bescheid. Kannst meine haben. Ich hab, ich hab schon so viele und so viel bekommen, deswegen. Wär ja unfair. Ja, jetzt spielst du einmal hier mit und dann, dann, deine erste Runde soll nicht leer ausgehen. Und ich seh, ihr habt die Hexen echt im Griff. Eternal. Und Vodka. So, Klaru. Apex macht voll Spaß. Okay. Jetzt schauen wir nach links in den Bäumen, bist du hergekommen. Aber was, ich bin gerade am überlegen, was war noch, was war noch mal Apex? Wo, wo, ach da oben bist du! Guck an! Sepp, es geht! Das ist ein anderer Blickwinkel. Was? Ein Shooter, ja. Ich bin am überlegen, Apex, ich hab's, ich hab, glaub ich, dieses Titelbild im Kopf. Ich hab auch mal ein Let's Play, hab ich das auch schon mal gesehen. Du meinst, kann ich reinspringen? Ich glaub nicht, dass du reinspringen kannst. Wenn du's kannst, mach! Aber wir haben, glaub ich... Du magst meine Musik? Freut mir! Nee, geht nicht. Also, das, das, wenn du das kannst, dann mach! Wir haben noch einen... Nee, Moment, ich guck mal. Wir haben keinen Mod mehr irgendwie online. Mach nicht! Mach nicht! Kriegen wir dich nie wieder raus! Schau mal nach unten. Schau mal, wie der steht. Ist der Stichu wieder... Äh, den... Wie heißt der? Nee, jetzt ist der weg. Wen meintest du? Kein Bock mehr. Äh... Ja, der weiß grad genau, da unten ist. Dein Mate im TS ist viel zu laut. Ja, wenn's wieder hochkommt. In Discord, ja. Ja, ich stelle ihn ein kleines bisschen leiser, Moment. So. Ja, ich bin viel zu laut. Ja. Aber das, ich hab hier... Das ist halt dieses Feintuning. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch einfach meine Stimme. Die läuft halt ein bisschen anders. Über den Äther. Über einen anderen Kanal. Und dann kann es sein, dass du einfach ein bisschen lauter bist. Und ich höre dich halt anders, als du rausgehst. Immer noch. So, sag mal was, Sepp. Ja, und jetzt? Ist es jetzt besser? Viel besser. Okay. Ja. Also, Sepp, das ist nicht so, dass du dann leiser bist als ich, sondern es geht ja nur so um diesen Ausgleich. Wenn du halt so mega viel lauter bist, ist das für Leute immer anstrengender zuzuhören. Wenn alle so ein Level haben, ist das immer sehr angenehm. Ähm... Wo hast du denn die Musik rausgesucht? So, die Musik, das ist ein Streaming-Dienst für Musik. Und das nennt sich Brezel. Brezel. Genauso. P-R-E-T-Z-E-L. Und die liefern Musik, die für YouTube und für Twitch geeignet ist. Und das musst du dir installieren. Kannst dir dann einen Mood aussuchen. Ich hab jetzt Happy ausgesucht. Und dann gibt's einfach ganz viele Lieder in der Richtung. Schlumpfliebe. Das kann jeder nutzen. Ich weiß nicht, ob du das nicht schon... Kennst du das schon? Brezel? Das ist nämlich mega praktisch. Und ich kann dann das Video auch auf YouTube veröffentlichen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Bisher wurde da noch nichts irgendwie geclaimed oder gemutet. Ganz anders, wenn man dann normale Lieder verwendet. Da hab ich jetzt schon große Mute-Sequenzen gehabt. In meinen Videos. Brezel findest du. Brezel. Nee, Brezen ist nicht. Das heißt wirklich Brezel. Also mit P-R-E-T-Z-E-L. Und dann kommt der Märchen-Stream. Ich mach erstmal wieder ein bisschen Bild, ja. Ich bin die ganze Zeit hier so... Ähm, ja. Der Märchen-Stream. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Was hab ich eigentlich versprochen? Schlumpf? Meintest du... Meintest du jetzt... Also eigentlich dachte ich noch an den Stream, äh, von... Von, ähm, ähm, mit Bloody, mit Bloody Katschuh. Dass wir, dass wir dann die Sachen erkennen. Ich glaub, das war ja noch so eine Sache, oder? Aber jetzt Märchen. Du meinst, ich lese ein Märchen vor? Auch, ja. Auch. Ja, Märchen kann ich auch mal vorlesen. Kein Problem. Tütenraten, genau, Tütenraten, ja. Also für alle die, die nicht wissen, was Tütenraten ist, man, man, äh, raschelt einfach an der Tüte und, äh, zum Beispiel mehrere Leute, die jetzt über Discord und man raschelt, einer raschelt an der Tüte und der Rest muss dann erraten, was das ist. Also, was für eine Süßigkeit oder, oder ob es zum Beispiel eine Chips-Tüte klingt anders als zum Beispiel Gummibärchen. Und das geht wohl. Also man erkennt wohl Unterschiede. Und mit ein bisschen Übung geht das ganz gut. Oh, oh. Das müssen wir mal machen. Kannst du mir einen Link schicken? Was für ein Link? Ich hab hier eine Software, da steht Brezel dran. Also ich, äh, Moment. So heißt es. Meine Platte ist auch wieder voller Tür. Mein, äh, voller Tür. Und wieder das Licht aus. Ich weiß nicht, ob die, ob die Software einen Link hat. Ich muss es googeln. Das müsstest du jetzt auch tun. Und ich hab hier aktuell keinen Link. Moment, ich guck mal. Sekunde. Ich frage mich gerade, welche Welle diese jetzt sind. Ich guck gleich mal. Ich guck gleich mal, was für eine Welle. Ich glaub sogar 36, nicht 36, glaub ich noch. Ja, ich, also ich seh jetzt hier keinen Link auf der Software. Muss mal gucken. Google mal. Das ist, ähm, sollte eigentlich, wenn du Brezel und, und Sound oder sowas eingibst, oder Music, äh, Stream Music, äh, Brezel, müsstest du sofort etwas finden. Also... Okay, Welle 36. 37 jetzt. Wahnsinn, oder? Die, äh, vier und durch, die zwei. Okay, Elementar-Wodka erzielt das Achievement Respawn. Was? Und da hinten ist Yubi. Und springt. So, ich stell mich mal so hier hin. Ich glaub... Was heißt denn jetzt dieses Respawn? Alles klar, Schlumpf. Dann schlaf gut. Und bis denn. Gute Nacht, Schlumpf. Genau passend zum Ausklingen der Musik. Was für ein Timing hat die Frau. Nichts echt. Äh. Sind doch alle zwei. Leben doch alle zwei, oder? Oder nur noch... Das weiß ich nicht. Eben hab ich das mit diesem Respawn gelesen und war mir nicht so sicher. Ich lebe noch. Ich? Aha, okay. Du, nur noch du? Ist richtig. Alles klar. Wir haben also wirklich nur noch, äh, Eternomonk. Und wenn du den Chat nicht ausgeblendet hast, siehst du meine Taktik, die Langeweile. Ich hab den Chat ausgeblendet, aber ich kann wieder einplanen. Er schreibt sich grad... Er schreibt sich grad in den Livestream-Chat. Ihr habt's erwischt. Ja. Mann. Ich bin tot, Elementar-Wodka, aber du hast immens lang durchgehalten. Also, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Welles 37. Ich mach'n muss. So, und du bist natürlich viel zu leise, Eternal. Ich muss dich ein bisschen lauter machen. Ja, ich kleb' direkt am Mikro, aber... Ja, ich kann dich ja hier auch noch ein bisschen über Discord lauter machen. So. Sollte man dich auch verstehen können. Ich manipuliere, wie immer, dass Mobs despawnen, auch in der Mob-Arena, und ich stell' mich in eine Ecke außerhalb der Shunk-Arena, wo die sind, und lass' die despawnen. Und bekämpfe dann die letzten, die übrig sind, und mach' das gleich erneut. Okay, also ist das dein Plan für die nächsten Stunden? Oh Gott. Das dauert ungefähr zwei bis fünf Minuten, und die nächste Welle ist eine Guardian-Welle, von daher will ich möglichst in einer Ecke stehen. Ah, okay. Das ist mal ein Trick. Was für eine Taktik. Ist nur langweilig, aber ist für die letzten Wellen und Hexen-Wellen, wenn du mit vielen spielst, einfach, dann brauchst du nicht mit Dauergift rumkämpfen. Tja, das ist wahr, ne? Naja, aber muss man auch erstmal drauf kommen. Also hast du jetzt gefunden, Qubi? Ich werd' jetzt nicht weiter streamen, weil ich hör' jetzt Hörbuch, und in fünf Minuten tapp' ich wieder in Minecraft rein. Alles klar, okay. Also ich geh' mal davon aus, dass du das jetzt schaffst, ja? Joa, sollte eigentlich klappen. So, ich bin mal aus'm Discord, tschüss, tschüss. Alles klar, tschau, tschau. Tschau, tschau. Ah, okay. Der Wahnsinn noch. Ist der so Türkis? Hier. Ja, Türkis. Wie gesagt, das ist Streaming-Software. Ja, und das, damit werben die ganz groß. Das ist genau für Streamer, oder auch für Leute, die einfach so nebenbei ein bisschen Musik hören wollen, ja? Die ist halt nur befreit von, von diesen komischen Bezahldingern, ja? Also man kann sie wirklich nutzen. Ich will jetzt nicht wissen, wie lange das der Typ jetzt noch aushält. Ja, gut, Eternal stellt sich jetzt in die Ecke und wartet, bis alles despawnt. Vielleicht stören wir ja den Despawn von diesen Viechern hier in der Nähe, ich weiß es nicht. Könnte gut sein, dass wir einen Chunk oder sowas mit tun haben. Naja, kann sein. Also ich verlasse jetzt mal die Mop-Arena und guck mal, was ich habe. Hast du eigentlich was bekommen, Quby? M-A-Leave. So, here we go. Und was hab ich denn bekommen? Jetzt können wir mal gucken. So, nee, ich wollte, Moment, so. Also wir haben hier Lohnruten habe ich bekommen, Ton und goldene Apfel. Elementarwodka, was hast du denn Schönes bekommen? Oh, ein Spawn-Egg, Wolf wahrscheinlich. Oh, wie geil ist das denn? Eine Schulker, die ist toll. Sag mal, du bist jetzt seit wie vielen Minuten bist du jetzt hier auf dem Server und hast du eine Schulker? Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Ich freu mich. Zeigst du mir das alles mal? Oh Gott, was hast du alles bekommen? Du streamst doch nächsten... Samstag, ja. Also das heißt, du streamst nächsten Samstag. Können wir das genauso machen? Was machen wir genauso? Achso, du willst diesen Kram haben, ja? Ist das mal fett oder was? Ist das mal fett? So, hier, Moment, Qube, du kannst mein... Komm, naja, du kannst mein Kram haben. Ich schätze mal, du hast nichts bekommen, ich weiß ja nicht. So, Moment. Lohnrute, ein bisschen Ton und ein paar goldene Äpfel. Ja, lass es dir schmecken. Hau rein. Gerade am Anfang kann man so ein Kram hier von der Mob Arena immer gut brauchen, ne? Du magst das nicht? Elementarwodka? Komm mal hier, Qube. Jetzt hast du aber mal Kram. Ich schätze mal... Von mir auch was. Ja, ich schätze mal, du kannst ja jederzeit neu holen, ne? Was ist drauf? Oh Mann. Ja, und wenn du nicht genügend Platz hast oder so... Hier vorne ist ja direkt, ne? Kannst ja Kram reintun. So. Aber ich verabschiede mich jetzt erst einmal hier aus dem Discord, ne? Sepp, vielleicht, wenn du Samstag nicht unbedingt feiern willst, dann bist du herzlich eingeladen. Und Samstag werde ich wahrscheinlich auch wieder nachher dann ab 2.1 über Minecraft spielen, ne? Vorher vielleicht was anderes oder so. So, dann sag ich dir jetzt schon mal hier, äh, ciao, ciao und ich bin mal raus, ne? Ciao, ciao. So. Und jetzt zum Stream-Gewand. Für heute war's das. Das reicht für heute. Ich hab... Mal gucken. Ich bin seit 6,5 Stunden am Stream. Es reicht. Wir haben sauspät und es hat mega Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich schon vor Stunden aufgehört haben, aber irgendwie... Weiß nicht, wenn's Spaß macht, ne? Wenn's Spaß macht. So, jetzt sind daraus 6,5 Stunden geworden. Morgen gibt's das Ganze auch auf YouTube. Den ganzen bis zum Nachschauen, ja? Und... Weiß, hast du ne verzauberte Angel? Ähm, ich hab ne verzauberte Angel, ja. Die hab ich... Ja, die hab ich zu Hause. Bei mir auf dem Grundstück. Am Samstag kann ich sie dir geben. Aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr, aber Samstag. Samstag kriegt ihr. Ich... Ich hab echt nen Haufen zu Hause. Interesse zu verkaufen. Ähm, wir können am Samstag warten. Ja. Das können wir machen. Also, ich kann's dir mal zeigen. Du kannst mal ausprobieren. Bei mir auf dem Grundstück. Und dann, ob die funktioniert. Bin ab Freitag nicht da. Erst ab Montag wieder. Ach so. Ach so. Müssen wir mal gucken. Oder vielleicht die Tage oder so. Mal schauen. Alles klar. So. Jetzt sag ich aber mal tschö. Dem Stream allen, die noch zuschauen. Um diese Uhrzeit. Ja. Wenn ihr vorhabt durchzumachen. Viel Spaß. Und viel Erfolg. Ansonsten sehen wir uns jetzt einfach dann. Wenn ihr wollt. Am Samstag wieder. Und, äh. Wer da nicht Zeit hat oder so. Dann jeden Mittwoch und Samstag wird gestreamt und dieser Kram hier gemacht. So. Hat Spaß gemacht. Ende mit Wodka. Und der Rest auch. Dann macht's gut. Schlaf gut. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020